Willkommen zur ersten Folge der Bücherecke. In der Bücherecke werde ich über Bücher sprechen, meine Meinung dazu mitteilen und, sofern ich die Erlaubnis bekomme, auch möglichst aus diesen Büchern vorzulesen, einfach um sie vorzustellen, um zu verdeutlichen, was ich interessant an den Büchern finde und warum ich auf jeden Fall empfehlen kann, um das Buch reinzuschauen oder sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das sind nicht nur Sachbücher. Ich hoffe, dass ich auch hier und da Gelegenheit bekomme, direkt aus Romanen vorzulesen. Auch dort gibt es sehr spannende Geschichten. Ansonsten werde ich nur über die Bücher sprechen und so weit wie möglich erzählen, was der Inhalt ist und was einen erwartet, wenn man dieses Buch lesen sollte. Das erste Buch heute beschäftigt sich mit Anarchie und trägt auch genau den Titel Anarchie von Horst Storwasser, der 1951 geboren ist und 2009 inzwischen verstorben ist. Das Buch ist erschienen in der Nautilus Edition. Der Verlag selber, muss ich nochmal nachschauen, ist der Verlag Lutz Schwulenburg. Aber da werde ich unter dem Video auch entsprechende Links reinsetzen, dass man das Buch leicht finden kann. Das Buch selbst ist in der Erstausgabe im März 2007 erschienen und das Buch, was mir hier vorliegt, ist die vierte Auflage vom Juli 2012. Was ist in dem Buch zu finden? Also klar, wie man schon mal sehen kann, es geht um Anarchie und darunter steht auch bereits, dass es umgeht, es teilt sich in drei Teile auf, Idee, Geschichte und die Perspektive, also eher so eine Zukunftsaussicht. Der Hauptteil, wahrscheinlich über die Hälfte des Buches, ist etwa die Geschichte, wo auch noch einige Bilder drin zu sehen sind. Hier sind sozusagen im Glanzpapier einige Abbildungen eingebaut. Der erste Teil geht einfach um die Ideengeschichte, um was wird unter Anarchie verstanden, wie vielfältig kann Anarchie überhaupt sein? Weil der Begriff selber ist bei vielen Menschen einfach zu einseitig besetzt, teilweise mit Gewalt und Chaos, was aber der Anarchie eigentlich überhaupt nicht entspricht. Es gab eine Phase in der Geschichte der Anarchie, wo diese Prägung zumindest aufgegriffen wurde und die natürlich dann weiter dafür herholten durfte, um diesen Begriff zu diskreditieren. Aber die Anarchie ist auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr. Da ich die Erlaubnis vom Verlag bekommen habe, auch aus dem Buch lesen zu dürfen, werde ich das natürlich nutzen. Ihr seht schon, ich habe hier viele, viele Zettel drin. Grundsätzlich kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, der sich etwas tiefer damit auseinandersetzen möchte, das Buch selber zu lesen. Gerade die Geschichte, aus der ich nur wenige Stellen ausgewählt habe. Es ist einfach viel zu wenig bekannt, was alles an anarchischer Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also zwischen 1900 bis 1950, was in der Zeit tatsächlich alles gelaufen ist. Und natürlich gibt es auch noch eine deutliche Geschichte vor 1900. Es gab die Vorbereitungszeiten, die überhaupt den Erfolg der Anarchie in den 1920ern, 1930ern möglich gemacht haben. Ich werde einfach jetzt direkt einsteigen in das erste Kapitel bzw. sogar noch in die Einleitung und einfach von dort anfangen zu lesen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören, beim Anregen lassen und freue mich natürlich auch gerne auf Feedback oder Diskussionen für einzelne Punkte. Auch wenn ich vom Verlag selber die Freie mitbekommen habe, dass ich eben hier im Video extra aus diesem Buch lesen darf, möchte ich trotzdem als Anmerkung oder als Hinweis noch vorausstellen. Das heißt nicht, dass dieses Werk jetzt in irgendeiner Form frei wäre, irgendwie beliebige Sachen damit anzustellen, sondern es ist halt weiterhin die rechtliche Situation, so wie sie in Deutschland nun mal gilt, mit dem Urheberrecht und den entsprechenden Schutzrechten auch zu beachten. Nichtsdestotrotz hoffe ich doch, dass ich einige interessante Aspekte aus dem Buch direkt erwische, die auch dann andere interessierte Leser erreicht und neugierig macht, auch weitere Teile aus dem Buch zu lesen. Einleitung Vom Zorn und von der Freiheit Anarchie ist nicht eine Sache der Forderung, sondern des Lebens. Gustav Landauer Am Anfang war der Zorn, der unsagbare, unzügelbare und unvorhersehbare Zorn, der den Sklaven bisweilen überkommt und ihn dazu bringt, seinen Herrn entweder in den Schädel einzuschlagen oder sich davon zu stehlen. Zorn darüber, dass ein Mensch dem anderen befehlen darf. Wut über Knechtschaft und Unterdrückung. Hass auf die Arroganz der Macht, die Menschen über Menschen ausüben. Zorn, Rebellion, Flucht Eine uralte Triebkraft menschlicher Geschichte Ein Teufelskreis, dessen Grenzen schon ein rebellierender Sklave vor 5000 Jahren kennengelernt haben mag. In dieser Sackgasse ohne Ziel hat sich ein Sparta-Kurs genauso bewegt wie Michael Kohlhaas oder Che Guevara. Denn alle mussten sich früher oder später die Frage nach eben diesem Ziel ihrer Rebellion stellen. Die Freiheit, natürlich. Aber was genau ist das? Wo gab es sie? Konnte man irgendwo hingehen und sie finden? Bedeutete die Flucht vor der Herrschaft die simple Abwesenheit des Unterdrückers automatisch die Anwesenheit der Freiheit? Und zeigt nicht alle Erfahrungen, dass Freiheit eine trügerische Hoffnung ist? Wird nicht doch immer nur eine Form der Herrschaft durch eine andere ersetzt? Vor allem aber, ist der Mensch zur Freiheit überhaupt fähig? Empörung, Wut, Rebellion sind negative Werte. Sie sagen nur, wie es nicht sein soll, aber nichts darüber, wie es anders, wie es besser sein könnte. Hass ist nicht konstruktiv, er ist destruktiv. Wie könnte es auch anders sein? Natürlich wäre es vermessen von dem Sklaven, der in seiner höchsten Drangsaal gegen einen Herrn rebelliert, auch sogleich einen fertigen Plan für eine freie Gesellschaft zu erwarten. Befreiung war und ist immer in erster Linie eine Reaktion auf Unfreiheit. Wenn sie aber dort stehen bleibt, wird sie niemals konstruktiv. Das jedoch bedeutet, dass Befreiung letztendlich nicht zur Freiheit führt. In diesem Spannungsfeld zwischen Zorn und Freiheit hat die Menschheit eine Idee geboren, die ebenso alt ist wie die Geschichte der Herrschaft, den Traum von der Anarchie oder, auf gut Deutsch gesagt, der Herrschaftsfreiheit. Im Mittelpunkt dieser Idee steht die Frage, wie Zorn sich selbst überbindet und Freiheit hervorbringen kann. Zweifellos sind Hass und Wut schlechte Ratgeber. Und ebenso klar ist, dass Freiheit nicht mit Mitteln der Unfreiheit geschaffen werden kann. Wahr ist aber auch, dass meistens der Zorn die erste Triebfeder dafür war, über eine Gesellschaft der Freiheit überhaupt nachzudenken und vor allem sie in die Tat umzusetzen. Theoretiker des modernen Anarchismus haben dies die schöpferische Kraft der Empörung genannt, zugleich aber unermüdlich darauf hingewiesen, dass man um den Preis des Scheiterns der Freiheit niemals an diesem Punkt verharmen darf. So ist der Anarchismus als befreiender Kampf und Lehre von einer herrschaftsfreien Gesellschaft von Anfang an in diesen Widerspruch hineingeboren und bis heute in ihn verstrickt. Wie lässt sich destruktiver Zorn in konstruktive Befreiung umwandeln? Denn was nützt jedes Aufbegehren gegen Unfreiheit, wenn an ihrem Ende keine Freiheit stünde? Sie brächte nur neue Unterdrückung hervor, wenn die Gedanken nicht über die spontane Empörung über Gefühle wie Rache und Wut hinausgingen. Empörung braucht also eine Idee, die in eine positive Utopie mündet, mit einem Wort ein Ziel. Dieses Ziel macht das Wesen jener Bewegung aus, die unter dem Namen Anarchismus seit jeher Begeisterung und Schrecken gleichermaßen auslöste. Bunt, bizarr und widersprüchlich, wie Freiheit eben sein kann. Verführerisch für die einen in Begriff des Bösen für die anderen. Zieht sie sich seit Jahrhunderten wie ein bunter Faden durch die Geschichte der Menschheit. Zwischen Konsequenz dieser Friedfertigkeit und verzweifelter Gewalt entfaltet sich diese Idee der Hoffnung, die den Menschen bis heute zu beflügeln vermag und ihre wahre Zukunft noch vor sich haben dürfte. Hiervon handelt dieses Buch. Es geht der Frage nach, ob Anarchie ein weltweiter Traum ist oder ein noch zu realisierender Entwurf. Er versucht das Knoll der Ideen, wie diese radikale Philosophie von der Freiheit bilden, zu entwirnen und einige seiner Fäden zu verfolgen. Es berichtet von gescheiterten und von erfolgreichen Versuchen, ihnen Traum zu verwirklichen. Vor allem aber versucht es, einen Blick voraus zu tun. Eine Szenario zu entwerfen und die These einiger zeitgenössischer Denker zu untersuchen, die behaupten, die Gesellschaftsform des neuen Jahrtausends werde ein anarchischer sein. Oder die Menschheit gehe unter. Die Wurzeln des modernen Anarchismus sind sehr alt. Ihre Ursprünge verlieren sich im Dunkel der Menschheitsgeschichte. Schon deshalb, weil vor 2-3.000 Jahren kaum ein Chronist die Geschichte der Empörung für Überlieferungswert hielt. Er ist etwa 150 Jahre jung, ist hingegen das, was man den modernen Anarchismus nennen kann. Paradoxerweise ist er zwar ausgezeichnet dokumentiert, aber fast völlig unbekannt. Seine Suche nach einer künftigen Gesellschaft gebiert eine schierendlose Reihe von Revolten, Ideen und konkreten Experimenten. Sie alle sind voller Spannung und Aktualität. Und bei fast allen ging die Auflehnung der Philosophie voraus. Auch was die persönliche Entwicklung betrifft, dürfte bei den meisten Anarchisten irgendwann der Zorn vor der Utopie gestanden haben. Die wenigsten Menschen sind aufgrund analytischer Überlegungen oder durch philosophische Denkübungen zu dem Wunsch nach einer herrschaftsfreien Gesellschaft gelangt. Selbst Unterdrückung, Herrschaft und Ungerechtigkeit erlebt zu haben, war und ist noch immer die häufigste und kräftigste Triebfeder, sich einer solchen Idee zu verschreiben. So gesehen ist das Potenzial möglicher Empörer unerschöpflich. Wohl jeder selbstbewusste Mensch kennt diesen Zorn. Vielleicht haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, wieso da eigentlich Menschen über Ihnen sind, die Ihnen Anweisungen geben und über ihr Leben und ihre Zukunft entscheiden dürfen. Ein ganzes System der Hierarchie, von dem wir ja schließlich wissen, dass es alles andere als gut funktioniert. Das bedeutet indes nicht, dass alle Menschen, die unter Herrschaft leiden, automatisch Anarchisten werden. Zum Anarchismus gehört immer auch die Suche nach Alternativen und Zukunftsmodellen. Neue Ideen für die Zukunft aber scheinen heute dringlicher denn je. Die weltweiten Problemketten auf unserem Planeten lassen uns gar keine andere Wahl. Sie zwingen uns dazu, neue Lösungen zu finden. Lösungen, die in der Lage wären, die überholten Vorstellungen von Zentralismus, Hierarchie, Konzentration und Wachstumswahn abzulösen. Bei dieser Suche kann uns das reiche Fundus anarchistischer Erfahrung interessante Anregungen geben. Gute wie schlechte. Nur zu einem taugt er nicht. Zum blinden Nacheifern. Ideologie, Dogmatik und Fanatismus widersprechen sozusagen dem Wesensgehalt der Anarchie. Denn der besteht, salopp ausgedrückt, aus Freiheit pur. Nach der Einleitung gleich noch eine Ergänzung, warum mir das Buch überhaupt so gut gefallen hat, dass ich es hier in einem Buchvideo vorstelle. Es ist ganz einfach, dass auf der einen Seite die Idee der Anarchie natürlich positiv betrachtet wird, aber trotzdem nicht unkritisch bleibt. Das heißt, trotz aller Sympathie, die Horst Storwasser auf jeden Fall der Anarchie natürlich entgegenbringt und selber auch Anarchist war und in diesem anarchistischen Raum selbst sehr aktiv war und der Geschichte nachgeforscht hat, ist doch immer spürbar, dass er eben die Anarchie nicht zu einer Ideologie auftürmen will, sondern dass die Anarchie etwas Lebendiges bleibt. Dass die Idee, aus der ich jetzt auch gleich dem ersten großen Block des Buches Teile vorlesen werde, dass diese Idee in Bewegung ist. Dass diese Idee dem Menschen widerspiegelt und auch seinem Wunsch nach Freiheit und dem Umfang an Freiheit, der tatsächlich bereit ist einzugehen. Deswegen nicht jeder, der sich mit anarchistischen Ideen beschäftigt, gleich eine hundertprozentige Anarchie im Alltag leben muss, sondern einfach schauen kann, was kann er wie in seinem Alltag umsetzen und dabei niemals Vorteil wird. Also kein Anarchist ist deswegen ein besserer oder schlechterer Mensch oder besserer oder schlechterer Anarchist, nur weil er hier oder dort bestimmte Dinge im Alltag noch nicht leben kann, weil genau das würde ja der Anarchie widersprechen, um zu sagen, alle müssten in gleichförmiger Weise irgendwie ihren Alltag bewältigen. Und genau das ist auch in diesem Buch eben immer wieder spürbar, dass Anarchie bedeutet eine Vielfalt in Freiheit. Und deswegen starte ich jetzt auch gleich zu den Gedanken, die in dem Ideenkomplex niedergeschrieben und vermittelt werden. Kapitel 1. Einiges zur Verwirrung. Versuchen erst der Einfachheit halber mit einer vorläufigen Kurzdefinition, die sich lediglich auf die Gemeinsamkeiten beschränkt. Anarchisten streben eine freie Gesellschaft der Gleichberechtigung an, in der es keine Herrschaft von Menschen über Menschen mehr gibt. Die Mitglieder einer solchen Gesellschaft sollen befähigt und ermutigt werden, ihre privaten und gesellschaftlichen Bedürfnisse ohne Hierarchie und Bevormundung mit einem Minimum an Entfremdung selbst in die Hand zu nehmen. So soll eine andere Ordnung entstehen, in der Prinzipien wie die freie Vereinbarung, gegenseitige Hilfe und Solidarität an die Stelle heutiger Realitäten wie Gesetz, Konkurrenz und Egoismus treten könnten. Autoritärer Zentralismus wurde durch Föderalismus ersetzt. Die dezentrale Vernetzung kleiner und überschaubarer gesellschaftlicher Einheiten. Menschenverachtende und umweltzerstörende Gigantomanie wären dann absurd. An ihre Stelle treten freie Zweckzusammenschlüsse, die den Menschen auf der Basis gleicher Rechte und Pflichten direkt miteinander eingingen. Besonders originell an diesen Vorstellungen ist die Idee, dass es auf einem geografischen Gebiet nicht mehr nur eine Gesellschaft gibt. Einen für einen alle gleichermaßen verbindlichen Staat, sondern eine Vielfalt parallel existierender gesellschaftlicher Gebilde. Anarchie ist eine Gesellschaft von Gesellschaften von Gesellschaften, wie es der anarchistische Philosoph Gustav Landauer einst formulierte. Kurzum und etwas einfacher gesagt, Anarchie ist nicht Chaos, sondern Ordnung ohne Herrschaft. Dazu möchte ich auch gleich ergänzen. Ich habe auf meinem Videokanal auch bereits ein Video zum Thema Rechte gemacht. Das Einzige, was ich an der Stelle kritisch sehe, ist den Begriff Rechte zu verwenden, weil der sich ohne Staat und dieser ganzen Struktur nicht so finden lässt. Das heißt, der Begriff Recht müsste durch einen noch zu definierenden Begriff ersetzt werden, wie die Vereinbarung zu dem, was mit Rechten an der Stelle gemeint ist, tatsächlich stattfinden soll und wie diese Rechte dann auch funktionieren sollen. Weil ein Recht, das auf einem Papier steht, funktioniert nicht dadurch, dass es auf dem Papier steht, sondern dadurch, dass sich Menschen auch daran halten. Und wenn ich das ohne Herrschaft ermöglichen will, brauche ich natürlich auch einen Rahmen, warum Menschen dann eben zum Beispiel auf Grundlage einer gemeinsamen Ethik genau diese Rechte sich dann auch universell eben zubilligen. Kapitel 3 Wer ist Anarchist? Checkliste der Gemeinsamkeiten Im Zentrum des anarchistischen Diskurses steht ein globaler Freiheitsbegriff. Freiheit soll Ziel sein und gleichzeitig Mittel zur Erreichung dieses Ziels. Was aber ist Freiheit? Für Anarchisten ist dieses Wort mehr als ein liberaler Wischiwaschi-Begriff. Sie haben daher stets versucht, ihn mit konkreten Inhalten, Forderungen und Modellen zu füllen. Dem Anarchismus genügen dabei keine Teilfreiheiten, wie etwa den Liberalen, die Freiheit des Handelns, den Nationalisten die Freiheit des Vaterlandes oder den Aufklärern die Freiheit des Geistes. Freiheit soll allumfassend und unmittelb unteilbar sein. Ein Prinzip, das das menschliche Leben von den persönlichsten und alltäglichsten Aspekten bis hin zu weltweiten Organisationsstrukturen bestimmt. Freiheit, so behaupteten schon die frühesten anarchistischen Denker, sei aber ein leeres Wort und wertlos, wenn es nicht mit sozialer Gerechtigkeit gekoppelt wäre. Und soziale Gerechtigkeit sei ohne soziale Gleichheit nicht denkbar. Anarchisten sehen das so. Auf der Erde steht es theoretisch allen Menschen gleich frei, Millionär zu werden. Aber wir alle wissen, dass diese Art von Freiheit und Gleichheit ein inhaltsleerer Unsinn ist. Schließlich können wir nicht alle auf Kosten anderer reich werden. Andererseits ist es in unseren Gesellschaften allen Menschen gleichermaßen verboten, unter einer Brücke zu schlafen. Dem Millionär ebenso wie dem Stadtstreicher. Auch hier herrscht Gleichheit. Aber es ist offensichtlich, dass diese Art von Gleichheit ohne soziale Gerechtigkeit absurd und wertlos ist. Darin ist Anarchismus vereinfacht gesagt die Verbindung von Freiheit und Sozialismus. Für Freunde griffiger Formeln könnten wir die Gleichung A ist gleich F plus S aufstellen. Dabei werden wir noch sehen, dass der Anarchismus unter S etwas völlig anderes definiert als das, was man gegenwärtig unter Sozialismus versteht. Und bisher nur aus den kläglichen Modellen des Marxismus oder der Sozialdemokratie kennenlernen konnte. Michael Bakunin, die charismatische Urgestalt des Anarchismus, hat dieses Spannungsfeld zwischen sozialem und freiheitlichem Ansatz auf den Punkt gebracht. Freiheit ohne Sozialismus ist Privilegientum und Ungerechtigkeit. Und Sozialismus ohne Freiheit ist Sklaverei und Brutalität. Wenn man bedenkt, dass er diesen Satz um 1870 niederschrieb, könnte man seine Sicht für geradezu prophetisch halten. Wer konnte damals schon voraussehen, welche Wege der unfreie Sozialismus etwa in Russland oder Rumänien, Kambodscha oder Ostdeutschland gehen würde? Kapitel 4 Was wollen die Anarchisten? Es gibt viele gute Gründe, weshalb Anarchisten es immer vermieden haben, verbindliche Programme für eine künftige Gesellschaft aufzustellen. Der Mangel an Ideen gehört mit Sicherheit nicht dazu, eher das Gegenteil. Die Überzeugung, dass eine anarchische Gesellschaft sich aus vielen unterschiedlichen Gesellschaften, Formen und sozialen Organismen zusammensetzen wird, hat sie seit jeher davon abgehalten, die Utopie von morgen und bereits heute in das Korsett programmatischer Vorschriften zu zwängen. Kein starres Programm Eine Gesellschaft nach dem Geschmack der Anarchisten ist kein starres Gebilde. Anarchie wird nicht eines Schönes Tages erreicht sein. Niemand anders, als sie an ihm beteiligten Menschen werden festlegen, wie sie leben und sich organisieren wollen. Und deren Vorstellungen werden vermutlich unterschiedlich sein. Deshalb müssen wir uns die Anarchie als ein Gebilde vorstellen, die in einem bestimmten geografischen Raum nicht etwa nur eine Lebensform, eine Ethik, eine Art sozialer Organisation kennt, sondern zur gleichen Zeit viele verschiedene Nebeneinander, die sich je nach Interessen, Neigung, Notwendigkeiten und Bedürfnissen frei miteinander verbinden können. Zugegebenermaßen eine schwierige Vorstellung für uns, die wir gewohnt sind, dass der Staat auf seinem exakt definierten Territorium eifersüchtig darüber wacht, dass alle seine Bürger einer Norm der staatlichen gleichermaßen unterworfen sind. Wir kennen nichts anderes. Entsprechend exotisch kommt uns die anarchistische Gesellschafts- und Organisationstheorie vor. Ihre Struktur wird oft als ein Netzwerk beschrieben und aus der Biologie wird das Bild des Mycels bemüht. Jener chaotischen Pilzgeflechte, die extrem vital und überlebensfähig sind. All das mag an dieser Stelle eher verwirren als erklärend wirken. Wir werden noch darauf zurückkommen. Im Augenblick soll uns genügen, dass auch bei der Frage nach der anarchistischen Zielverstellung der Wunsch nach Vielfalt eine einnötige oder gar eine dogmatische Antwort verhindert. Ein weiterer Grund gegen eine anarchistische Programmatik sei noch genannt, auf den besonders Bakunin hingewiesen hat. Für ihn kann eine völlig neue Gesellschaft nur aus der völligen Überbindung der alten Gesellschaft entstehen. Heutige Menschen, autoritär geprägt und staatlich geformt, seien kaum in der Lage, wirklich neue Ideen hervorzubringen. In all ihren Entwürfen schlimmere der Keim des Alten, der früher oder später wieder hervorbrechen müsste. Eine neue Gesellschaft, so Bakunin, konnte nur aus Amorphismus entstehen, das heißt aus der Zerstörung des Alten. Der Vorwurf, Bakunin wollte erst alles kaputt schlagen, um etwas Neues aufbauen zu können, tut ihm sicherlich Unrecht. Mit dem Begriff Zerstörung verband er nicht, Paläste, Museen und Fabriken in die Luft zu sprengen. Ihm ging es um die Zerschlagung von Institutionen und Herrschaftsmechanismen. Geschehe dies nicht, so Bakunin, überträge die neue Gesellschaft unweigerlich den Samen des Alten und Autoritären in ihre Ideen und Einrichtungen. Andererseits bleibt der radikale Denker eine plausible Antwort darauf schuldig. Wie er die Lücke zwischen Amorphie und neuer Gesellschaft zu schließen gedenkt. Wann und wo also die neuen Tugenden und Einrichtungen eigentlich entstehen sollen. Spontanität und Fantasie allein dürfte dazu kaum ausreichen. Spätere anarchistische Denker haben diese Frage schlüssiger beantwortet. Hier soll im Moment nur interessieren, dass der von Bakunin eingebrachte Vorbehalt nicht einfach abgetan werden kann. Dass nämlich Konzepte und Programme, die der unfreien Atmosphäre einer autoritären Gesellschaft entstammen, mit Sicherheit nicht so frei, kühn, souverän und visionär sein können, wie die Ideen, die Menschen womöglich in einer befreiten Gesellschaft entwickeln könnten. Daher braucht der Anarchismus weniger Programme und Regeln einer künftigen Gesellschaft als vielmehr ein allgemeines Modell wandelbarer Strukturen. Ideen und Positionen Ja, zum Kuckuck wollen die Anarchisten denn überhaupt irgendetwas Konkretes oder verstecken sie sich nur hinter Ausflüchten, warum sie dieses oder jenes nicht wollen. Doch es gibt konkrete Vorstellungen, die Anarchisten haben nur kein starres Programm daraus gemacht. Das Ziel des Anarchismus ist die Abschaffung der Herrschaft von Menschen über Menschen. Im Zentrum seiner politischen Aktivität steht ein sozial geprägter Freiheitsgedanke. Hieraus leitet er die Notwendigkeit ab, den Staat abzuschaffen. Der Staat zerschließt sich nicht irgendein Phantom, sondern der Ausdruck ganz bestimmter, vor allem wirtschaftlich bedingter Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Es geht also nicht um die Feindschaft zu dieser Regierung oder jenem Tyrann, sondern darum, den Staat an sich zu bekämpfen und zugleich Alternativen zur Staatlichkeit zu entwickeln. An diesem allgemeinen Ziel ergibt sich eine Reihe praktischer Forderungen, Ideen und Ziele, die sich die anarchistische Bewegung im Laufe ihrer Geschichte zu eigen gemacht hat. Gleiche Freiheit für alle Menschen einer Gesellschaft. Niemand soll herrschen, das Leben soll gemeinschaftlich und von den betroffenen Menschen selbst organisiert werden. Daraus ergeben sich soziale Systeme, in denen so viel Kollektivität wie nötig und so viel Individualität wie möglich nebeneinander bestehen. Der Rat von nötig und möglich entscheidet der einzelne Mensch nach seinen Bedürfnissen, insofern er sich seine Gesellschaft aussuchen oder schaffen kann. Keine Gleichmacherei, aber gleiche Chancen und Rechte für alle. Diese zentrale Forderung scheitert in erster Linie an wirtschaftlicher Ungerechtigkeit. Deshalb treten die Anarchisten für die Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise ein, wie sie als menschenverachtend, umweltzerstörend und in ihrem Wachstumszwang als irrational ansehen. An ihrer Stelle wollen sie nicht etwa eine sozialistische Planwirtschaft setzen, sondern etwas völlig Neues. Die dezentrale und föderierte sozial-solidarische Bedarfswirtschaft, in der die Ökologie über der Ökonomie und die Bedürfnisse der Menschen über denen des Profits stehen. Eng mit der sozialen Gleichheit verknüpft ist die Forderung nach Überwindung von Klassen, Schichten und Machthierarchien. Menschen sind nach anarchistischer Auffassung durchaus unterschiedlich und sollen es auch bleiben. Aber keine soziale Schicht soll Kraft ihrer Geburt oder aus wirtschaftlichen, religiösen, rassischen oder geschlechtlichen Gründen Privilegien genießen oder gar über der anderen stehen. Hieraus ergibt sich ein ganzer Katalog einzelner Forderungen, der von der direkten Demokratie über die Kritik an Religion, Patriarchat und Familie bis hin zum Besitz und Erbrecht reicht. Mit der Überwindung des Staates werden auch sein Apparat und seine Institutionen infrage gestellt. Regierung, Bürokratie, Armeen, Grenzen, Justiz, Polizei, Medienhoheit, Erziehungsmonopol und dergleichen. Für diejenigen Funktionen des Staates, die ihrem Wesen nach vernünftig und notwendig sind, bemüht sich der Anarchismus um die Schaffung alternativer Modelle. Ihre Basis sind gemeinsame Bedürfnisse. Ihre Elemente Selbstorganisation, freie Vereinbarung, dezentrale Vernetzung und autonome Föderation. Aus den als überflüssig verstandenen Staatsfunktionen erwachsen typisch anarchistische Aktionsfelder, wie beispielsweise Antimilitarismus oder Abolitionismus, die bürgerbürokratiefeindliche Selbstverweisung oder die libertäre Antipädagogik. Direkt nach dem Staat rangieren in vielen Teilen der Welt die Kirche und ihr Klerus. Fast immer als traditionell freiheitsheimliche Institutionen. Die meisten Anarchisten sind Atheisten und lehnen Religion ab. Sie unterwerfen sich nicht gern höheren Wesen oder Mächten. Die Kirche betrachten sie als eine gigantische Einrichtung der Verdummung und Bevormundung. In vielen Ländern der Welt dienen Religionen als liefersiegender Quell von Unterdrückung und Intoleranz, Sexismus und Gewalt. Wenn nicht gar von blankem Terror. Dabei wollen Anarchisten niemandem das Recht auf Glauben absprechen, solange dieser anderen Menschen nicht die Freiheit einschränkt. Tatsächlich gibt es zwischen der Ethik, einiger Religionen und der des Anarchismus zahlreiche Übereinstimmungen. Der Anarchismus ist deshalb eher antiklerikal als antireligiös. In freien Gesellschaften darf es kein Eigentum an Menschen mehr geben. Anarchisten wenden sich deshalb gegen die alltäglichen Abhängigkeits- und Unterdrückungsverhältnisse, speziell die von Frauen und Kindern. Viele Libertäre lehnen daher auch die Institutionen der Ehe und der bürgerlichen Kleinfamilie mitsamt ihrer traditionellen Autoritäts- und Rollenverstellungen ab. In ihr sehen sie nicht zuletzt eine wichtige Stütze des Staates. Stattdessen ziehen sie freiwillige Zusammenschlüsse nach dem Prinzip der Wahlverwandtschaft vor. Etwa in Großfamilien, Wohngemeinschaften oder Kommunen. Der Zusammensetzung wechseln kann. Das bedeutet übrigens nicht, dass alle Menschen so leben müssten. Oder dass sich zwei Menschen nicht etwa lebenslang lieben und treu sein dürften. Das kann jeder Mensch halten, wie er will. Vorausgesetzt er tut dies freiwillig. Dazu aber braucht er weder die erpressorischen Zwänge des Eherechts noch die Drohkulisse von Religion oder Moral. Vielmehr geht es darum, auch andere Formen zuzulassen und die in herkömmlichen Familien üblichen Hierarchien zu überwinden. Frauen und Kinder sollen als gleichberechtigte Menschen akzeptiert sein und die religiös gefärbte Sexualmoral soll einer lustvollen Gleichberechtigung aller Formen der menschlichen Liebe weichen. Das Patriarchat, als die bei uns gängigste Form der Herrschaft, steht damit automatisch im Zielkreuz anarchistischer Kritik. Eine noch so schöne Utopie kann nicht in einer sterbenden Welt gedeihen. Der Mensch kann nur im Einklang mit seiner Umwelt überleben. Anarchisten gehen davon aus, dass die dringend nötigen ökologischen Veränderungen so radikal sein müssen, dass sie im Rahmen einer kapitalistischen Profit- und Wachstumswirtschaft kaum möglich wären. Sie meinen, dass eine dezentrale Organisation kleiner Einheiten mit einer Bedürfniswirtschaft nach menschlichem Maß die einzig wirkliche ökologische Gesellschaftsstruktur ist und deshalb das Modell der Zukunft sein wird. Kein Paradies Anarchisten räumen ein, dass es auch in einer libertären Gesellschaft Ungerechtigkeit, Kriminalität und Aggression geben wird. Anarchistische Modelle versprechen kein Paradies, sondern versuchen, Strukturen zu entwickeln, in denen sich soziales Fehlverhalten so weit reduziert, dass man mit dem Verbleiben im Rest anders verfahren kann. Kriminelle etwa sollten nicht als Delinquenten angesehen und bestraft werden, ihnen müsse Hilfe erwachsen. Psychisch kranke Menschen dürften nicht weggesperrt, sondern sollten die Gesellschaft aufgenommen werden. Gefängnisse, psychiatrische Anstalten, Erziehungsheime und Strafen seien letztlich Bankrotterklärungen eines hierarchischen Systems vor Problemen, die es überwiegend selbst hervorbringen. Für einen Anarchisten ist Freiheit ein unteilbares Gut. In unserer heutigen Gesellschaft sind wenige Menschen frei, auf Kosten der Unfreiheit vieler. Das gilt ökonomisch, politisch und psychisch. Und mit Leichtigkeit gelingt es den Massenmedien, diese Freiheit, die sich reiche Menschen dadurch erkaufen können, dass sie ärmere Menschen ausbeuten, als das grundlegende Ideal der freien westlichen Welt und der Motor seines Fortschritts zu verkaufen. Ungerechtigkeit oder Ausbeutung existiert aber nicht nur innerhalb der Länder, in denen wir leben, sondern im großen Maßstab auch weltweit zwischen armen und reichen Nationen. In dem Verhältnis zwischen erster, zweiter und dritter Welt. Anarchisten treten deshalb für weltweite Modelle der Vernetzung ein. Die die wirtschaftliche und kulturelle Versklavung überwinden und allen Menschen ein Leben in Würde ohne Mangel bieten können. Dann würden Massenflucht aus Armut vom Süden in den Norden, vom Osten in den Westen, von selbst aufhören. Eine Gesellschaft ohne Grenze müssten nicht länger eine Utopie bleiben. Das ist einer der Gründe, weshalb sich der Anarchismus aktiv gegen Imperialismus, Rassismus und Kolonialismus in all seinen alten und neuen Formen wendet. Die Liste solcher anarchistischen Essentials könnte man noch lange fortsetzen. Und sich dabei in Details verlieren. Sie alle sind indes nicht anders, als die praktische Anwendung jenes umfassenden anarchistischen Freiheitsprinzips auf die soziale Realität, die uns umgibt. Auf diese Weise ist nun doch so etwas wie ein programmatischer Kataloglibertärer Forderungen entstanden, den wir im Einzelnen noch vertiefen werden. Aber auch für diesen Katalog gilt, Anarchie ist ständig der Veränderung unterworfen. Sobald sie erstarrt und Dogmen gebiert, ist sie nicht mehr anarchistisch. Phrasenhafter Anti-Imperialismus, Gebetsmühlenhafter Klassenkampf oder blinder Geschlechterkrieg werden nicht etwa dadurch gescheitert, dass sie sich mit anarchistischen Phrasen garnieren. Leider sind auch Anarchisten nicht immer so undogmatisch, wie sie behaupten und keineswegs gegen doktrinäres Schwarz-Weiß-Denken immun. Für einen Anarchisten kann sich alles ändern. Die Wahrnehmung, die Erfahrung, die Prioritäten, die persönlichen Einsichten und die eigene Kraft. Nur nicht das Ziel. Das Ziel ist die wahrhaft freie Gesellschaft. Alles weitere sind Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Und die richten sich nach den jeweiligen Umständen und den Bedürfnissen der beteiligten Menschen. Noch eine Ergänzung. Am Ende eines jeden Kapitels, vom ersten Teil und dem zweiten Teil, sind jeweils längere Listen mit Literaturverzeichnissen enthalten. Das heißt, jemand, der weitere Nachforschungen oder irgendwie tiefer in ein Kapitel einsteigen möchte, findet dort auf jeden Fall reichhaltige Quellen, um sich weiter zu informieren oder ein bestimmtes Thema zu vertiefen und auch aus anderen Quellen Betrachtungen hinzuzunehmen. Kapitel 5 Was tun die Anarchisten? Ihr Kampf gegen staatliche Strukturen und für eine freie Gesellschaft für einen Anarchisten mit den unterschiedlichsten Mitteln. Durch Aufklärung und Medien, den Aufbau von Gegenkultur- und Selbstverwaltungsmodellen ebenso wie durch Provokationen, direkte Aktionen, Streiks und Demonstrationen. All das ebenso gut als Einzelkämpfer wie in losen Gruppen, Gewerkschaften oder spezifischen Organisationen. In ihrer Geschichte versuchten sie alle Arten von Protest und Widerstand bis hin zur Schaffung befreiter Gebiete, in denen soziale Experimente gedeihen konnten. Eine Eroberung der Macht im Staate jedoch, schrittweise politische Reform im Rahmen des Systems, die Beteiligung an Wahlen, politischer Parteien und Regierungen lehnen sie in der Regel ab. Früher haben sie die Erfahrung gemacht, dass staatliche Systeme eine große Integrationskraft besitzen und Macht korrumpiert. Natürlich bewegen auch Anarchisten sich meist in kleinen Schritten auf ihr großes Ziel zu. Sie machen sich dabei aber nicht zum Teil des staatlichen Systems. Ihre Modelle sind vielmehr so angelegt, dass sie tendenziell gegen staatliche Institutionen gerichtet sind und Herrschaftsstrukturen zersetzen, um so in ihrem Schoße bereits die Saat einer neuen, herrschaftsfreien Gesellschaft aufkeimen zu lassen. Destruktiver und konstruktiver Anarchismus Im Grunde gibt es zwei verschiedene Strategien der Anarchisten. Die eine sieht in erster Linie den Gegner und versucht ihn anzugreifen, seine Macht zu zerstören. Hier reduziert sich Anarchismus genau genommen auf bloße Staatsfeindlichkeit. Die Frage nach dem Aufbau einer anderen Gesellschaft ist zweitrangig. Gedacht wird zumeist in militärischen Kategorien. Verteidigung, Angriff, Sieg. Solche Verhalten erschöpfen sich meist in einer pseudo-heroischen Geste der Herausforderung. Die andere sieht das Ziel als vorrangig an. Für sie ist der Staat ein Hindernis auf dem Weg zu diesem Ziel, aber nicht der indirekte Daseinszweck des Anarchismus. So wenig sie darum herumkommt, gegen dieses Hindernis zu opponieren und es zu bekämpfen, so sehr steht für sie doch die Frage nach konkreten und gangbaren Modellen im Vordergrund. Wege, die zu einer anarchistischen Gesellschaft führen können. Etwas überspitzt können wir die Richtung als destruktiven und konstruktiven Anarchismus bezeichnen. Die eine geht den Gegner direkt und frontal an, die andere will ihn zermürgen und überflüssig machen. Kampf oder List, offene Feldschlacht oder Katalysator. Das sind die extremen, pole anarchistische Aktionen. Natürlich ist das grob vereinfacht, aber beide Formen lassen sich nachweisen. Zwischen dem bombenwerfenden Schlackhut-Anarchisten und dem körner-essenden Einsiedler der Liebe- und Gewaltfreiheit-Predig gab es in der anarchistischen Bewegung so ziemlich jeden denkbaren Typus. Eines allerdings lässt sich klar sagen. Der berühmte Typ des Verschwörer-Anarchus, der sich voll Hass aufmacht, einen König in die Luft zu sprengen und glaubte, der Staat würde dadurch zusammenbrechen und die Anarchie kraftvoll erbühen, starrt praktisch schon im 19. Jahrhundert aus. Die sogenannte Propaganda der Tat war nur eine unter den zahllosen Aktionsformen, die der Anarchismus hervorgebracht hat. Eine relativ kurzlebige obendrein. Zuvor haben Anarchisten an Volksaufständen teilgenommen und Geheimgesellschaften gegründet, Arbeitervereine aufgebaut, Bibliotheken und Schulen eingerichtet. Tauschbanken und Konsumgenossenschaften gehörten genauso zu ihrem Repertoire wie Zeitschriften, Theater und Gesangsvereine. Ebenso Bankfräuber, die sie stolz Expropriateure nannten und brav jeden Pfennig bei ihren politischen Organisationen ablieferten oder Volksaufklärer, die mit dem Esel von Dorf zu Dorf zogen, den Menschen das Alphabet beibrachten und ihnen das Nahe der Anarchie verkündeten. In späteren Jahren kam unter dem Namen Anarchosyndikalismus verstärkte Gewerkschaften ins Spiel, mit deren Hilfe Anarchisten eine freie Gesellschaft mit libertärer Wirtschaft aufbauen wollten. Was sie in Spanien für kurze Zeit auch tatsächlich schafften. Aus Volksaufständen entwickelte sich andernorts die Taktik der Gorilla, die auch von Anarchisten genutzt wurde und vorübergehend in der Lage war, die Staatsgewalt zu besiegen und größere Gebiete zu befreien. Erst viel später sollte die Gorilla-Bewegung unter kommunistischem Vorzeichen zur reinen Taktik der Machteroberung degradiert, als Mittel der Befreiung grandios scheitern. Seit den Tagen Tolstoys und den Taten Gandhis setzt sich in anarchistischen Kreisen vermehrt die Form des zivilen Ungeforsams durch, die eine besonders scharfe Waffe im Pfund des gewaltfreien Aktionsanarchismus darstellt. Nach Studentenrevolten, autonomen Arbeiterkämpfen und heftigen Widerstand gegen Atomstaat, Militarismus und Miet-Spekulation begannen Anarchisten, in den letzten Jahrzehnten verstärkt mit dem Aufbau konkreter Projekte. Diese Modelle aller gemeiner Selbstverwaltung sollen im sozialen Alltag der Menschen verankert sein oder sich vom herrschenden System vereinnahmen zu lassen. Solche vorweggenommenen Utopien versuchen, indem sie sich gegen die Staatsgesellschaft wenden, zugleich Experimentierfeld für eine nichtstaatliche Gesellschaft zu sein. Grundzüge anarchistischer Aktion Ein typisches Kennzeichen anarchistischen Vorgehens ist die direkte Aktion. Anarchisten lieben gerade Wege und misstrauen Winkelzügen. Die Betroffenen wenden sich daher mit Vorliebe direkt gegen die Verursacher ihres Problems, meist mit sehr wirkungsvollen Aktionen. Wo die einen Unterschriften gegen Wohnungsnot sammeln, würden Anarchisten eher ein leerstehendes Haus besetzen. Der Prototyp einer direkten Aktion. Die Frage, ob ein solches Handel legal oder illegal ist, fliegen Anarchisten mit unbekümmerten Lachen zu ignorieren. Für sie steht menschliche Ethik über formalem Recht. Wenn jemand nicht zu essen hat, muss er sich Brot nehmen, auch wenn das Gesetz das Eigentum vor dem Hungrigen schützt. Direkte Aktionen können gewaltfrei oder militant sein, lustig, symbolisch oder unerhört praktisch. Sie können von einem Menschen durchgeführt werden oder von 10.000. Immer haben sie zwei entscheidende Vorteile. Sie führen in der Regel ohne Umschweife zum Ziel und werden von den meisten Menschen sofort verstanden, eben weil sie direkt sind. Spontanität ist ein weiteres Merkmal anarchistischer Aktionen. Sie ergibt sich aus der Direktheit der Betroffenen, der dynamischen Kraft der Empörung und der Lust an ungewöhnlichen Formen fast von selbst. Das Fehlen von Institutionen, Apparat und Bürokratie bei den Anarchisten erleichtert spontanes Handeln. Langweilige Entscheidungsfindungen durch viele Instanzen oder bietere Vereinsmeierei sind in anarchistischen Kreisen sehr ungewöhnlich. Viel lieber wird eine spontane und originelle Idee der Vorzug vor verbrusteter Routine gegeben. Spontan sein kann man alleine ebenso gut wie in der Gruppe und letztlich ist jeder Mensch frei, so zu handeln, wie er es gegenüber seiner Überzeugung und seinen Mitmenschen verantworten kann. Das ist natürlich ein heikler Punkt. Was ist, wenn Schüler mal ganz spontan ihre Schule anzünden? Möglich, dass bei diesem Gedanken so manches Penela Herz höher steht. Aber das wäre weder eine direkte noch eine spontane Aktion im anarchistischen Sinne. Dem steht ein dritter libertärer Grundsatz entgegen. Die Anwesenheit des Ziels in den Mitteln. Das, was man erreichen will, muss auch in der Wahl der Mittel zum Ausdruck kommen. Freiheit kann ja nicht mit unfreien Methoden erreicht werden. Wahrheit nicht durch Folter. Glück nicht durch Zwang. Und Friede nicht durch Krieg. Das ist ein hoher moralischer Anspruch. Und Anarchisten haben in der rauen sozialen Wirklichkeit damit auch zu allen Zeiten ihre Schwierigkeiten gehabt. Kann man seinen Gegner besiegen, ohne ihm wehzutun? Wie soll ein anarchistischer Milizionär im spanischen Bürgerkrieg gegen die Faschisten kämpfen, wenn nicht mit dem Gewehr? Wohl kaum mit schönen Worten und einem Blümchen in der Hand. Obwohl die Idee an sich so absurd wiederum auch nicht ist. Denn, dass mit gewaltfreien Mitteln Revolutionen gewonnen wurden und Armeen besiegt, dafür gibt es in der Geschichte ebenso gut Beispiele wie für den Sieg durch das Gewehr. Trotzdem haben die Anarchisten in der spanischen Revolution richtig gehandelt, als sie kämpften. Das Problem liegt woanders. In der Tragik nämlich, dass anarchistische Bewegungen sich meistens die Form ihrer Aktionen nicht aussuchen können. Sie wird ihnen aufgezwungen. In Spanien begann die Revolution mit einem gewaltsamen Putsch der Faschisten. Nicht der Anarchisten. Kapitel 6 Kritik am Staat In der Tat gibt es keine einzige Dienstleistung des modernen Staates, die spezifisch staatlich wäre. In Wirklichkeit hat sich der Staat im Laufe der Jahrhunderte eine ganze Latte positiver gesellschaftlicher Errungenschaften schlecht unter den Nagel gerissen. Nicht eine davon ist wirklich mit dem Prinzip der Staatlichkeit verknüpft. Wie man gerade heute überall beobachten kann, wo die meisten Regierungen versuchen, gerade diese positiven Aufgaben wieder loszuwerden, weil sie ihnen zu teuer geworden sind. Angefangen von der Post, über die Eisenbahn, Krankenhäuser, Straßen- und Städtebau, Universitäten und Schulen bis hin zur Rentenversorgung, Altersversicherung und Arbeitslosenunterstützung gibt der Staat die Verantwortung für Bereiche zurück, die sich irgendwann dort angeeignet hat, wo sie entstanden sind, in der Gesellschaft. Denn all diese Einrichtungen haben sich dereins unabhängig von Königen, Kaisern oder Regierungen entwickelt, aus der gesellschaftlichen Kreativität der Menschen. Aber Gesellschaft ist nicht gleich Staat. Die Ursprünge dieser sozialen Errungenschaften liegen in Dorf- und Staatgemeinden, Klöstern, Handwerkegilden, Privatfirmen, Einzelinitiativen oder der kollektiven Selbsthilfe Betroffener. Und wie das Wort Errungenschaft ahnen lässt, musste sie der Obrigkeit nicht selten regelrecht abgetrotzt werden. Erst nach langer Zeit, oft unter dem Druck von Sozialreformern und gegen den Widerstand von Regierungen, haben sich Staaten solche Einrichtungen angeeignet. Ob unsere modernen Sozialstaaten mit ihrem bürokratischen Apparat diese Aufgabe optimal, human, gerecht und effektiv erfüllen, ist eine Frage, die selbst Politiker zunehmend bezweifeln. Die Tatsache, dass immer mehr dieser Bereiche in die Privatwirtschaft zurückgegeben werden, was natürlich kaum eine bessere Alternative ist, lässt eher auf das Gegenteil schließen. Soziale Aufgaben machen den Staat nicht aus. Was den Staat tatsächlich ausmacht und was er auch nie privatisieren würde, sind seine spezifischen Institutionen wie Regierung, Parlament, Gesetzgebung, Bürokratie, Staatsbeamtentum, Steuerhoheit, Geld- und Erziehungsmonopol, Justiz, Polizei, Armee, Zollen, Geheimdienste und nicht zuletzt das Recht, jeden zu bestrafen und Notfall zu töten, der gegen eines dieser Dinge aufbegehrt. Dieses sind die eigentlichen Manifestationen von Herrschaft. Sie sind genuin staatlich. Alles andere ist usurpiert. Der moderne demokratische Staat ist gerade mal 100 Jahre alt, aber schon tut er so, als lege ausgerechnet im Sozialen sein Wesen. Arroganz der Macht Wie angemaßt all diese spezifischen staatlichen Rechte sind, wird ohne weiteres klar, wenn jemand anderes als der Staat sie in Anspruch nehmen wollte. Versuchen Sie einmal von Ihren Mitmenschen unter der Androhung von Strafe und Verfolgung regelmäßig Gelder einzutreiben. Was wäre, wenn Sie auf die Idee verfielen, einen Menschen, der gegen ihre Grundsätze verstößt, jahrelang in einem kleinen Käfig zu sperren? Oder sich das Recht herausnehmen, zu entscheiden, dass er nicht länger leben darf und ihn umbrechen? Oder bezahlen Sie ein paar Männer, geben ihnen Helm, Knüppel und Pistole und lassen Sie auf all diejenigen los, die anderer Meinung sind oder andere Interessen verfolgen? Und wenn Sie gar in der Lage wären, technische Einrichtungen zu schaffen, mit denen Sie auf einen Schlag Millionen von Menschen töten und ganze Städte vernichten könnten, wie würde man das wohl finden? Kein normaler Mensch würde von sich aus zu einem solchen Horrorszenario greifen und schon gar nicht versuchen, das auch noch ethisch zu rechtfertigen. Im Gegenteil. Solche Dinge sind bei uns mit Fug und Recht geächtet und verboten. Es wäre schlicht räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Mord. Bildung einer kriminellen Vereinigung, Terrorismus oder Völkermord. Veranstaltet der Staat jedoch die gleichen Dinge, bekommen Sie eine Aura ethischer Notwendigkeit und wohlklingenden Namen. Steuerrecht, Justiz, Todesstrafe, Polizei, Armee, Verteidigung oder moderne Waffensysteme. Wir alle kennen diesen Widerspruch. Töte ich einen Menschen als Bürger, bin ich ein Mörder. Tue ich es für den Staat als Soldat, bin ich ein Held. Bilanz des Versagens. Ist aber trotz allem das staatliche System nicht recht erfolgreich? Wenn wir unter Anarchie einmal die landläufige, negative Bedeutung verstehen wollen, nämlich Chaos, so haben wir sie heute, weltweit und flächendeckend. Ein System, in dem genug Nahrung produziert wird und wo dennoch Tag für Tag zigtausende Menschen verhungern, ist ein Irse. Ein System, das periodisch organisierte Massenmorde anordnet, ist unmenschlich. Ein System, das diesen Planeten zunehmend ausblündet und unbewohnbar macht, ist selbstmörderisch. Ein System, das 10% der Menschheit Reichtum beschert und die große Mehrheit der Ärmsten immer weiter ausblündet, ist niederträchtig. Ein System, das seine Bürger nur dadurch davon abhalten kann, sich gegenseitig umzubringen, dem es sie wiederum selbst mit dem Tod bedroht, ist eine moralische Bankrotterklärung. Wenn Anarchisten in einer Diskussion ein solches System ernsthaft vorschlügen, würden sie mit Recht ausgelacht. Man müsste sie Zyniker nennen. Aber dieses System haben wir heute überall. Es herrscht auf jedem Stückchen Land dieser Erde. Und wir leben mittendrin. Es ist das staatliche System. Ein Konstrukt, das unterm Strich völlig versagt und weltweit ein Chaos von unverstellbarem Ausmaß hervorbringt. Wir nehmen es nur nicht wahr, denn wir sind gewohnt, in zweierlei Maß zu denken. Vergessen wir nicht, Staat existiert nicht nur in unseren liberalen westlichen Demokratien, in denen es sich zugegebenermaßen und besser leben lässt. Staat, das ist auch Bangladesch und Burkina Faso, Haiti und Usbekistan, Ruanda und Kambodscha, Weißrussland und der Sudan. Idi Amin und Konrad Adenauer, Josef Stalin und Winston Churchill, Hitler und Kennedy, sind letztlich Vertreter derselben Struktur. Die Unterschiede zwischen verschiedenen Regimen sind keine prinzipiellen Unterschiede, sie sind lediglich andere Erscheinungsformen ein oder derselben Idee, der Staatlichkeit. Kapitel 7 Kritik an der Demokratie Anarchie ist nicht wählbar. Warum aber gründen Anarchisten keine Partei? Sie könnten ihre Ziele doch in ein Programm schreiben, sich wählen lassen und falls eine Mehrheit hinter ihnen steht, die Anarchie einführen. Die Gründe, das nicht zu tun, lassen sich in einem Satz zusammenfassen. Anarchie lässt sich nicht einführen. Man kann sie nicht einfach wählen, an eine solche Gesellschaftsform muss man teilnehmen. Sie braucht Menschen, die selbst mitdenken und mithandeln, sowie eine Struktur, in der Macht nicht mehr delegiert, sondern selbst ausgeübt wird. Selbstverständlich kennt auch das anarchistische System die Delegierung von Ausführungen oder Funktionen, manchmal sogar von Entscheidungen. Sie beruht jedoch auf Freiwillig und nur eingeschränkt gewährtem Vertrauen. Die Macht verbleibt bei einem einzelnen Menschen, der sich nach wie vor selbst regiert. Eine Regierung wählen, die mich nicht regiert, ist indes ein Unding. Und in Wahlen werden nun einmal Regierungen gewählt. Anarchie ist nicht Politik, sondern das gesamte Leben. Und damit eine anarchische Gesellschaft funktioniert, müssen sich viele Dinge ändern. Und die ändern sich nicht, indem man eine politische Elite intronisiert, sondern indem sich die Menschen mit ihrer Gesellschaft verändern. Jede Wahl trägt aber dazu bei, Illusionen zu festigen. Die Illusion etwa, wir würden tatsächlich über unser Leben bestimmen, unser Schicksal aktiv gestalten. Die Illusion, wir hätten unsere Herrschaft selbst legitimiert und die Herrscher handelten in unserem Sinne. Vor allem aber die Illusion, dass über den Weg parlamentarischer Wahlen wirkliche, grundlegende Änderungen möglich seien. Das ist jedoch so gut wie unmöglich. Wir brauchen uns nur anzuschauen, was passiert, wenn Menschen, die tiefgreifende Änderungen durchsetzen wollen, durch Wahlen an die Macht kommen. In Chile siegte 1972 eine linke Volksfonds. Ihr Präsident, Salvador Allende, ein Marxist, wollte soziale Gleichheit durchsetzen. Aber das ist verboten. Verfassungen und Gesetze geben einen sehr engen Rahmen vor, in dem Änderungen erlaubt sind. Und staatliche Gesetze schützen genau die Dinge, die zu verändern wären. Allen voran Eigentum, Hierarchie, Ungleichheit und Macht. Das Tragische an dem chilenischen Beispiel war, dass der biedere Allende von den Mächtigen nach nur einem Jahr durch einen Militärputsch gestürzt und getötet wurde, obwohl er einmal an der Macht gestrickt an die Gesetze hielt und gar keine radikalen Veränderungen mehr versuchte. Die Lehre hieraus ist einfach. Selbst wenn eine Mehrheit den radikalen Wandel wählt, werden die wirklich Mächtigen keine Veränderung tolerieren und notfalls ihre eigenen Gesetze mit Füßen treten. Oder anders gesagt, wenn Wahlen etwas ändern könnten, wären sie verboten. Radikaler Wandel muss in der Wirklichkeit wachsen. Je breiter, stabiler und vernetzter dies geschieht, desto schwerer ist, er aufzuhalten. Und desto weniger Gewalt ist zu seiner Durchsetzung nötig. Kapitel 8 Kritik am Kommunismus Eine alte Polemik Wir sehen, Anarchisten und Kommunisten sind nicht fast dasselbe. Beide kommen zwar aus derselben geschichtlichen Epoche, beide begannen ihr Wirken im Schoß der Arbeiterklasse, beide wollten Unrecht und Ungleichheit bekämpfen. Und beide waren gegen das kapitalistische System. Zwischen ihrem Menschenbild, ihrer Vision einer neuen Gesellschaft und der Methode, diese zu erreichen, lag jedoch von Anfang an Welten. In der Tat geht der Marxismus und später insbesondere der Leninismus davon aus, die Macht im Staat zu erobern. Eine Diktatur des Proletariats mittels der Kommunistischen Partei zu errichten und diesen proletarischen Staat zu einer starken, zentral alles kontrollierenden Gebilde zu machen, der dann, wie durch ein Wunder, irgendwann einmal absterben soll. Dieser autoritäre Sozialismus konnte selbstverständlich die Konkurrenz einer anti-autoritären Alternative niemals neben sich dolden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Arbeiterbewegung noch in den Kinderschuhen steckte und all das nichts weiter als vage Ideen und graue Theorie war, waren Kommunisten, Sozialisten und Anarchisten in einer gemeinsamen Organisation zusammengeschlossen. Der ersten internationale. Schon damals haben Anarchisten mit verblüffender Klarheit vorausgesehen, wohin die diktatorischen Vorstellungen der Kommunisten führen würden, sollten sie hier an die Macht gelangen. Wortführer dieses Streits waren Karl Marx und Michael Bakunin. Während Marx den Anarchisten die Wissenschaftlichkeit absprach und sie als Kleinbürger brandmarkte, wach Bakunin ihm vor, sich zum Chefingenieur der Weltrevolution aufzuspielen. Diese Polemik führte letztendlich nicht zur besseren Einsicht, sondern zur Spaltung der Internationale. Seit 1872 gehen Kommunisten und Anarchisten getrennte Wege. Wohin der Erste geführt hat, ist bekannt. Was die Anarchisten angeht, so haben sie mit ihr Kritik gerecht behalten, ohne indes ihre Alternative durchsetzen zu können. Natürlich stecken auch im Marxismus freiheitliche Elemente und man hat oft darauf hingewiesen, dass Leninismus eigentlich eine Vergewaltigung des Marxismus sei und der Stalinismus sei eine endgültige Pervertierung. Das stimmt. Genauso richtig ist es aber, dass schon bei Marx die freiheitlichen Elemente eher kümmerlich und beliebig eingestreut waren, während das zentralistische, Diktatorische und Autoritäre seine Lehre schlüssig durchzog und prägte. Nicht umsonst hat Bakunin ihn als einen Preußen charakterisiert. Wenn der Marxismus also von späteren Generationen pervertiert wurde, so konnte dies nur allzu leicht geschehen. Die Perversion war von vornherein angelegt. Überhaupt ist es problematisch, Kommunismus zu sagen, wenn eigentlich Marxismus oder Leninismus gemeint ist. Kommunismus bezeichnet genau genommen eine Gesellschaft der Gleichheit. Eben das ist auch gemeint, wenn wir später von anarchistischem Kommunismus etwa bei Peter Kropotkin hören werden. Das alles aber hat nichts mit den tausendfältigen Seitenbewegungen kommunistischer Parteien zu tun, die dafür sorgten, dass dieser Begriff für die meisten Menschen zu einer ungenießbaren Abscheulichkeit wurde. Aber zurück zum Marxismus. Viele Anarchisten haben durchaus Marxens kluge wirtschaftliche Analysen und seine scharfsinnige Kritik am Kapitalismus begrüßt. Einige seiner Thesen wurden vorbehaltlos geteilt. Was mich verwundert, wenn man weiß, dass Marx auf wichtigen Vorarbeiten aufbaute, die der Anarchist Proudhon geliefert hatte. Bakunin übersetzte das kommunistische Manifest und Teile von Marx Hauptwerk das Kapital ins Russische. Die bisher einzige für den normalen Menschen verständliche Zusammenfassung dieses komplizierten Buches schrieb der radikale Sozialdemokrat und spätere Anarchist Johann Most und machte es so den Arbeitern erstmals verständlich, für die es eigentlich gedacht war. Was jedoch Marxens Schlussfolgerungen angeht, so fand er und seine Nachfolger in den Libertären immer engagierte Kritiker. Vor allem konnten diese nicht begreifen, wie er sich über die überdrehte Theorie des historischen und dialektischen Materialismus ausdenken konnte, die den Gang der Geschichte gewisse objektive Wahrheiten unterordnet und mit fast religiöser Überzeugung vorauszusagen wagt, was wann, wie und warum passieren muss. Alles sei wissenschaftlich beweisbar vorbestimmt. Selbstständig handelnde Menschen passen nicht in dieses Konzept. Kapitel 9 Kritik am Patriarchat Exkurs Frauen in der anarchistischen Bewegung Es verwundert daher nicht, dass Frauen und feministische Themen von Anfang an in der anarchistischen Philosophie und Bewegung eine große Rolle gespielt haben. Seit Mary Wolfstonecraft im Jahr 1792 mit Schriften wie das Unrecht an den Frauen oder ein Plädoyer für die Rechte der Frau den Reigen dessen eröffnete, was zwei Jahre später der anarchia-feministische Diskurs heißen sollte, ist diese von starken selbstbewussten und kämpferischen Frauen getragene Strömung niemals abgerissen. Legendäre Gestalten wie Louise Michel, Emma Goldman und Federicia Monseni zählten dazu. Aber auch eher unbekannt gebliebene Persönlichkeiten wie Vojtarine de Clare, Soledad Gustavo oder Mili Wittkor Brocker. Schon früh entstanden in anarchistischen und syndikalistischen Milieus spezifische Frauengruppen und Verbände, die ihre Rechte nicht nur formulierten und einforderten, sondern um Anerkennung und gesellschaftliche Veränderung auch militant zu kämpfen wussten. Bei unserer Verfolgung der vielfältigen Stränge aus den bunten Knäuel anarchistischer Kämpfe, Ideen und Experimente werden wir solchen Frauen und ihren wegweisenden Beispielen auf den Seiten dieses Buches immer wieder begegnen. Im historischen Anarchismus gipfelte diese Entwicklung in einigen ungemein populären Bewegungen, wie etwa den Mujes Libres, jener Organisation der Freien Frauen, die während der Spanischen Revolution von 1936 mehr als 20.000 organisierte Anhängerinnen zählte. Frauen, die vom Marchismo der Spanischen Gesellschaft die Nase gestrichen voll hatten. Hier nahm der Kampf gegen das Patriarchat äußerst konkrete und bisweilen auch sehr handfeste Formen an. Angefangen von der Selbstorganisation der Bedürfnisse von Arbeiterfrauen im tristen Alltag der Industriemetropolen, über den Versuch, verlegige Gleichberechtigung in juristischer und gesellschaftlicher Hinsicht durchzusetzen, bis hin zum Kampf mit dem Gewehr in der Hand. Denn in dieser tiefgreifenden Revolution nahmen sich die Frauen einfach das unerhörte Recht heraus, mit den antifaschistischen Milizen mit eigenen Frauenbataillonen gegen die Faschisten zu kämpfen. Eine erzreaktionäre und machttunkne Allianz eitler und herrschaftsgeiler Männer, die in Spanien gerade einen Militärputsch angezettelt hatten. Selbst viele glühende männliche Anhänger des anarchistischen Gleichheitsideals bekamen es damals mit der Angst zu tun. Frauen mit Gewehr, ob das nicht zu weit ginge und ob es nicht viel besser wäre, wenn die Genossinnen ihren Beitrag zum Kampf an der Heimatfront verrichteten, in Nähstuben vielleicht, in Krankenhäusern oder Wäschereien. Die an sich positive Entwicklung der Frauenbewegung im anarchistischen Lager darf nämlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass emanzipierte Frauen schon damals ihre Forderungen nicht nur gegenüber der reaktionär-paterichalen Gesellschaft durchzusetzen hatten, sondern zunehmend gezwungen waren, sich in ihrem eigenen politischen Milieu Gehör, Verständnis und Respekt zu verschaffen. Denn zwischen theoretischer Erkenntnis und praktischer Veränderung klaffte und klafft, bei vielen anarchistisch bewegten Männern einen tiefer, dunkler und angstbesetzter Abgrund. Und zu mancher mutige, militante und freiheitsliebende spanische Anarchist der 30er Jahre dürfte er es als selbstverständlich angesehen haben, dass er Abend für Abend auf anarchistische Meetings, Streikversammlungen oder in libertäre Debattierclubs gehen konnte, während seine Kompagnera, Daheimküche und Kinder zu hüten hatte. Umso angefressener dürfte er reagiert haben, als ihm eben diese Lebensgefährtin eines schönen Abends einfach das Baby und den Wischlappen in die Hand drückte, um ihrerseits kommentarlos auf das Treffen der Mulieres Libres zu entschwinden. Ob sich in dieser Hinsicht die Zeiten wirklich so sehr geändert haben, wie manche behaupten, möchte ich dem Urteil meiner anarchistischen Leserinnen und Leser anheim stellen. Auf der Suche nach den weiblichen Werten. Die Kritik am typisch männlichen Werten folgt natürlich die spannende Frage nach der Qualität typisch weiblicher Werte, was wiederum zahllose weitere Fragen aufwarf, die sich daraus ableiteten. Etwa ob solche Werte unabänderlich und angeboren oder gesellschaftlich bedingt und somit veränderbar seien. Frauen sind bessere Menschen? Sollen Frauen gegen die Männer ihren eigenen Weg gehen und Männer ignorieren? Sollen sie statt des Patriarchat ein Matriarchat anstreben? Und was wäre das genau? Oder wäre es womöglich gescheiter, mit den Männern einen anderen, einen neuen und vielleicht gemeinsamen Weg zu suchen? Auch bei Frauen gibt es auf viele Fragen viele Antworten. Unsere gehen Meinungen und Überzeugungen an diesen Punkten auseinander und zweifellos gibt es auch dogmatische Fraktionen in der Frauenbewegung. Ebenso wie es in ihr fantastische und erschreckende, kluge und dumme Ansätze gibt. Aufgesetzte Attitüden und vergängliche Moden. Gerade diejenigen Männer, die sich von selbstbewussten Frauen verunsichert fühlen, weisen gerne und mit Thema auf solche Schwachpunkte hin. Wobei sie natürlich verschweigen, dass dies ausnahmslos auf alle Bewegungen zutrifft, einschließlich der anarchistischen. Worte wie dumm, erschreckend, aufgesetzt und modisch passen, ebenso gut oder sogar besser auf vieles, was die Männergesellschaft an Typischem hervorgebracht hat. In Wirklichkeit sind die Feministinnen, jene Frauen, die sich auf die Suche nach ihrer Identität begeben und diese mit der Frage der Menschheit verknüpft haben, erst am Beginn eines langen Weges. Das ist nicht erstaunlich. Vor allem deshalb, weil all das, was eins an weiblichen Traditionen existiert haben mag, heute weitgehend verstüttet ist, um es milder auszudrücken. Auch Geschichtsschreibung und Archäologie, Philosophie und Moral, Anthropologie und Kirche sind bis auf wenige Ausnahmen männliche Domänen und Männer haben alles nur Erdenkliche getan, um jene Bereiche, in denen einstmals Frauen die Gesellschaft prägten, zu verschleiern. Materiarchale Traditionen und die mit ihr verbundenen Erfahrungen müssen heute, unabhängig von der Frage, ob das nun alles gut war oder nicht, erst einmal mühsam rekonstruiert und erforscht werden. Vom mystischen Kult der einzigen Weltgöttin Gaia über die großen, viele tausend Jahre zurückliegende materiarchale Kulturen Kleinasiens. Bis hin zur ausgeordneten Welt der letzten wissenden Frauen, die immer noch vor nicht allzu langer Zeit in einem perfekt organisierten Femizid als Hexen verbrannte. Dabei fördert die unermüdliche Frauen- und Patriarchatsforschung ständig neue archäologische Artefakte und faszinierende Erkenntnisse zu Tage. Bruchstücke, die zu Zeugen einer untergegangenen Kultur werden, die so anders war als unsere. Mit Erstaunen entdecken wir, dass die Zivilisation weder in den muzipotamischen Stadtstaaten noch in der klassischen Antike begann und dass es vor dem Patriarchat auch schon ein hochentwickeltes gesellschaftliches Leben gab. Denn eben waren übrigens jüngerwiegend Frauen tonangebend und nach allem, was sie wissen, scheint es da durchaus humaner und sehr viel weniger hierarchisch zugegangen zu sein, als bei allem, was folgte. Dieses Mosaik verschiedener Gesellschaften, in denen nicht der Mann die Macht besaß, wird heute unter dem Griff matriarchat zusammengefasst. Nun bestehen natürlich viele Anarchisten darauf, dass sie ein Matriarchat ebenso wenig wünschten wie ein Patriarchat. Was sie wollten, sei ein Anarchat. Niemand solle herrschen, auch keine Frauen, selbst wenn sie es besser könnten. Das mag richtig sein, in diesem Sinne aber wird das frühgeschichtliche Matriarchat von den meisten Feministen gar nicht verstanden. Ebenso wenig wie die zahlreichen späteren Beispiele weiblich geprägter Kulturen, Traditionen und Bewegungen, die überall auf der Welt bestanden und bis heute bestehen. Hinzu kommt, dass der einst von der Wissenschaft gewählte Begriff Matriarchat im Grunde genommen ein äußerst unglücklicher Missgriff war. Zumindest in Bezug auf die archaischen, egalitären Kulturen Kleinasiens ist er jedenfalls völlig unpassend. Denn da ging es überhaupt nicht um Herrschaft in dem Sinne, wie wir sie heute verstehen. So etwas hat es in jenen weit zurückliegenden Epochen der Menschheit allem Einschein nach überhaupt nicht gegeben und die Leute hätten über die Idee einer Frauenherrschaft vermutlich verständnislos gelacht. Im Grunde genommen schreiben wir hier etwas, was wir nicht verstehen, weil wir es nicht kennen. Recht hilflos mit unzureichenden Worten aus unserer patriarchal-hierarchischen Welt. Das griechische Stammwort archä lässt sich in unserer Wertekategorie kaum anders als mit Herrschaft übersetzen und ist schon deshalb ein problematischer Begriff, denn sein Wortstamm ist bedeutend komplexer und vieldeutiger. Nur kennt unsere Sprache dafür keinen passenden Begriff. Wir werden auf dieses Problem noch zurückkommen. Wie dem auch sei, die Angst, dass der Feminismus anstelle des Patriarchats eine Art Weiberherrschaft intronisieren wolle, entspringt er der Welt diffuser Männerängste als der Realität. Weibliche Machtfantasien solcher Art werden höchstens in den Winkeln etwas überspannter feministischer Randgruppen gepflegt. Der Frauenbewegung unserer Tage, insbesondere der Anarchia-Feministin, die das Thema Frau mit dem der Freiheit zu einem eigenen politischen Diskurs verknüpft haben, geht es nicht um die Intronisierung von Maggie Thatcher oder Angela Merkel. Sie betrachten all die geschichtlichen Erkenntnisse inzwischen eher als eine Quelle der Inspiration und Kritik, als Trümmerfeld verschütteter, femininer Tugenden, von denen wir einige heute vielleicht bitter nötigt hätten. Kapitel 10 Freie Liebe und andere praktische Nutzenanwendungen Die freie Schule In der Schule, gleichgültig ob staatlich oder religiös geprägt und egal wie fortschrittlich sie auch daher käme, werden letztlich angepasste Untertanen hergestellt. Menschen, die genau in die kapitalistische Verwertungsgesellschaft passten, für die sie ausgebildet würden. Auch wenn als Erziehungsziel offiziell der kritische und mündige Staatsbürger geformt werde, bleibt es doch immer noch beim Staatsbürger. Neben Lesen, Schreiben, Rechnen und viel Sachwissen werde vor allem eines gewährt, Anpassung an die bestehenden Gesellschaftsverhältnisse. Zwar nicht als Lehrfach, aber überall versteckt. Und selbst das angeblich wertfreie Sachwissen stecke bei näherem Hinsehen voller Einseitigkeit, Ideologie und Fantasielosigkeit. Vielfalt, mögliche Alternativen und vor allem Freiheit des Lernens gäbe es nicht. Nach anarchistischer Auffassung ist Lernen in allen unseren Gesellschaften ein institutionalisierter Zwangsprozess und der Staat hält hierüber in der Regel das Monopol. Er weiß auch warum. Staatlich gesteuertes Lernen ist die beste Garantie dafür, dass alles beim Alten bleibt. Ideologien mögen wechseln, Lehrpläne sich ändern, die entscheidenden gesellschaftlichen Grundwerte, die vermittelt werden, tun es nicht. Egal ob ich Mathe, Geschichte oder Deutsch pauke, immer lerne ich auch mit, dass es oben und unten Herrscher und Beherrschte, Staat und Autorität gibt. Wie es es in Frage zu stellen, wird an keiner Schule gelehrt. Eine freie Gesellschaft braucht freie Menschen. Wenn jede neue Generation von Kindesbeinen an tendenziell zur Unfreiheit erzogen wird, liegt es nahe, hier anzusetzen und für den Bereich der Erziehung libertäre Alternativen zu entwickeln. Bei diesem Fall der praktischen Nutzenanwendung des Freiheitsprinzips geht es um derlei. Zum einen sollten dem Staat möglichst viele Kinder entzogen werden. Das ist in erster Linie ein politisch- organisatorisches Problem. Zweitens sollten andere Inhalte und Werte gelehrt werden. Das ist vor allem ein intellektuell-theoretisches Problem. Nicht zuletzt sollten natürlich andere Formen des Lehrens und Lernens erprobt werden. Das ist ein überwiegend didaktisches Problem. Viel Arbeit also und kein leichtes Unterfangen. Dass anarchistische Pädagogik nicht so aussehen kann wie staatliche, war seit jenen Tagen klar, als Anarchisten begannen, freie Schulen aufzubauen. Und das geschah bereits im 19. Jahrhundert. Nicht auf das Drillen der Kinder, ihre Ausrichtung auf eine Ideologie oder die Aufnahme von möglichst viel Wissen kam es dabei an. Und natürlich auch nicht darauf, aus den Kindern der Anarchisten von heute die Anarchisten von morgen zu züchten. Libertäre Eltern wünschen sich viel mehr Kinder, die selbstständig denken, handeln und entscheiden konnten. Fähig zur Freiheit und ebenso tolerant wie selbstbewusst. Aber nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen. Lernen und Lehren sollte nicht an ein Alter gebunden sein, sondern ein ständiger und gegenseitiger Prozess. Weitgehend selbstbestimmt und lebenslänglich. Wenn es gewünscht werde. Die Lerninhalte dürften nicht starr und für alle gleich sein, sondern müssten sich nach den individuellen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Talenten eines jeden Menschen richten. An erster Stelle stünden nicht Leistungsdruck und Erfolg, die alle Menschen in die gleiche Form pressen, wie eine industrielle Leistungsgesellschaft so gut gebrauchen kann, sondern die Talente und Vorlieben eines jeden, gleichgültig ob intellektuell, handwerklich oder musisch. Leistung, so die Anarchisten, erbringen Menschen viel lieber freiwillig und viel besser in den Bereichen, für die sie begabt sind. Auch die Grenzen zwischen Lehrenden und Lernenden wurden infrage gestellt. Schüler sollten den Unterricht genauso mitbestimmen und mitgestalten wie Lehrer. Das sind so weitreichende und umweltländische Forderungen, dass es angebracht erscheint, das Ganze gar nicht mehr Erziehung oder Pädagogik zu nennen. Bildung, gegenseitiges Lernen und lernendes Leben wären treffendere Bezeichnungen. Das Ziel anarchistischer Bildung besteht schließlich darin, die künstliche Trennung zwischen Leben und Lernen aufzuheben. Letztendlich soll dadurch einmal die Institution Schule, zumindest in der Form, wie wir sie heute kennen, überflüssig werden. Die freie Vereinbarung. Das gemeinsame Grundmuster der beiden hier gezeigten Beispiele und vieler weitere, die noch dargestellt werden könnten, ist die freie Vereinbarung. Was heißt das? Zunächst einmal, dass Menschen einander ernst nehmen. Sie erkennen an, dass jeder andere auch einen Willen hat, Interessen, Neigungen und Wünsche. Treten Menschen in Verbindung, müssen sich auch diese Interessen verbinden. Entweder sie passen zusammen oder nicht. Demzufolge gibt es dann eine Verbindung oder eben keine. Manchmal passen sie auch nur ein wenig zusammen. Dann gibt es eine weniger intensive Verbindung. Man nennt das auch Kompromiss. Oder beide verzichten auf Gemeinsames. Indem aber Menschen zusammenkommen, gibt es Austausch. Erfahrungen werden gemacht, Lernprozesse finden, statt. Meinungen können sich ändern. Freiwillig, also selbstbestimmt und nicht, wie heute allgemein üblich, fremdbestimmt durch Vorschriften, Gesetze, Religion oder moralischen Druck. Für Anarchisten gibt es keine gesunde Beziehung zwischen Menschen, wenn sie aus Zwang entsteht. Weder zwischen Frau und Mann, zwischen Schüler und Lehrer, noch sonst wo. Der Mensch tue das am besten, wovon er überzeugt sei. So einfach ist die Grundidee vom selbstbestimmten Handeln und doch so anders als der Handlungsmuster der gegenwärtigen Gesellschaften. Soziale Vereinbarungen, die unser heutiges Leben bestimmen, sind weder frei noch recht eigentlich Vereinbarungen. Wir sind alle ungefragt denselben Gesetzen unterworfen, die wir nicht gemacht haben. Hätten wir sie gemacht, würden wir sie wohl eher befolgen. Hätten wir uns andere, bessere Regeln gegeben, die unseren Bedürfnissen mehr entsprechen, wären wir töricht, wenn wir überhaupt gegen sie verschließen. Dieses typisch anarchistische Credo vom selbstbestimmten Handeln führt, wenn zwei oder mehr Menschen an ihr beteiligt sind, zu einer freien Vereinbarung. Diese kann kurzfristig sein oder ewig und natürlich kann sie sich auch wandeln. Sind viele Menschen an einer solchen Vereinbarung beteiligt, entsteht ein Kontrakt Sozialen, ein Gesellschaftsvertrag auf Freiwilligkeit und Gegenseitigkeit. So entwickeln sich anarchistische Gesellschaften. Verschiedene anarchistische Gesellschaften können sich föderieren und bilden ein Netz. Verschiedene Netze können nebeneinander bestehen. Kapitel 11 Kunst, Kultur, Lebensart Lebendiger Anarchie ist kein neues Regelwerk, sondern eine Idee, das Leben freier zu gestalten. Leben aber ist nicht nur Essen, Schlafen, Wohnen, Arbeiten oder soziale Organisationen. Leben ist allumfassend, bunt, vielfältig, kreativ, chaotisch. So sollte es nach anarchistischer Meinung jedenfalls sein. Wenn heutzutage das Leben der meisten Menschen nicht allumfassend, bunt, vielfältig, kreativ und chaotisch ist, so ist das kaum ein Zufall, sondern gewollt. Illusion als Ware Chaos, Vielfalt und Kreativität können für eine moderne Industriegesellschaft gefährlich sein. Darum werden Menschen in ihr künstlich nivelliert. Ihre Kreativität wird ihnen abgekauft, auf den Bereich der Produktion gelenk und zum Beispiel der Firma nutzbar gemacht. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Firma an Aluminiumfelgen, Theaterinszenierung, Babynahrung, Waffen oder Kunstausstellungen produziert. Was dann als Wunsch nach Buntheit und Vielfalt noch übrig bleibt, wird über Moden, Trends oder Zeitgeistepidemien kanalisiert. Hierzu muss es konsumierbar gemacht und angeboten werden. Normalerweise reicht dazu der Fernseher. In hartnigen Fällen muss schon einmal ein Open Air, ein Abenteurerlaub oder ein neues Cabrioli herhalten. All das kann man in Agenturen kaufen, buchen, ordern, bestens geschmiert von Gleitmittel werden. Ein kluges System, vor allem deshalb, weil die Nivellierten ihre Nivellierung kaum bemerken. Geschickt wird ihnen die Illusion belassen, sie seien tatsächlich kreativ, wo sie doch in Wirklichkeit vorgefertigte Ware konsumieren. Illusionen, die man kaufen kann. Jeder Mensch ein Künstler, der Wert, den Kunst, Kultur und Lebensart in einer Gesellschaft anstelle von Konsum einnehmen, ist ein Gradmesser für Freiheit, denn künstlerische Verwirklichung erfordert Kreativität und Kreativität braucht den Freiraum. Es verwundert daher nicht, dass im anarchistischen Denken, vor allem aber im anarchischen Leben, Kunst, Kreativität und schöpferische Verwirklichung eine große Rolle spielen. Kapitel 12 Small is beautiful, die Idee der Vernetzung Die meisten Menschen befällt die kalte Angst, wenn sie versuchen, sich Anarchie praktisch vorzustellen. Selbst wenn sie anarchistische Ideen durchaus sympathisch finden, bleibt es schwer vorstellbar, wie anarchische Strukturen die vielfältigen Aufgaben einer Massengesellschaft bewältigen sollten. Die ängstliche Frage lautet meistens, wie würden anarchistische Organisationsformen denn aussehen und können sie überhaupt funktionieren? Müssen wir da nicht verhungern? Würde die Welt nicht im Chaos untergehen? Legitime Fragen und Anarchisten täten gut daran, sie ernst zu nehmen. Oft neigen sie dazu, sich über die verängstigten Fragesteller lustig zu machen. Das hilft aber nicht. Eine andere Struktur. Es wäre unfair, von heutigen Anarchisten genaue Pläne davon zu verlangen, wie alle Funktionen einer libertären Gesellschaft im Detail aussehen und funktionieren sollten. Ganz abgesehen davon, dass sie das aus guten Gründen auch gar nicht wollen würden, wäre dies ebenso grotesk, wie wenn man etwa von den Philosophen der Aufklärung, den Vorkämpfern der Französischen Revolution oder den Schöpfern der amerikanischen Verfassung im 18. Jahrhundert verlangt hätte, genaue Voraussagen darüber abzugeben, wie in unserem republikanisch-depokratischen Gesellschaften heute das Postwesen, die Arbeitslosenversicherung oder die Güterproduktion funktionieren soll. Am Beginn einer jeden umwälzenden gesellschaftlichen Ideen steht eine neue Struktur, die sich erst in der gesellschaftlichen Realität mit Inhalten füllt. Das ist beim Anarchismus nicht anders. Anders ist, dass sich die libertären Strukturen von den herkömmlichen Grundlagen unterscheiden und dass sie in einem Prozess münden sollen, und er niemals in einer neuen, starren Struktur sein Ende finden darf. Die batterie Gesellschaft ist wandelbar und vielfältig. Der Weg ist gleichzeitig auch Ziel. Die grundlegende Struktur des anarchistischen Gesellschaftsmodells ist eine Vernetzung von kleinen Einheiten. Menschen identifizieren sich mit Dingen, die sie überschauen und verstehen. Größer und unüberschaubar gesellschaftliche Zusammenhänge sind, desto größer wird die Entfremdung zwischen Institution und Mensch. Unsere heutigen Systeme versuchen, solche Entfremdung zu neutralisieren, indem sie Eliten schaffen, deren Wirkung in den meisten Ländern scheinbar legitimiert ist, weil eine Delegation von Macht durch Wahlen erfolgt. Die Probleme, die aus der Entfremdung erwachsen, kriegen sie damit allerdings nicht in den Griff. Die verwalten sie nur. Eliten binden Macht, bilden Hierarchien, genießen Privilegien und entscheiden letztlich aber über das Schicksal aller Menschen. Der Blick in eine beliebige Tageszeitung wird uns davon überzeugen, dass sie das nicht einmal sehr erfolgreich tun. Eine solche Gesellschaft widerspricht in wesentlichen Punkten der anarchistischen Vorstellung von Freiheit. Es ist eine Gesellschaft, in der die meisten Menschen nicht teilnehmen. Es muss eine anarchistische Gesellschaft Strukturen bieten, an der möglichst viele Menschen teilnehmen. Dies wäre gegeben, wenn die Teilnahme einfach ist und letztlich sogar Freude bereitete. Denn aktives Mitmachen in gesellschaftlichen Gebilden funktioniert, solange sie Befriedigung bringt. Befriedigung stellt sich ein, wenn das Engagement der Beteiligten Resultate zeigt, die diese unmittelbar sehen, verstehen und nachvollziehen können. In genau diesem Maße wächst und schwindet auch die Identifizierung mit einem sozialen System. In unserem System entwickelt sich die Identifizierung derzeit gegen Null. Daher haben alle anarchistischen Gesellschaftsentwürfe stets darauf abgezielt, auf überschaubaren kleinen Einheiten aufzubauen, was natürlich nicht heißen soll, dass sie dabei stehen bleiben. Solche sozialen Gebilde stellen sozusagen die kleinsten Einheiten dar, aus denen sich am Ende ganze anarchistische Gesellschaften zusammensetzen. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass diese kleinen Einheiten sowohl aus geografischen, sachlichen, technischen, ideellen, ethischen oder auch ästhetischen Ursachen entstehen könnten. Ebenso wie aus gegenseitiger Sympathie oder reinen Gründen praktischer Vernunft. Auch können zur gleicher Zeit auf gleichem Raum verschiedene Einheiten nebeneinander bzw. miteinander bestehen. Ich kann zum Beispiel gleichzeitig als Bewohner einem Rat, meine Stadtviertels angehören, als Vater einer Gruppe, die eine freie Schule betreibt, als Genießer einer Vereinigung Anarchie und Luxus, als Schriftsteller einem gewerkschaftsähnlichen Berufsgremium, als verantwortungsvoller Mitmensch einem ökologischen Ausschuss, als Ästhet einer künstlerischen Bohem, als Journalist einer Zeitschriftenrelation, als Kosmopolit einer weltweiten Vereinigung von Esperantisten, als viele Reisende einer Föderation, die Fahrpläne der Eisenbahn ausarbeitet und so weiter. Aber, aber, werden die Kritiker einwenden. Das können sie doch hier und heute auch alles. Und ist das nicht ein bisschen viel und Verantwortung auf einmal? Oder wie viele Menschen glauben, sie werden wohl so engagiert sein und freiwillige Interessen für gemeinnützige Arbeiten aufbringen? Versuchen wir, diese Einwende der Reihe nach zu beantworten. Würden die Menschen mitmachen? Gewiss kann ich mich zwar hier und heute durchaus auch in all diesen Bereichen engagieren, vorausgesetzt ich lebe nicht in Staaten wie Birma, Kuba, China, Ecuador, Guinea oder dem Sudan. Aber es gibt zwei entscheidende Unterschiede. Ich kann, sofern ich nicht zur Elite gehöre, bei all meinem Engagement nichts entscheiden. Und mein Engagement wird in der Regel auch nichts bewirken. Engagement ist bei uns ein Zeitvertreib, ein Metil für Unmut, bestenfalls ein geduldetes Korrektiv, um Arbeiten zu erledigen, die sonst niemand machen oder bezahlen will. Die Entscheidungen aber fallen anderswo. Im Machtapparat. In einer anarchischen Gesellschaft hingegen werden eben diese kleinen Einheiten Träger der Meinungsbildung, der Lösungssuche, der Konsensfindung und gleichzeitig der Entscheidung, Durchführung und Korrektur von Beschlüssen. Die anarchische Gesellschaft ist das Zusammenspiel dieser kleinen Einheiten. Es gibt keinen Machtapparat, kein bürokratisches Eigenleben, keine Eliten über ihn. Stattdessen gäbe es ein System von Selbstbestimmung, Selbstorganisation und Selbstverwaltung, getragen von der Verbindung, Zusammenarbeit und Konsensfähigkeit vieler solcher kleinen Einheiten. Eine solche Verbindung nennen wir Netzwerk. Ob die Menschen in einem solchen System nicht unter der Überlastung zusammenbrechen oder ob das System nicht durch das Desinteresse der Menschen versagen müsste, ist eine interessante Frage. Zunächst einmal möchte ich in der beeindruckenden Liste von vorhin, in der ich einige Möglichkeiten meines Engagements in einer libertären Gesellschaft aufzählte, einige wichtige Varianten hinzufügen. Selbstverständlich hätte ich als desinteressierter oder auch nur als fauler Mensch das Recht zu sagen, ich engagiere mich für gar nichts. Anarchie beruht auf Freiwilligkeit. Erzwungene Teilnahme wäre kein Engagement, sondern Knechtschaft und selbstverständlich gibt es auch ein Recht auf Faulheit. Die anarchistische Gesellschaftstheorie spekuliert nun aber darauf, dass, weil sich die Menschen in solch kleinen Einheiten direkt einbringen können, die Entfremdung gering bleibt und die Identifikation wächst. Wenn sich aber viele Menschen an sozialen Prozessen beteiligen, sinkt in gleichem Maße die Belastung des Einzelnen. Machen genügend Menschen mit, wäre Selbstverwaltung keine zusätzliche Bürde mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit, die nicht irgendwann nach Feierabend stattfände, sondern ständig und automatisch in allen Bereichen des Lebens. Sie wäre zu einem Bestandteil von Arbeit und Alltag geworden. So wie der Mensch es heute gewohnt ist, Anordnung zu bekommen, könnte er erst lernen, sich daran zu gewöhnen, selbst mitzuentscheiden. Auf diese Weise bekäme die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben eine andere Qualität. Sie würde nicht nur erträglich, sondern fast schon zu einer Art Befriedigung. Das setzt natürlich voraus, dass auch die Themen, Formen und Rahmenbedingungen anders aussehen als bisher üblich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich auf Dauer unter den Bedingungen dieser Gesellschaft Lust hätte, mich etwa nach acht oder zehn Stunden ermüdender Arbeit in einem geisttötenden Job während meiner Freizeit auch noch um die Belange meines Stadtteils zu kümmern. Da wäre ich wohl eher froh, dass sich da ein Amt drum kümmert. Aber diese Rahmenbedingungen sollen ja in einer libertären Gesellschaft ebenfalls spürbar andere sein. Wenn wir uns heute soziales Engagement vorstellen, denken wir automatisch an Vereine, Parteien, Interessenverbände, Bürgerinitiativen und ähnliches. Dort besteht das frustrierende Tagesgeschäft in Bürokratie, Auseinandersetzung mit Behörden, Vereinsklingelei und eng gesteckten Grenzen von Zuständigkeit. Unser gesamtes Leben ist säuberlich portioniert und in dutzende Bereiche zerlegt. Und über jeden Bereich wacht zu guter Letzt irgendein Amt. Der Anarchismus hiergegen zielt auf eine globale Organisation des Lebens, in der der Mensch und seine gesellschaftliche Wirklichkeit als etwas Ganzes gesehen werden. Leben, Arbeit, Spaß und Freizeit sollen nicht länger künstlich getrennt bleiben. Das hätte zur Folge, dass Menschen, die sich in einer dieser kleinen Einheiten mit irgendetwas beschäftigen, sich nicht für ein abstraktes Ziel abrackern, das mit ihnen direkt wenig zu tun hat. Sie kümmern sich vielmehr um Dinge, die ihr eigenes Leben ganz direkt, ganz konkret und ganz im Sinne ihrer Wünsche und Vorstellungen beeinflussten. Sie täten das am Arbeitsplatz und zu Hause, in der Nachtbeschacht und in spezifischen Gruppen. In vielen Fällen braucht es dazu nicht einmal eine feste Struktur oder ein besonderes Treffen. Es würde zu einer Handlungsroutine im Alltag. Dem Menschen wäre der direkte Zugriff auf alle Bereiche seines Lebens zurückgegeben. Die Bereiche, in denen ich mich als aktiver Menschheitsbürger in einem solchen System engagieren könnte, betreten demnach meine Arbeitswelt ebenso wie mein Vergnügen, meine Wohnsituation, wie meine Gefühle, meine Ernährung, wie mein persönliches Glück oder meine soziale Sicherheit. Das hätte etwas mit meiner Lebensqualität zu tun und mit der anderen Menschen. Triebkraft menschlichen Engagements in einer libertären Gesellschaft wäre also im gewissen Sinne ein sozialer Egoismus. Diese Art von Egoismus jedoch scheint mir der ehrlichste und gesündeste Impuls, den ich mehr denken kann. Natürlich glauben auch Anarchisten nicht, dass sich in ihrer Gesellschaft alle Menschen engagieren. Das wäre auch nicht nötig. Wichtig ist zweierlei, dass alle Menschen sich einbringen können und dass genug sich einbringen würden. Man kann Desinteresse nicht verbieten, höchstens Interesse wecken. Diese Betrachtungsweise ist zwar pragmatisch, aber in dem Moment, wo der Anarchismus den Elfenbeiturm der reinen Theorie verlässt, muss er selbstverständlich pragmatisch denken, was ihm gewiss nicht schadet. Dass alle Menschen gleichermaßen überzeugt, begeistert und engagiert sein müssten, damit eine libertäre Gesellschaft funktioniert, ist übrigens ein frommes anarchistisches Märchen. Schlimmer noch, es ist unanarchistisch. Ganz einfach deshalb, weil eine solche Vorstellung dem Wesen des Menschen und seiner Verschiedenheit nicht Rechnung trüge, sondern ihm eine Ideologie überstülpen würde. Jedes System aber, das auch hochmotivierte Heilige setzt und halbherzige Mitläufer verachtet, muss scheitern. Kapitel 13. Chaos, oder was? Revolution des Denkens. Mit dem Begriff nicht-linears, komplexes System und dem Handwerkszeug der fraktalen Dimensionen war der Startschuss zu der wildbuchernden, untereinander verstrittenen und keineswegs abgeschlossenen neuen Denkrichtung Chaos-Theorie gefallen. Es gibt einen guten Grund, diese Entwicklung hier relativ ausführlich darzustellen. Die Chaos-Theorie steht für den Beginn eines wissenschaftlichen Paradigmenwechsels. Es geht also um einen Neuanfang der methodischen und philosophischen Herangehensweise der Wissenschaft an Natur und Mensch, mithin um eine Revolution des Denkens. Und Revolutionen des Denkens ziehen auch Veränderungen im sozialen Leben nach sich. Von Newton galt die Bibel und nach Newton der Determinismus. Niemand wird behaupten, dass diese wissenschaftstheoretischen Hintergründe nicht nachhaltig das reale Leben beeinflusst hätten. Nicht umsonst spricht man vom wissenschaftlichen Weltbild. Vor der Aufklärung wurden Menschen, die bestritten, dass die Sonne um die Erde kreiste oder die nicht an den göttlichen Schöpfungsplan glaubten, als Ketzer verbrannt. Eine zwar weniger blutige, aber trotzdem folgenschwere intellektuelle Tyrannei entlastet seit der Aufklärung auf denjenigen, die den Kern des Determinismus anzweifeln. Der besagt, alles sei durch Ursache und Wirkung erklärbar, also vorhersehbar und berechenbar, wobei der menschliche Wille keine Bedeutung habe. Wie so oft bei der Anwendung von Theorien nahm übrigens Newton selbst die Schlussfolgerung aus seinen mechanischen Gesetzen bei weitem nicht so ernst wie seine späteren Anhänger. Seit Laplan unter Berufung auf Newton behauptete, die Welt sei im Grunde nichts als eine Summe von Maschinen und daher mithilfe der Mechanik im Prinzip berechenbar, behauptete die Philosophie der Aufklärung ähnliches über das Wesen des Menschen und die soziale Entwicklung. Der starre Determinismus von Marx' historischen Materialismus ist davon nur ein legitimes Kind. Deshalb kann es uns nicht egal sein, wenn sich durch die Einsichten der Chaos-Theorie plötzlich die Grenzen zwischen Physik und Ökologie, Chemie und Soziologie, Mathematik und Philosophie verwischen. Und wenn die Wissenschaft beginnt, sich von theoretischen Modellen abstrakter Gleichmacherei abzuwenden, um in die chaotischen Strukturen der natürlichen Phänomene einzudringen. Darum interessiert uns hier auch nicht die höhere Mathematik, sondern das neue Weltbild, das sich hinter der Chaos-Theorie versteckt und hier unter zaghaft hervorschau. Bruchstücke davon werden deutlich, wenn etwa der Physiker Bernd Olaf Küppens vom Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen davon spricht, dass die kreative, bunte, vielgescheitige Welt nun wieder ins Zentrum akademischer Neugier rückt. Nach seiner Interpretation der Chaos-Theorie führen beispielsweise die erstmals untersuchten Rückkopplungsphänomene dazu, dass der Endzustand eines Systems nicht ein für alle Mal fixiert ist, sondern zum Ausgangspunkt einer neuen Entwicklung wird. Sein Statement gipfelte in der Aussage, dass sich die Welt selbst organisiert. Tretend natürliche Auslese und Optimierungsprozesse hinzu, kann eine Selbstorganisation der Materie in Gang kommen. Dieselbe Wechselwirkungen, die ein System nicht berechenbar machen, sind also letztlich auch die Quelle für dessen Komplexität. Küppers spricht hier nicht von Politik oder sozialen Strukturen, sondern von Materie, fügt aber selbst hinzu, dies wird Rückwirkungen auf unser wissenschaftliches Weltbild haben und damit auch auf das Selbstverständnis der Menschheit, denn wissenschaftliche Erkenntnisse haben seit eh und je Weltanschauungen geeinflusst. Sie, die Wissenschaft, macht auch das Unberechenbare wieder berechenbar, indem sie uns die Augen öffnet für Chaos, für Nicht-Linearität als Quelle der bunten Vielfalt unserer Welt. Nun gut, die Wissenschaft hat also die Komplexität der realen Natur entdeckt und beginnt sie zu erforschen. Alles, was sie dabei nicht berechnen kann, nennt sie Chaos. Dabei ist ihr aufgegangen, dass ein Kopf keine Kugel ist, ein Penis kein Zylinder und ein Busen kein Kegel, wobei sie sich sehr gewundert hat. Sie und ich wissen das aber schon lange. Was hat das aber alles mit Anarchie zu tun? Direkt nichts, aber indirekt eine ganze Menge. Das brutale und das sanfte Chaos. Bisher wurde in diesem Buch das Wort Chaos widersprüchlich verwendet. Einmal wurde behauptet, Anarchie sei kein Chaos, dann wieder wurde Chaos im Leben geradezu gefordert. Wie ist das zu erklären? Sind Anarchies nun Chaoten oder nicht? Nun, ich habe das Wort ganz einfach im landläufigen Sinne benutzt. Als Unordnung. Was aber heißt Unordnung eigentlich? Da gibt es zwei Sichtweisen. Zum einen, dass etwas so chaotisch ist, dass es nicht funktioniert. Dann bringt die Unordnung Katastrophen für das System hervor. Dies ist die negative Definition und angewandt auf die menschliche Gesellschaft möchte ich sie das brutale Chaos nennen. Diese Wortbedeutung von Chaos ist gemeint, wenn der Anarchismus etwa die verheerende Unordnung des staatlichen Systems und die brutalen Auswirkungen seiner Wirtschaft kritisiert. Und von sich selbst behauptet, Anarchie ist nicht Chaos, sondern Ordnung ohne Herrschaft. Zum anderen, dass etwas so kompliziert ist, dass wir es nicht verstehen. Das bedeutet keineswegs, dass dieses Chaos-System etwa nicht funktionieren würde. Im Gegenteil. Etwas so komplex Chaotisches wie die Natur funktioniert hervorragend, nur wir begreifen sie kaum. Und deshalb nennen wir sie chaotisch. Diese positive Bedeutung des Wortes Chaos war gemeint, wenn es beispielsweise im Kapitel über Lebensart hieß, das Leben solle bunt, vielfältig, kreativ und chaotisch sein. Im sozialen Bereich würde ich dies das sanfte Chaos nennen. Was die wissenschaftliche Chaos-Serie betrifft, so bezieht sie sich ganz eindeutig auf diese zweite Form. Sie beschreibt keine Systeme, die nicht funktionieren, sondern Systeme, die funktionieren, ohne dass sie vorhersagbar werden. Küppers schreibt, Chaos ist also hier im Grunde genommen nur ein anderes Wort für das Unberechenbare. Im brutalen Chaos gibt es kein System. Es regiert der zerstörerische Zufall. Im sanften Chaos ist System. Aber es ist schwer zu begreifen. All das, was die Chaos-Theorie beschreibt, ist Chaos mit System. Menschen und Moleküle sind nicht dasselbe. Das scheint nun alles wunderschön auf den Anarchismus zu passen. Wir brauchen nur Molekülgitter mit Menschen gleichzusetzen und schon erkennen wir, dass auch der Anarchismus als soziale Theorie bunt, vielfältig und komplex ist. Sie ist selbstverwaltet, organisiert und ein System ist, dessen Endzustand Ausgangspunkt einer neuen Entwicklung ist. Auch der Anarchismus schlägt eine Struktur vor, die uns chaotisch erscheint, weil wir sie nicht ohne weiteres verstehen, die aber, so behaupten wenigstens die Anarchisten, hervorragend funktioniert. Wunderbar. Aber Vorsicht, Anarchismus ist nicht Natur und Natur ist nicht anarchistisch. Möglicherweise haben sie vergleichbare Strukturen und Anarchisten vermuten, dass ihr horizontal-chaotisches Sozialsystem sich besser mit der Natur verdreht als das vertikal-hierarchische. Das mag stimmen, aber dennoch ist das nicht dasselbe. Hüten wir uns vor den Fehlern der Aufklärung, die innere Logik von Newtons mechanischen Gesetzen einfach auf die Menschheit zu übertragen. Naturwissenschaften versuchen, die real existierende Natur zu beschreiben, zu begreifen und zu interpretieren. Soziale Systeme aber kommen vom Menschen und sind für den Menschen gedacht. Sie sind subjektiv und in ihnen spiegeln sich neben Erkenntnissen auch Wünsche. Die Naturwissenschaft darf nicht sagen, wie sie es gern hätte, sondern wie es ist. Der Mensch aber darf das sehr wohl und der Anarchismus tut dies sehr heftig. Nun scheinen zwar Chaosforscher wie der Chemie-Nobelpreisträger Ilja Brigogine oder der Stuttgarter Physikprofessor Hermann Haken auch die menschliche Gesellschaft als ein nicht-lineares, dynamisches System zu betrachten, was man hier als sprachliche Analogie durchaus noch akzeptieren kann. Sobald aber die Naturwissenschaft beginnt, ihre Computersimulation von Schneeflocken und Molekülketten auf die sozialen Zusammenhänge lebendiger Menschen zu projizieren, vergisst sie ganz einfach das, was den Menschen ausmacht. Den subjektiven Faktor oder anders ausgedrückt den Willen. Der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Paul Feierabend, der durch seine anarchistische Erkenntnistheorie bekannt wurde, meint hierzu. Was aber den Brigogine selbst betrifft, so erfüllen mich seine Ideen keineswegs mit Freude. Was dahinter steckt, ist der Versuch, eine umfassende und einheitliche Theorie aller wichtigen Entscheidungen in der Welt zu finden. Das heißt, eine neue intellektuelle Tyrannei, wie selbst die Humanoria auf die Monotonie eines einzigen Schemas reduzieren will. Diese Befürchtung ist nicht so weit hergeholt. Heute werden mit der Chaos-Theorie in einem Aufwasch die Bildung von Eisgestalten und die französische Jugendrevolten, der Umfang des Apfelmenschens und die Geldzirkulation erklärt. Vermutlich wird es nicht mehr lange dauern, bis das Pentagon an Microsoft den Auftrag vergibt, die soziale Revolution zu simulieren und als fraktales Diagramm auszudrucken. Im Moment ist die Chaos-Theorie eine Modeerscheinung, ein Steinbruch, in dem sich jeder bedient. Während der göttiger Nobelpreisträger Manfred Eigen hier durchaus seriös die biochemischen Bausteine findet, um die Lücken der damienischen Evolutionstheorie zu schließen, suchen sich zur gleichen Zeit bedeuten weniger seriös sogenannte Kreationisten die Brocken heraus, mit denen sie glauben, die Idee eines göttlichen Schöpfungsbrands retten zu können. Und es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die Chaos-Theorie auf der Titelseite des Wachtturms zum Beweis von Jehovas Allmacht herangezogen wird. Das alles ist nicht die Schuld der Chaos-Forschung, sondern nur die üblichen Begleiterscheinungen eines jeden wissenschaftlichen Paradigmenwechsels, an die sich die Anarchisten, wie seriös auch immer, nicht anhängen müssen. Darum geht es auch gar nicht. Worauf es ankommt, ist meiner Meinung nach die Chance, die in einem neuen naturwissenschaftlichen Welt mitliegen kann. Wissenschaftliche Theorien sind Krücken, mit deren Hilfe wir uns einen Weg durch die Realität bahnen. Sie sind nicht die Realität, sondern hilfst mir zu ihrem Verständnis. Wenn heute gesagt wird, die Chaos-Theorie löst die Newton'sche Physik ab, so ist das ausgemachter Unsinn. Nach wie vor stimmt jeder Versuch der linearen Mechanik im Labor, so wie er vorgestern gestimmt hat. Und offenkundig kommen wir im Maschinenbau mit den stinknormalen Gesetzen der Mechanik besser zurecht als mit der Chaos-Theorie. Was neue Theorien aber sehr wohl verändern, ist das Weltbild, denn sie verschieben den Blickwinkel, unter dem Phänomene erforscht werden. Bedeutung für den Anarchismus. Und genau diese Verschiebung des Blickwinkels ist für den Anarchismus als soziale Theorie interessant. Bisher hat aber die Wissenschaft auf Vereinfachung eingestellt. Nun wendet sie sich der Komplexität zu. Die verhängnisvolle Einseitigkeit des Determinismus kommt eindeutig aus der klassischen Physik. Wie dem terrible Simplifikateur, von dem kein geringer als Albert Einstein sagte, dass seine Klarheit und Einfachheit nur auf Kosten der Vollständigkeit der Erkenntnis möglich ist. Auf der realen Welt aber ist, wie der Wirtschaftsautor Rudolf von Woldex sagt, Einfachheit eine sehr seltene Sache. Wenn aber die Wissenschaft endlich Komplexität, Vielfalt, Gegensätzlichkeit, Buntheit und Steuerungssysteme der Selbstorganisation in den Phänomenen der Natur ernst nimmt und erforscht, so kann das für die soziale Theorie des Anarchismus indirekt einen positiven Klimawechsel bedeuten. Er wird die Bereitschaft erhöhen, auch in politischen und sozialen von solchen schrecklich sündenden Vereinfachungen Abstand zu nehmen, wie der Idee des Staates, der Hierarchie von Eliten und der sozialen Steuerung durch Befehl und Gehorsam. Und es könnte dazu beitragen, unkonventionelle Vorschläge zur sozialen Organisation nicht gleich deshalb als chaotisch abzulehnen, weil wir sie nicht ohne weiter zu schauen und ihnen darum die Fähigkeit absprechen, dass sie tatsächlich funktionieren. Kapitel 14. Eine andere Ökonomie Dabei ist es ebenso einleuchtend wie banal, dass in eine gescheite ökonomische Kosten-Nutzen-Rechnung zum Beispiel der ökologischen Folgen ebenso hineingehören, wie etwa der Verbrauch an Ressourcen. Keinem Fabrikanten würde es einfallen, bei seiner Kalkulation Lagerbestände, Reparaturen und Rohmaterial zu vergessen. In den Volkswirtschaften jedoch geschieht dies ständig. Wirtschaftspolitische Maßnahmen schielen nur auf die schnelle Steigerung des Bruttoinlandsprodukts. Betriebswirtschaftliche Entscheidungen auf kurzfristige Rendite. Ressourcenverbrauch und ökologische Kosten werden der Gesellschaft hinterlassen. Mögen unsere Kinder und Enkel sehen, wie sie damit klarkommen. All dies spüren die allermeisten Menschen und empfinden es wohl auch als irgendwie verrückt. Um den Preis der Lächerlichkeit jedoch traut sich niemand, das zu sagen. Die Ökonomen sind ja so klug. Ökonomie ist doch eine so komplizierte Wissenschaft und da wir keine Fachleute sind, könnten wir uns ja blamieren. In Wahrheit blamiert sich die Wirtschaftswissenschaft. Darüber könnten wir eigentlich lächeln, wenn wir nicht gleichzeitig auch Opfer wären. Erst die naive Sicht, die respektlose Hinterfragung dessen, was wir kennen und als gegeben hinnehmen, macht uns frei für einen Blick auf die Möglichkeiten, wie eine Ökonomie auch anders organisiert sein könnte. Und diese naive Sicht bekommen wir erst, wenn wir die hilflose Geschäftlichkeit der ökonomischen Halbgötter durchschaut haben. Eine gänzlich andere Ökonomie aber ist nötig, denn die Alte hetzt sich in ihren immer enger werdenden Grenzen zu Tode und nimmt uns mit auf diese Reisen. Ohne eine andere Ökonomie aber wird es auch keine freie Gesellschaft geben. Ebenso wie eine befreite Wirtschaft nicht in einer und freien Gesellschaft funktionieren könnte. Denn Wirtschaft ist nicht bloß irgendein reformierbarer Teilbereich, sondern eine prägende Struktur der ganzen Gesellschaft, die auf alle Bereiche des Lebens wirkt. Eine libertäre Ökonomie ist somit zwar keine hinreichende, aber eine notwendige Voraussetzung für eine libertäre Gesellschaft. Kritik des Kapitalismus. Unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem wird Kapitalismus genannt, weil das Kapital in ihm maßgeblich bestimmt. Das Kapital sind die wirtschaftlichen Werte. Egal ob es sich hierbei um Fabrieten, Aktien, Gesellschaften, Banken, Bodenschätze, Technologien, Immobilien, Patente oder Grundbesitz handelt, ihr Wert lässt sich immer in Geld ausdrücken. Kapital hat Eigentümer und die können in der Regel uneingeschränkt darüber verfügen. Diese Eigentümer werden als Kapitalisten bezeichnet. Da diese mit dem Kapital auch über die Produktionsmittel verfügen, sind sie automatisch auch Eigentümer der Arbeitsplätze. Unabhängig von jeder Art der Regierung oder Verfassung eines Landes sind Kapitalisten in der gesellschaftlichen Wirklichkeit letztendlich die Inhaber der tatsächlichen Macht. Denn praktisch ist die Politik von der Wirtschaft abhängig und nicht umgekehrt. Parlamente, Parteien, Ideologien und Regierungen sind oftmals nur verdeckte Interessenvertreter des Kapitals. Diese Begriffe sind heute ziemlich aus der Mode gekommen und niemand spricht mehr gern in diesen Worten. Aber auch die netten Redewendungen aus dem BWL-Jargon ändern nichts an diesen schlichten Tatsachen, die für jeden erkennbar auf der Hand liegen. Allerdings müssen wir uns heute unter einem Kapitalisten nicht mehr jenen hässlichen, dickem Mann mit Zylinderhut und Zigarre vorstellen, dem das Geld aus den Taschen kullert. Dieses Klischee hat nie gestimmt. Heute haben wir es tatsächlich meist mit Gesellschaften zu tun, mit Banken, mit multinationalen Firmennetzen oder Investmentfonds. Deren Repräsentanten sind äußerlich recht unauffällige Herren, die in Aufsicht treten, Direktionsteams und Finanztrust wirken. Echte Privatunternehmer oder Familiendynastien sind selten geworden. Das Gewebe kapitalistischer Besitzverhältnisse ist heute ungleich komplizierter und ungeschaubarer und oft sind die Arbeitnehmer bis zu einem gewissen Grad ihre eigenen Ausbeute, indem sie Kapitalanteile besitzen. All den grundsätzlichen Strukturen des Wirtschaftssystems und seiner Ungerechtigkeiten ändert das allerdings nichts. Im Gegenteil, die Kapitalinteressen sind dadurch eher noch besser organisiert und entsprechend mächtiger. Bis vor nicht allzu langer Zeit gab es zwei verschiedene kapitalistische Systeme, den Privatkapitalismus und den Staatskapitalismus, das Wirtschaftssystem der westlichen Welt und das des ehemaligen Ostblocks. Beide Formen haben entscheidende Gemeinsamkeiten. Die Bedürfnisse des Kapital stehen über den Bedürfnissen der Menschen oder der Umwelt. In beiden setzt eine wohlhabende Minderheit von Wirtschaftsdenkern ihre Interessen gegenüber der deutlich ärmeren Mehrzahl der arbeitenden Menschen durch und bedient sich dabei des Machtmittels Geld. Und beide sind auf ständiges Wachstum angewiesen. Im Osten ist diese Wirtschaftsform inzwischen zusammengebrochen, bei uns existiert sie noch. Ihr Unterschied lag, abgesehen von der Ideologie, wirtschaftlich hauptsächlich in der Rolle, die der Markt in ihnen spielte. Im Staatskapitalismus, wo Kapital und Produktionsmittel dem Staat gehörten, bestimmten Fachleute, Techniker und Politiker, was die Menschen brauchten und bekommen sollten, was wann, wo, wie und warum produziert und verteilt werden durfte und wem wie viel zugeteilt wurde. Ein solches System, in dem ein Bürokrat in Moskau entschied, wie ein Schreichholz in Wladivastok produziert und auf der Krim verbrannt wurde, nennen wir Planwirtschaft. Sie war aufwendig, benötigte einen riesigen, kostspieligen und korrupten Beamtenapparat, plante an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen vorbei und ihr auffälliges Merkmal war, dass sie nie funktionierte. Millionen Bürger des ehemaligen Ostblocks können ein Lied davon singen, wie binnen dreier Generationen ständiger Mangel und Bevormundung ihnen die anfängliche Begeisterung für ein System austrieb, das einst mit den Versprechen einer gerechten und menschlichen Welt angetreten war. Es erübrigt sich fast darauf hinzuweisen, dass im Staatskapitalismus natürlich diejenigen, die das Kapital verwalteten, besser lebten als diejenigen, die dafür arbeiteten. Die neue Klasse aus Funktionären, Bürokraten, Technikern, Politikern und Militärs. Die Nomenklatura genoss zahllose Privilegien und straffte damit die Ideologie jenes Sozialismus-Lügen, dass das Ziel einer klassenlosen Gesellschaft von Gleichem vertrat. Und selbstverständlich wurde auch im Staatskapitalismus der größte Batzen für Unsinn ausgegeben, allem voran Militär, Misswirtschaft, Raumfahrt und Prestigeprojekte. Der Kollaps der sogenannten sozialistischen Länder im Ostblock hing direkt mit dem Versagen ihres absurden Ökonomiesystems zusammen. Übrig blieb der Privatkapitalismus der westlichen Welt. So wie der Staatskapitalismus sich in seiner eigenen Lebenslüge lieber Sozialismus nannte, bedient sich auch der Privatkapitalismus schicklicherer Namen. Soziale Marktwirtschaft oder freier Markt. Leider ist dies ebenso wenig wahr. Heute triumphiert der Privatkapitalismus weltweit und feiert sich selbst als das Beste aller Systeme, weil der Staatskapitalismus gescheitert ist. Das ist ziemlich töricht. Vor lauter Überheblichkeit übersehen die Fans der Marktwirtschaft, dass ihr System keineswegs das andere besiegt hat. Sie vermögen nicht zu erkennen, dass diese eine Spieler des Kapitalismus zusammenbrach, weil sie versagte und die Menschen sie nicht länger tragen wollten. Und dass ein solcher Zusammenbruch der anderen Spielart unserer ebenso rasch blühen kann. Es handelt sich hierbei eher um Arroganz und alberne Schadenfreude. Eine irgendwie geartete Form grundsätzlicher Überlegenheit kann daraus aber nicht abgeleitet werden. Auch die Privatkapitalistische Marktwirtschaft hat ihre Lebenslüge. Sie besteht in der Annahme, dass alles, das, was sich auf dem Markt verkaufen lässt, auch gut, sinnvoll und vernünftig sei. Und umgekehrt Dinge, die schlecht, sinnlos und unvernünftig sind, sich auf dem Markt auch nicht verkaufen ließen. Der Markt sei der Spiegel der Bedürfnisse und regelt sich am allerbesten selbst. Diese Selbstregelung erzeuge im Wechselspiel von Angebot und Nachfrage einen gerechten Preis und diene daher dem Wohle aller Menschen. Diese wirtschaftliche Theorie nennen wir auch Liberalismus. Und konsequenter Liberalismus gipfelt in der Forderung des Laces fair. Das freie Spiel der Kräfte eines Marktes sollte tunis durch nichts gestört werden. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Nun lässt sich auch diese Theorie mithilfe unserer naiven Sichtweise leicht als das durchschauen, was sie ist. Eine Hilfskonstruktion, mit der die Kapitalisten ihre Interessen als die Interessen aller darstellen möchten. Das Bestreben aller Kapitaleigner ist es, ständig mehr Kapital zu erwirtschaften. Das müssen sie auch tun, denn sonst würde die Wirtschaftsordnung des Kapitalismus nicht funktionieren. Stimmte die Theorie vom freien Markt wirklich, müsste aber irgendwann einmal Sättigung eintreten und das Wachstum stehen bleiben oder gar zurückgehen. Tut es aber nicht. Sobald es danach aussieht, ist Schluss mit dem freien Markt. Und Regierungen greifen hektisch ein mit Schutzzöllen, Kartellen, Warenboykotten und notfalls auch mit Krieg. Wäre der Liberalismus wahr, dürfte es keine überflüssigen, sinnlosen, schädlichen Produkte und Dienstleistungen geben. Wir alle wissen aber, dass es sie gibt. Nicht, weil die Konsumenten sie forderten, sondern weil Kapitaleigner daran verdienen können. Es gibt keinen Markt der Konsumenten für Bundeswehr, Raumfahrt, Umweltgifte, Spekulationsgewinne oder Kriege. Trotzdem gehören sie zu den wichtigsten Verdienstquellen des Kapitals. Sobald das Interesse der Konsumenten an einem Produkt nicht über den Markt entsteht, wird es künstlich hergestellt. Weil nämlich das Interesse des Herstellers, dieses Produkt zu verkaufen, viel mächtiger ist als der Wille des Kunden. Dann ist plötzlich keine Rede mehr von den Selbstregulierungskräften des freien Marktes. Und Werbung, Politik, Brutalmarketing, Lobbyismus, Suggestionen, aggressive Verkaufsstrategien und gesteuerte Moden kommen gezielt zum Einsatz. Bedürfnisse werden aufwendig und kunstvoll geweckt und alle Register in der Psychologie gezogen. Nicht, weil den Menschen etwas fehlte, was sie bräuchten, sondern nur, damit die Wirtschaftsmaschine immer schön auf Hochtouren läuft. Ist das Wachstum gefährdet oder gerade kein Krieg zur Hand, erfindet man eben eine neue Generation, noch hochauflösender, noch größerer, noch flacher und noch farbtreuerer Fernsehgeräte, die wir vorher weder kannten noch vermissten, ohne die plötzlich aber niemand mehr leben kann. Energie, Rohstoffe, Kreativität, Arbeitskraft, Zeit und viel Geld werden für ein neues Massenprodukt verbraucht und die vorherige Generation von Fernsehern wandert auf den Sondermüll. Warum? Weil die Wirtschaft ständig wachsen muss. Weil ein Markt geschaffen werden musste für ein Produkt, das eigentlich nicht nötig ist, aber Profit abwirft. Hat man jemals gehört, dass ein Betrieb zufrieden seine Tätigkeit einstellt oder ein Industriezweig voller Stolz seine Produktion drosselt, wenn die Aufgabe vollbracht oder ein Bedürfnis endlich befriedigt ist? Das wäre wirtschaftlich undenkbar, obwohl es logisch gesehen noch so naheliegend ist. Jeder normale Mensch darf froh sein, wenn er seine Gartenlaube fertiggestellt hat und belässt es dabei. Unsere Bauindustrie aber ist dazu verurteilt, bis in alle Ewigkeit weiterzubauen und würde notfalls das ganze Land asphaltieren, nur weil es in unserem rastlosen Wirtschaftssystem keinen Stillstand geben darf. Was wird wohl passieren, wenn schon bald jede Familie fünf Handys und zwei Autos hat? Die IT-Branche würde sagen, schön, jetzt ist genug, wir schalten mal einen Gang zurück. Und die Automobilindustrie kann endlich verkünden, weil jeder jetzt sein Auto hat, die Umwelt verpestet ist, die Spritpreise unbezahlbar werden und die Straßen sowieso verstopft sind, machen wir jetzt mal was ganz anderes. Das glauben Sie nicht? Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Nein, man wird stattdessen alles tun, damit die Produktion steigt, der Absatz weiter wächst und die Phasen zwischen Wegwerfen und Neukaufen immer kürzer werden. Richtig fortschrittliche Betriebe unterhalten deshalb in ihren Entwicklungsabteilungen ganze Teams, die einst dafür bezahlt werden, sich technische Tricks auszudenken, damit ein Produkt möglichst schnell kaputt geht. Produktion im Kapitalismus richtet sich schon länger, nicht mehr nach irgendeinem sinnvollen Zweck. Die ist zum reinen Selbstzweck geworden. Gäbe es ein freies Spiel der Kräfte auf dem Markt, dann könnte man in vielen Bereichen irgendwann noch einmal Feierabend machen oder die Produktion zurückfahren. Dann bräuchte es auch keine Werbung und keinen Zoll, weder Subventionen noch Produktionsbeschränkungen, weder Preispolitik noch Lebensmittelvernichtung. Gibt es aber alles. Gäbe es einen freien Markt, hätten überflüssige Produkte keine Chance. Nichts aber wird so erfolgreich verkauft wie Dinge, auf die wir eigentlich recht gut verzichten könnten. Es gibt ihnen eben nicht jeden freien Markt, der aus sich selbst heraus die wirtschaftlichen Belange einer Gesellschaft menschlich regelt. Das ist die Lebenslüge der Marktwirtschaft. Ebenso dick wie die der staatskapitalistischen Planwirtschaft, sie sei vernünftig, zweckmäßig und sozial gewesen. Teil dieses freien Marktes ist nach wirtschaftsliberaler Überzeugung übrigens auch der Mensch. Sein Geschick regle sich ebenfalls im freien Spiel der Kräfte. Ist beispielsweise ein Bedarf an Arbeitern vorhanden, dürfen diese arbeiten, also Geld verdienen, also essen, also leben. Wenn nicht, haben sie eben Pech gehabt und müssten eigentlich sterben. Da so etwas die Theorie der angeblich menschenfreundlichen Marktwirtschaft augenfällig widerlegen würde, haben sich moderne Staaten wie Deutschland dazu entschlossen, der Marktwirtschaft, das Wörtchen sozial voranzustellen. Es soll wenigstens niemand verhungern, auch wenn er auf dem Markt, in diesem Fall dem Arbeitsmarkt, keinen Platz hat. Das ist zwar nett, aber letztendlich ein Almosen, ein Opfer, das zum Überleben des Systems gebracht werden muss. Es macht die Absurdität der herrschenden Ökonomie aber um nichts besser, ebenso wie es nichts an ihrer grundlegenden Ungerechtigkeit ändert. Was aber ist eigentlich das Ungerechte am Kapitalismus? Kurz gesagt, die ungleiche Verteilung der Reichtümer im Rahmen eines Wirtschaftssystems, das sich sozial und ökologisch ausgesprochen verheerend auswirkt. Wir wissen, dass sich das Kapital akkumuliert. Es häuft sich zunehmend in den Händen weniger Kapitaleigner an. Es gibt ganze Länder, die praktisch einigen wenigen Familien gehören und eine Handvoll multinationaler Konzerne teilt sich weltweit den größten Brocken an allen Reichtümern dieser Erde. Diese Konzentration von Kapital führt unter anderem zur Bildung von Monopolen verschiedener Art, die ganze Wirtschaftszweige kontrollieren. Monopole können die Preise ziemlich willkürlich diktieren. Vom freien Markt bleibt da nicht mehr viel übrig. Einige der berüchtigten Monopolbildungen lassen sich an den sogenannten Terms of Trade an den internationalen Börsen ablesen, mit deren Hilfe die wohlhabenden Industrienationen die Rohstoffpreise festsetzen. So nehmen die Reichen die Armen aus. Gleiches wiederholt sich innerhalb eines Landes zwischen Reich und Arm oder anders ausgedrückt zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer. Auch hier findet eine Ausbeutung statt. Ausbeutung ist das Grundprinzip des Kapitalismus und seine Anhänger sehen in ihm den eigentlichen Motor für wirtschaftliche Aktivität, auch wenn sie dieses Wort nicht gern in den Mund nehmen. Die Ausbeutung beruht darauf, dass der Unternehmer einen Mehrwert erwirtschaftet, je größer, desto besser. Aus der Differenz zwischen den Investitionskosten, St. Lohn und dem Preis entsteht auf diese Weise der Profit, das eigentliche Ziel unternehmerischer Tätigkeit. Dieses Ziel ist also weder sachlich, noch ethisch, noch inhaltlich, sondern lediglich monetär definiert. Der Profit muss aus Gründen der inneren Logik des Kapitalismus immer möglichst groß sein und ständig wachsen. Wir nennen das Profitmaximierung. So kommen wir zu ungleichen Lohnpreisspiralen, die die Preise schneller anwachsen lassen als die Löhne. Dies heizt wiederum die Inflation mit an und führt zu einer relativen Verelendung derjenigen, die keine Profite machen, der Arbeiterschaft. Das bedeutet günstigenfalls eine Benachteiligung, oft aber den sozialen Abstieg auswendig für diejenigen, die durch ihre Arbeit all die Werte herstellen, an denen andere verdienen. Hierin besteht die grundsätzlich Ungerechtigkeit des Kapitalismus. Denn Menschen, die die Werte schaffen, gehört nur ein kleiner Teil der Früchte ihrer Arbeit. Den größten Teil steckt der Unternehmer ein. Zwar tut er in der Regel auch etwas dafür, aber sein Gewinn ist im Vergleich zu seiner geleisteten Arbeit riesengroß. Im Falle reiner Kapitaleigner fallen sogar immense Gewinne an, für die kein Finger krumm gemacht werden muss. Man spricht dann von arbeitslosem Einkommen. Treffender wäre hier jedoch der Begriff des sozialen Parasitentums. Gerne rechtfertigen Unternehmer und Kapitaleigner ihre Gewinne mit dem Risiko, das sie angeblich trüben. Das aber ist eine rührende Legende. Im Falle unternehmerischer Misserfolge zahlen tausend von Arbeitnehmern mit dem Verlust ihrer Arbeitsplätze, Ersparnisse und Altersvorsorgen, während cleverere Unternehmer wieder auf die Beine fallen und eine neue Firma gründen. Ähnliches gilt für das mehr oder weniger regelmäßige Auftreten von verheerenden Wirtschaftskrisen, die den Kapitalismus heimgesucht haben und wieder heimsuchen werden. Auch hier verelendet in der Regel nicht die Klasse der Unternehmer, sondern die Masse der Menschen, die angeblich kein Risiko tragen. Eine andere Entscheidungsform von Unrechtlichkeit in unserem Wirtschaftssystem ist, dass der Mensch in ihm wenig bedeutet. Er muss sich den Bedürfnissen des Produktionsprozesses anpassen, so fordert es die ökonomische Logik. Dass sich die Form der Arbeit nach den Bedürfnissen des Menschen richten könnte, ist natürlich eine naive Idee. Um im Sinne der Profitmaximierung Kosten zu sparen, müssen Arbeitnehmer oftmals stumpfsinnige, ermüdende oder gefährliche Arbeit verrichten. Meist ist der Mensch nur noch ein winziges Teil in einem Produktionsprozess, von dem er keine Ahnung mehr hat. In den seltenen Fällen hat er noch eine Beziehung zu dem, was er herstellt. Wir nennen das Entfremdung. Entfremdete Arbeit macht weder Spaß, noch ist sie körperlich und geistig dem Menschen angemessen. Beziehung zwischen Mensch und Arbeit, die durchaus kreativ und befriedigend sein könnte, wird in unserer Wirtschaftsform letztlich auch auf ein Geschäft reduziert, das auf einem Markt stattfindet. Der Unternehmer kommt vom Arbeitnehmer die Arbeitskraft. Arbeitskraft wird so zu einer Ware und Arbeit zu einer scheußlichen Sache, die niemand gerne oder gar freiwillig tut. Manche Leser werden mir vorhalten, dass alles sei marklos übertrieben und im Grunde platter Marxismus. Geht es den Arbeitern heute nicht bedeutend besser als früher? Und ein Marxismus ist doch wohl nicht ohne Grund gescheitert. Beides stimmt, hat aber nichts mit der vorgebrachten Kritik zu tun. Zweifellos geht es bei uns, denjenigen, die für andere Menschen arbeiten, heute besser als früher. Das ändert allerdings nichts an der Ungerechtigkeit bei der Verteilung des Profits und auch nichts an der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel. Beides wurde von den arbeitenden Menschen erwirtschaftet, gehört ihnen aber nicht. Relativ gesehen wachsen die Gewinne der Unternehmer schneller als die Einkommen der Arbeitnehmer. Heute übrigens mehr denn je. Vor allem aber darf nicht vergessen werden, dass der Wohlstand der westlichen Welt zu einem großen Teil auf der hemmungslosen Ausbeutung der Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika beruht. Der Schwerpunkt der Ausbeutung hat sich heute global verschoben. Von den Klassen eines Landes zum Nord-Süd-Gegensatz. Deutsche sind ja nicht deshalb so wohlhabend, weil sie etwa so viel fleißiger, pünktlicher und disziplinierter wären als eine Bäuerin auf Sumatra. Ein Mietenarbeiter in Transvaal oder ein Gaucho in der Pampa. Eine Sekretärin in Sao Paulo muss genauso klotzen wie ihre Kollegin in München und ein Industriearbeiter auf den Philippinen macht sich auf der Arbeit keineswegs einen faulen Lenz. Trotzdem bleiben sie im Vergleich zu uns bettelarm. Und viele ihrer Landwirte, die weniger Glück haben, müssen hungern. Solche Ungerechtigkeit liegt im weltweiten Wirtschaftssystem begründet, dass diese Länder fest im Bürgergriff ihre Preis- und Zinspolitik hält. Wir alle, ob wir wollen oder nicht, profitieren davon. Um es einmal krass zu sagen, wir können uns eine Dose Ananas nur deshalb für 49 Cent kaufen, weil irgendwo in Angola Menschen verhungern und ein T-Shirt für 4 Euro, weil in Thailand blutjungen Nähesklavien für uns schuften müssen. Was den Vorwurf des Marxismus angeht, so bleibt zu sagen, dass Marx ja beileibe kein Dummkopf war. Die Kritik, die er an den kapitalistischen Zuständen geübt hat, wird auch von Anarchisten überwiegend geteilt. Und er war nicht der Einzige, der unsere Wirtschaftsform beschaute. Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Most, Rocker und viele andere stimmten mit Marx in der Analyse der kapitalistischen Plage in wesentlichen Punkten überein. Etwas ganz anderes sind die Schlussfolgerungen, die Marx daraus zieht. Sein autoritäres Gesellschaftssystem bleibt auf wirtschaftlichem Gebiet nichts weiter als ein negativer Absatz dessen, was er kritisiert. Die leninistischen Vollstrecker seiner Ideen schufen hier raus mit Hilfe der allmächtigen Partei schließlich einen staatskapitalistischen Horrorstaat. Genau diese Kombination von Planwirtschaft und Parteidiktatur ist im Ostblock gescheitert. Das bedeutet aber keineswegs, auch wenn die Verfechter unserer Ökonomie das gerne so hätten, dass deshalb die Kritik, die Marxisten, Christen, Anarchisten, Moralisten, Philosophen, Ökologen, Politiker, Journalisten, Ökonomen und viele andere Menschen an der kapitalistischen Wirtschaftsordnung üben, ebenfalls überholt und vom Tisch wäre. So erkennen wir am Beispiel Marx, dass die richtige Kritik kein Garant dafür ist, auch die richtigen Alternativen zu finden. Für eine andere Gesellschaft jedoch brauchen wir eine andere Ökonomie. Wie sieht die in den Vorstellungen von Anarchisten aus? Eine anarchistische Ökonomie, anarchistische Wirtschaft beruht auf einer dezentralen Bedürfnisproduktion. Was heißt das? Zunächst mal, dass Produzenten und Konsumenten selbst bestimmen, was sie produzieren, wie sie produzieren und wie sie die Produkte verteilen. In staatlich kapitalistischen Strukturen wäre das kaum durchführbar. In dezentral anarchistischen Strukturen hingegen bietet es sich geradezu an. Dort wäre ja die Gesellschaft ohnehin dezentral und selbstverwaltend organisiert. Dort werden Produzenten und Konsumenten größtenteils identisch und dort bestimmen günstige Voraussetzungen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Arbeitsprozessen und der Auswahl dessen, was wirklich gebraucht wird. Da in einer anarchischen Gesellschaft die Arbeiter gleichzeitig auch Besitzer ihrer Produktionsmittel wären, können zum Beispiel die Belegschaft eines Konzernes wie Daimler Kreisel daran gehen, die Produktionskraft dieses Giganten umzubauen. Entweder für ökologisch verträgliche Verkehrssysteme, alternative Energien, sanfte Technologie. Denn dort, wo benzinfassende Nobelkarossen, Panzermotoren, Raumfahrttechnik oder Kampfflugzeuge gebaut werden, kann man ja auch andere Dinge herstellen. Es war niemals die Belegschaft, die entschieden hat, was in der Daimler Kreisel AG hergestellt wird, sondern die Konzernleitung. Und die richtete sich hierbei nach dem Profit. Und Automobil und Rüstungstechnologie versprachen nun mal hohe Profite. Der einzelne Arbeiter dort baut Autos oder Kampfstätts, nicht unbedingt aus innerer Überzeugung, sondern weil er einen Arbeitsplatz braucht, um Geld zu verdienen. Was er produzieren soll, bekommt er gesagt. In einer Gesellschaft, die in allen Bereichen auf freier, bewusster Entscheidung aufbaut, dürften nach Meinung der Anarchisten gute Chancen bestehen, dass auch in wirtschaftlichen Bereichen die Produzenten andere Entscheidungen treffen als heute die Konzerne. Das Gleiche gelte natürlich für Landwirtschaft, Konsumgüter und Dienstleistungen. Genau betrachtet wäre es in dieser Bedürfnisproduktion das verwirklicht, was der Liberalismus fälschlich für sich in Anspruch nimmt. Dass sich nämlich der Markt frei entfeistet und gemäß den tatsächlichen Bedürfnissen der Verbraucher produziert. Durch die dezentrale Vernetzung einer solchen Gesellschaft wurden viele Waren, Produkte und Lebensmittel in der näheren Umgebung erzeugt und verbraucht. Das könnte ganz beachtliche Transportlager und Logistikkosten einsparen. Es reduzierte den ökologischen Wahnsinn, dass viele Produkte aus reinen Gründen eines Handelsgewinns um die Erde hin und her transportiert werden. Gleiches ließe sich für die Weiterverarbeitung von Rohstoffen erreichen, die sich heute, ebenfalls aus Gründen des Profits, überwiegend die reichen Industrieländer gesichert haben. Eine Veredelung könnte ebenso gut dezentral an den Orten erfolgen, wo die Rohstoffe vorkommen. Import und Export wären dann nur noch für die Produkte nötig, die etwa nur in bestimmten Klimazonen gedeihen oder an bestimmten Plätzen hergestellt werden können. Daher dezentrale Bedürfnisproduktion. Anarchistische Wirtschaftstheoretiker gehen davon aus, dass in einer solchen Wirtschaft am Ende nur noch das hergestellt würde, was alle Menschen der Erde zum Leben, zum Vergnügen und zur Bequemlichkeit brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Einigen mag das jetzt bedenklich nach DDR-Wirtschaft klingen. Grau, fantasielos, einheitlich und immer knapp. In den Augen der Libertären ist es allerdings wahrer Unsinn. Gerade in einer anarchischen Gesellschaft werde es viel Raum für Individualität, Vielfalt und Fantasie geben. Und auch Luxus sei kein Tabu. Sofern es sich dabei nicht um Protzerei auf Kosten anderer handelt, sondern um Freude am Genuss. In den verschiedenartigen Mikrogesellschaften könnten sich verschiedene Menschengruppen auch nach verschiedenen Konsumbedürfnissen und Lebensgewohnheiten zusammenschließen. Von bedürfnislos Grau bis Genuss voll schrill. Wer mehr konsumieren wolle, habe durchaus das Recht, sich diesem Mehrkonsum zu erarbeiten. Was jedoch nach anarchistischer Meinung verschwinden soll, ist die Ausbeutung anderer Menschen. Denn libertäre Wirtschaft müsse eine Solidarwirtschaft sein, die nicht auf parasitären Lebensweise aufbauen dürfe. Eine Ökonomie des Verzichts. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht nur an uns denken können, sondern auch an den Rest der Menschheit. Eine solche Solidarwirtschaft müsste weltweit wirken oder sie hätte ethisch versagt. Heute lebt der kleinste Teil der Menschen im Überfluss, während der größte Teil nicht einmal genug zu essen hat. Heißt das, dass wir Verzicht üben müssen und verdammt werden, zu verarmen? Ja und nein. Verzicht üben müssen wir ganz sicher nicht. Aber nicht etwa deshalb, weil es nicht möglich wäre, allen Menschen ein lebenswertes Leben zu bieten und wir darum unseren Reichtum zu verschenken hätten. Wir werden so oder so gezwungen sein, den manischen Konsumgalok zu bremsen, wie wir ihn in den westlichen Industrienationen pflegen, weil uns nämlich die Verschwendungsorgie, in der wir leben, geradezu in katastrophale Sackgassen führt. Das hat wirtschaftliche, ökologische und demografische Gründe und mit Anarchie überhaupt nichts zu tun. Wollten, nur um ein Beispiel zu nennen, alle Menschen der Erde auch nur annähernd zu verschwenderisch leben, wie wir es für normal halten, würde die Weltwirtschaft augenblicklich zusammenbrechen. Es ist noch gar nicht lange her, dass sich die Staatsführung in China zur Industrialisierung nach kapitalistischem Muster entschlossen hat. Seither gibt es dort für relativ wenige Menschen einen relativ bescheidenen Wohlstand, der jedes Jahr ein wenig wächst. Und schon diese geringe Verschiebung hat binnen eines Jahrzehnts dazu geführt, dass die gesamten Weltverräte von Reis und Weizen aufgebracht wurden und die Getreidepreise explodieren. Soja, Mais und Getreide werden zunehmend für die Fleischmast aufgekauft. Und Menschen in Indien und Afrika können sich kein Brot mehr leisten. Chinas Energiehunger führt zu einem panikartigen Sturm auf die letzten Energiereserven der Erde und es ist abzusehen, wann die zahlreichen geostrategischen Konflikte unserer Tage in einem regelrechten Weltkrieg ums Erdöl münden werden. Wir säßen, wie bei uns üblich, nächste Woche jede chinesische Familie ein Auto, würde sich solch ein Krieg allerdings erübrigen, weil es schon nächstes Jahr kein Benzin mehr gäbe. Das sind übrigens ganz sachliche Überlegungen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, ob wir den Menschen in China unsere Lebensweise gönnen oder nicht. Wenn man bedenkt, dass es allein in Nordrhein-Westfalen mehr Kraftfahrzeuge gibt als auf dem ganzen afrikanischen Kontinent, wird klar, dass es nicht um moralische Fragen geht, sondern um Tatsachen. Um den Irrsinn unserer verschwenderischen Lebensweise, die unmöglich ein Modell für die Menschheit sein kann. In all den genannten Fällen konsumieren wir nämlich mit ungedecktem Kredit, sowohl dem Geld gegenüber als auch der Natur. Kapitel 15 Radikale Ökologie Was aber hätte eine grundlegende ökonomische Trendwende zur Rettung der Umwelt für Auswirkungen auf den sozialen Alltag der Menschen und ihren Lebensstandard. Müsste eine ökologische Gesellschaft einen Rückfall in die Steinzeit bedeuten, wie viele Menschen befürchten? Würde dann in Europa wirklich die Lichter ausgehen, wie vor Jahren in einer PR-Kampagne der Atomlobby behauptet wurde? Das ist Unfug, wenn nicht gezielte Stimmungsmacher aus den PR-Agenturen der Industriekonzerne. Weniger Konsum bedeutet nicht automatisch weniger Lebensqualität und Wohlstand. Elektrischer Strom und Reiseverkehr, Konsumgüter und Unterhaltung, Transport, Genuss und Kommunikation. All das lässt sich natürlich auch ökologisch verträglich herstellen. Die Lichter würden mit Sicherheit nicht ausgehen, die hirnlose Verspendung allerdings hätte ein Ende. Aber, und das bitte nur ein Gedankenspiel, selbst wenn wir keinen Strom mehr hätten, sollten wir nicht annehmen, dass dann das Leben verlöschen würde. In Deutschland wurden die letzten Gemeinden in den 30er Jahren elektrifiziert. Die ersten Städte 80 Jahre zuvor. An all diesen Orten haben vorher tatsächlich Menschen ohne Strom gelebt. War deren Leben nicht lebenswert? Waren sie unglücklicher als wir? Viele Errungenschaften der Technik, ohne die wir uns heute ein Leben nicht mehr vorstellen können, gibt es auf der meterlangen Messlatte menschlicher Zivilisation erst auf den letzten Millimetern. Die Behauptung, ohne sie nicht mehr leben zu können, ist einfach lächerlich. Sollten wir nicht fähig sein, auf einiges zu verzichten, wenn der Preis dafür kollektiver Selbstmord wäre? Wie gesagt, Elektrizität bliebe uns durchaus erhalten. Auch ich will ebenso wenig wie Sie auf einen Kühlschrank verzichten oder im Winter frieren. Ein weniger an Konsum aber kann für unser Leben durchaus ein Mehr an Qualität bedeuten. Einschränkung jedoch ist unumgänglich. Es ist augenfällig, dass die logischen Folgen unseres Wirtschaftssystems an die Grenzen der Natur überstoßen. Kapitalorientierte Wirtschaft muss ständig wachsen, sonst funktioniert sie nicht. Natur aber kann nicht einfach wachsen. Sie befindet sich in einem Gleichgewicht. Nichts ist unendlich, nichts unbegrenzt vorhanden. Eine Weile hält die Natur unser Wachstum aus und das tut sie schon ziemlich lange. Aber dieses Wachstum hat Grenzen und wir sind schon sehr nah dran. Wenn all das so ist, können wir daraus nur den Schluss ziehen, dass Ökonomie, so wie sie ist, mit Ökologie nicht zusammenpasst. Zweitens gibt es den Zusammenhang zwischen Herrschaft und Ökologie. In den Büchern der Genesis spricht Gott zu den Menschen und gibt ihnen den Auftrag, recht fruchtbar zu sein, sich zu vermehren, die Erde zu füllen, zu unterwerfen und zu beherrschen, samt aller Natur. Einschließend der Fischbrut der Meere und der gefiederten Tiere des Himmels. Die Menschen des christlichen Abendslandes haben dies in aller Regel als blanke Vollmacht zur rücksichtslosen, loser Ausbeutung und Unterjochung verstanden. Von dieser autoritär patriarchalen Leseart der Bibel zehrt unsere Staatlichkeit bis auf den heutigen Tag. Und die meisten Menschen scheinen sich auch an die merkwürdige Idee der Herrschaft des Menschen über den Menschen gewöhnt zu haben. Die Idee einer Herrschaft über die Natur aber scheint zur Lebenslüge und Sterbensphilosophie unserer Zivilisation zu werden. In der Natur nämlich gibt es ein solches Prinzip nicht. Oder, falls wir den Menschen mit seiner Zivilisation dazu rechnen wollen, es ist ein beispielloser Vorgang. Kein anderes Lebewesen hat bisher die Tendenz gezeigt, flächendeckend alle anderen Lebewesen zu beherrschen oder zu unterdrücken. Dass der Löwe König der Tiere genannt wird, ist eine alberne menschliche Projektion. Die Idee einer systematischen und alleumfassenden Unterwerfung kennt nur der Mensch. Gewiss gibt es in der Natur Hierarchien, aber die Natur funktioniert nicht nach dem Prinzip der Unterwerfung aller anderen Strukturen unter einer einzelnen Struktur. Natur ist vielfältig und parallel organisiert. Nur so findet sie zu ihrem chaotischen, aber stabilen Gleichgewicht. Jede Hegemonie einer Struktur, ihrer Herrschaft über alles andere würde dieses Gleichgewicht zerstören. Drittens gibt es den Zusammenhang zwischen Zentralismus und Ökologie. Natürliche Kreisläufe sind sehr effektiv, manchmal weltumspannend oder auch winzig klein. Sie neigen aber nicht zur Zentralisierung, sie organisieren sich dezentral. Jeder funktioniert für sich in einem geschlossenen System, verschiedene Systeme aber sind untereinander vielfältig vernetzt und letztlich hängen alle auf irgendeine Art zusammen. Die Knotenpunkte solcher Netze sind zwar zentrale Schaltstellen, aber sie funktionieren nicht hierarchisch, sondern wirken stets in alle Richtungen. Interaktionen bestimmt die Grammatik, die zwischen Lebewesen, Mineralien, Biotopen und Biosphäre besteht. Die heutige menschliche Zivilisation jedoch ist geradezu vernarrt in den Gedanken der Zentralisierung. Vor allem deshalb, weil sie sich bisher bei der Maximierung von Profiten und der Erhaltung von Macht bewährt hat. Auf die Umwelt jedoch wirkt sie katastrophal. Sie führt zur Bildung von Megastädten, die in ihren eigenen Abgasen ersticken, zu Klimakollaps und Verkehrsinfarkt, zu unbewohnbar gewordenen Industrie, Regionen und einer urbanen Unwörtlichkeit, die die Leute krank macht und in die soziale Vereinsamung treibt. All das, was hier an Zusammenhängen dargestellt wurde, geht weit über den grünen Punkt, den jährlichen Abgastest und die Wahl des richtigen Spülmittels hinaus. In unserem von Umweltproblemen bedrängten Alltag scheinen sie sehr weit hergeholt, zum Verständnis von Ökologie sind sie jedoch wichtig. Vor allem aber zur Findung einer ökologischen Alternative. Ich habe eingangs die Behauptung aufgestellt, die Natur würde im Zweifelsfalle den Menschen eher überleben, als dass der Mensch ohne Natur auskäme. Ich kann das nicht beweisen und hoffe inständig, dass es nie bewiesen werden möge. Aber es ist wahrscheinlich, und alle Erfahrung spricht dafür, dass auch wenn der Mensch seine Lebensgrundlage zerstört und ausstört, irgendeine Art von Leben weiter bestehen, sich entwickeln und wieder ein Gleichgewicht finden würde. Sogar nach einer nuklearen Weltkatastrophe. Aber warum? Weil die Natur anders organisiert ist als die menschliche Zivilisation und sich dadurch besser anpassen kann. Die heutige Gesellschaft ist zentralistisch, hierarchisch, uniform, expansiv, zerstörerisch und dominant. Natur ist das genaue Gegenteil. Dezentral, vernetzt, chaotisch, lokal, schöpferisch und interaktiv. Kommt uns das nicht bekannt vor? Ohne Frage ist Natur ihrer Struktur nach anarchisch. Aber Vorsicht! Natur ist nicht anarchistisch und Anarchismus ist nicht natürlich. Platte Gleichsetzungen helfen hier nicht weiter. Und die krampfhaften Versuche mancher Anarchisten mit brachialen Verbiegungen eine soziale Idee mit Naturphänomenen in Deckung zu bringen, ist nachgerade peinlich. Anarchismus ist ein gesellschaftliches Phänomen, das auf eine andere Organisation der menschlichen Zivilisationen abzielt. Nicht mehr. Soziale Phänomene mit Natur gleichzusetzen ist Unsinn. Anarchie will nicht die Natur kopieren, sondern das Leben der Menschen anders organisieren. Wichtig ist etwas ganz anderes. Man darf vermuten, dass die Strukturen der Anarchie der Struktur der Natur angemessener werden. Beides könnte wahrscheinlich besser miteinander auskommen, als dies mit unserem jetzigen Zivilisation der Fall ist. Das ist alles. Aber genau besehen nicht gerade wenig. Kapitel 19 Die freie Gesellschaft Eine Utopie? Beispiel Kriminalität Nehmen wir einmal das große Angstthema Kriminalität. Der Anarchismus behauptet, dass soziale Ungleichheit die häufigste Ursache und soziale Prägung der häufigste Auslöser von Verbrechen sind. Und nur ein geringer Teil der Kriminellen sich aus psychischen oder somatischen Gründen abnorm verhält. Sein Ideal besagt, dass in der Anarchie Kriminalität faktisch ausstirbt. Und dass Menschen, die sich trotzdem gegen die Gesellschaft vergehen, Hilfe statt Strafe zuteil wird. Projiziert man dieses Ideal nun auf die pragmatische Vorstellung einer realen anarchischen Gesellschaft, so darf man in der Tat davon ausgehen, dass vieles von dem, was heute als kriminell eingestuft wird und strafbar ist, völlig absurd werden dürfte. Der überwiegende Teil aller Straftassen sind Eigentumsdelikte der verschiedensten Art. Eigentum ist ein Grundprinzip des römischen Rechts und somit ein Eckpfeiler unserer Justiz. In einer anarchischen Gesellschaft kämen jedoch ganz andere Grundwerte zum Tragen. Sofern sie nach den Prinzipien einer libertären Bedarfswirtschaft organisiert wäre, in der ohnehin fast alles kostenlos zur Verfügung steht, würde Piepstahl, Raub, Betrug oder Bestechung zu Sinnlosigkeiten in einer geldfreien Solidarwirtschaft gar zu einer ziemlichen Unmöglichkeit. Zu Zeiten, als die gesellschaftliche Wirklichkeit noch aus Hunger- und Adelspublikien bestand, war beispielsweise Wilderei ein häufiges Eigentumsdelikt, das mit dem Tode bestraft wurde. Mit der Veränderung der Gesellschaft verlor dieses Verbrechen seine Bedeutung. Die wenigen verbliebenen Wildliebe gefährden heute keineswegs den Bestand unserer Republik. Das jedoch, was nach den anarchistischen Grundwerten wirtschaftlich kriminell ist und bei uns eine Tugend, nämlich Kapitalakkumulation, Zinsknechtschaft, Ausbeutung oder Spekulation, wäre innerhalb der Strukturen einer anarchischen Gesellschaft im großen Stil gar nicht mehr durchführbar, im kleinen Stil ungemein erschwert. Überdies würde all das in einer Gesellschaft, in der Sozialprestige kaum noch mit Besitz oder Geld erkauft werden kann, für den Einzelnen wenig verlockend. Das heißt aber nicht, dass sich nicht immer noch Menschen, aus welchen Gründen auch immer, an individuellem Besitz anderer Menschen vergehen könnten. Nur, in einer Gesellschaft, die auf Eigentum gegründet ist, wäre das Opfer viel stärker geschädigt, als in einer Gesellschaft, in der alles gratis ist und der Besitz privater Güter eine eher unwichtige Nebensächtigkeit darstellt. Ebenso, wie es aus pragmatischer Sicht einen entscheidenden Unterschied macht, ob eine Gesellschaft jährlich mit 3 Millionen oder mit 10.000 Eigentumsdelikten zurechtkommen muss. Ähnliche Überlegungen lassen sich zu Gewaltverbrechen anstellen. Soziale Unterdrückung, Marginalisierung, Armut, sexuelle Repression, gesellschaftliche Frustration können Aussage für Verbrechen wie Mord, Amoklauf, Raubüberfall, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung oder Geiselnahme sein. Es ist nicht abwegig anzunehmen, dass in einer Gesellschaft die Repressionsärmer, dezentraler, sozial-integrativer, wirtschaftlich gerechter, sexuell emanzipierter und gesellschaftlich vielfältiger ist als unsere, diese spezifischen Ursachen von Gewaltkriminalität ganz erheblich abnehmen dürften. Wir kennen das aus unserer eigenen Geschichte. Das Töten im Duell etwa war in einer feudalen Altsgesellschaft ein häufiges, aber völlig legales Gewaltverbrechen, weil in ihrem ethischen Mittelpunkt ein strikter Erbegriff stand. Zusammen mit seinen gesellschaftlichen Ursachen ist es schließlich völlig verschwunden. Aber selbst wenn alle Ursachen für Kriminalität minimiert werden könnten, würde es ohne Zweifel auch in einer anarchischen Gesellschaft noch immer Menschen geben, die scheinbar grundlos andere Menschen töten, verletzen, vergewaltigen oder bedrängen. Als letztes Beispiel zur Kriminalität sei jene große Gruppe von Delikten genannt, die auf den Gleichmachungszwang unserer starren Gesellschaftsstrukturen zurückzuführen ist. Unsere Gesetze sind von einer oft unsinnigen, normativen Kraft bestimmt, die die Unterschiedlichkeit der Menschen verleugnet und ihnen folgerichtig einen Großzahlen ihrer Individualität und Entfaltungsfreiheit nimmt. Ein beträchtlicher Teil der strafbaren Regelverstöße ist bildquirlig festgelegt oder reine Geschmackssache. Was ein Verbrechen ist, ändert sich mit jeder Zeitgeistwelle, sieht in jedem Land anders aus und hat meist überhaupt nichts mit einer wirklichen Bedrohung der Menschen zu tun. In Afghanistan kann ein bekiffter Moslem beim Anblick einer Flasche Bier vor den kalten Entsetzen gepackt werden, während in einem bayerischen Biergarten leicht jemand verhaftet werden kann, der genüsslich seine haschig Pfeifchen raucht. Oder denken wir an der Strafgeirdigkeit von Heresie, Homosexualität, Gotteslästerung oder Rassenschande, die in Deutschland allesamt einmal todeswürdige Verbrechen waren und in manchen Ländern nach wie vor sind. Bei uns wird die Ahnung sozialer Regelverstöße in Gesetzen vorweggenommen und der Polizei überlassen. Das ist in einer uniformen Gesellschaft mit einer zwangsweisen Einheitsethik auch kaum anders denkbar. In einer poliformen Gesellschaft hingegen, die aus beliebig vielen kleinen, autonomen und freiwillbaren Gesellschaften unterschiedlicher Ethiken besteht, dürfte auch von solcher Kriminalität wenig übrig bleiben. Denn jeder Mensch könnte dort leben, wo sein Verhalten regelkonform ist. Trotzdem, es wird immer Menschen geben, die nirgends klarkommen, keine soziale Heimat finden und auch in der freiheitlichsten aller Gesellschaften noch gegen gesellschaftliche Regeln verstoßen. Die pragmatische Spekulation des Anarchismus geht nun dahin, dass auf diese Reste sozialen Fehlverhaltens, die wir getrost Kriminalität nennen dürfen, anders reagiert werden kann, als mit einem riesigen Unterdrückungsapparat von Regierung, Justiz, Polizei, Gefängnissen oder Todesstrafe. Ein Apparat, der überdies noch miserabel funktioniert. Alle Welt weiß, dass unser Strafsystem keineswegs dazu geeignet ist, Kriminalität zu verhindern oder gar auszurotten. Es bringt sie eher noch hervor. Ebenso einsichtig ist, dass das Strafprinzip innerhalb der Vorgaben seiner eigenen Logik unmoralisch ist. Denn er straft mit denselben Taten, die es andererseits unter Strafe stellt. Geldstrafe als Form des Diebstahls, Freiheitsstrafe als Form der Freiheitsberaubung, Todesstrafe als Form staatlich sanktionierten Mordes. Sollte es nicht möglich sein, in einer anders strukturierten Gesellschaft mit den verbleibenden nicht angepassten Menschen menschlicher zu verfahren? An dieser Stelle finden anarchistisches Ideal und anarchistische Pragmatik wieder zueinander. Wenn vor hundert Jahren ein Kopotkin, Proudhon, Rekulos oder Bakunin davon sprachen, dass der Kriminelle als Kranker Heilung statt Strafe erwarten müsste oder als fehlgeleiteter Verständnis und Integration statt Verfolgung und Ausgrenzung, so ist dies das Ideal. Die pragmatische Realität versuchte, dem zu entsprechen, als etwa 1936 in der Spanischen Revolution, die Anarchosynikalisten inmitten eines unsäglichen Bürgerkriegs begannen, Justiz und Strafvollzug radikal zu humanisieren und sich um Alternativen zum Ordnungsfaktor Polizei bemühten. Selbst gegenüber ihren Todfeinden versuchten es die Libertarios mit dem Appell an die Einsichtigkeit für ihre gute Sache. Sofern bewaffnete Faschisten, die spontane Volksgut überlebten und regulär gefangen genommen wurden, internierte man sie in Lagern, in denen man sie mit rührender Hingabe von den hohen Idealen des Anarchismus und der Honorigkeit des libertären Humanismus zu überzeugen versuchte. Am liebsten mit dem praktischsten Beispiel. Bewacher und Bewachter erhielten dieselbe Verpflegung, dieselbe Kleidung und dieselbe Unterbringung. Und selbstverständlich erlaubten die fortschrittlichen und von den Segnungen der freien Liebe überzeugten Anarchisten ihren Gefangenen auch, sich nach Feierabend von ihren Ehefrauen besuchen zu lassen. Bis zum nächsten Morgen, versteht sich. Solch bizarre Phänomene wie ein veritabler anarchistischer Justizminister oder ein syndikalistischer Gefängnisleiter stellten sich der schwierigen Aufgabe, einen Weg zu finden zwischen den anarchistischen Idealen und dem berechtigten Schutzbedürfnis der Menschen. Sie bewiesen der staunenden Bevölkerung, dass es auch anders ging und dass trotzdem kein kriminelles Chaos ausbrach. Eine ihrer ersten Maßnahmen in Barcelona bestand übrigens im Abriss des berüchtigten Frauengefängnisses. In der Fantasie des Bürgers allerdings wird von solchen Überlegungen und Idealen zumeist nur der plakative Slogan hängen. Die Anarchisten wollten die Gefängnisse abreißen und alle Kriminellen durften frei herumlaufen. Zu seiner Bewährung macht die Tatsache dienen, dass mittlerweile ein durch und durch seriöser Wirtschaftswissenschaftszweig namens Abolitionismus sich ohne jeden staatsfeindlichen Hintergedanken dieses Themas angenommen hat und zu ganz ähnlichen Ergebnissen gelangte. Leider nur in der Theorie. Soweit die Auszüge, die ich aus dem ersten Teil, den ersten 150 Seiten ausgewählt habe, wo es darum geht, die Idee der Anarchie zu erfassen, die Horst Sturwasser hier umreißt. Und wo er auch durchaus eben kritisch bleibt, dass Anarchie keine Ideologie sein soll, sondern eine Struktur oder einen Rahmen, in dem eine freiheitliche, herrschaftsfreie Gesellschaft möglich ist und die letztendlich nur von den Menschen, die diese Gesellschaft wünschen und in ihr Leben wollen, auch geprägt würde. Ich wechsle jetzt zum zweiten Teil, der größte Teil des Buches. Für etwa 300 Seiten umfassend geht es jetzt tatsächlich um die Geschichte, was ist der geschichtliche Erfolg, was waren die geschichtlichen Rückschläge der Anarchie, der anarchistischen Geschichte, vor allen Dingen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber auch schon deutlich davor. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Ich habe wieder versucht, auch hier einige spannende Teile rauszusuchen, allerdings entsprechend weniger aufgrund dieser großen, ja, großen Sammlung von geschichtlichen Informationen. Aber auch hier kann ich jedem nur ans Herz legen, wer sich dafür interessiert und sich auseinandersetzen möchte und vor allen Dingen wissen, erfahren möchte, dass die Anarchie nicht nur in der Theorie existiert, sondern auch praktisch etliche Erlebnisse, Gelegenheiten, wenn auch teilweise nur kurzbeschienen, hatte, um Fuß zu fassen und zumindest auch das Wissen darum, dass die Anarchie nicht deswegen gescheitert ist, weil sie nicht funktionieren würde, sondern weil sie im Regelfall militärisch niedergerungen wurde. Daher nehme ich euch jetzt mit in den zweiten Teil der Geschichte und der Vergangenheit der Anarchie. Kapitel 20 Mama Anarchia vom weiblichen Urgrund der Freiheit Mal ganz ehrlich, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Steinzeit hören? Der halbnackte, in einem Bärenfall gewandete Fred Feuerstein vielleicht, der seine Wilma an den Haaren in die Höhle schleift oder mit der Keule Bisons erschlägt? Ein Ciché, zweifellos, aber ein tiefsitzendes. Denn Steinzeit, das steht als Synonym für Primitivität und Mangel, Brutalität und harter Kampf. Kultur, Technik, Wohlstand, eine Verfeinerung der Sitten gar, das wäre vermutlich das Letzte, was wir im Neolithikum verorten würden. Eine Epoche, in der um 11.000 v. Chr. in den Pyrenäen nach Höhlenwände bemalt wurden und die erst um 9.700 v. Chr. das Ende der Eiszeit erlebte. In der jedoch bereits um 10.200 v. Chr. die bislang älteste bekannte Steinzeitstadt Halani Chemie entstanden war. Die Steinzeit, ein Zeitabschnitt vor gut 6.000 Jahren, in der die Neolithische Revolution den Menschen nicht nur Sesshaftigkeit, Ackerbau und Viehzucht bescherte, sondern auch hochentwickelte und überaus humane Sozialsysteme. Eine Epoche, die so völlig anders war als Fred Feuersteins brutale Comic-Welt. Erst an ihrem Ende setzte sich ganz langsam zwischen 4.000 und 3.000 v. Chr. ein anderes System durch. Eine Kultur, die von Herrschaft, Ausbeutung und Unterdrückung geprägt war. Die neuen Kulturträger waren an Macht interessiert. Sie nutzten die Innovationen der Metallverarbeitung zur Herstellung von Kriegswaffen und die Erfindung der Schrift zur Fixierung von Gesetz, Eigentum und Strafe. Es war die Geburt eines Systems, das wir heute ganz allgemein den modernen Staat nennen. Eine besondere Geschichte, die ihr hier in diesem Kapitel ausbreitet, ist die von Katalhög, einer steinzeitlichen Stadt um 7.300 bis 6.100 v. Chr. Und da möchte ich nur eine kurze Anekdote herausgreifen, wie auch die Archäologen unserer Zeit auch immer Kinder ihrer Zeit sind und wie sehr die Vorstellung von Herrschaft auch wiederum beeinflusst, was wir in der vermeintlichen Geschichte oder in der Archäologie zu finden meinen. So konnte sich auch James Mallard, aufgeklärter Archäologe zwar, aber eben auch ein Kind seiner Zeit, unmöglich vorstellen, dass der gesellschaftliche Reichtum, den er bei seinen ersten Ausgaben vorfand, allgemeiner Art gewesen wäre. Für ihn stand fest, dass das Areal, in dem er grub, aufgrund des Wohlstandes nur das Priesterviertel gewesen sein könnte. Erst nachdem Jahrzehnte später feststand, dass es in Katalhög überall gleich aussah, dass es weder Tempel noch Repräsentationsbauten gab, keine Priesterkaste und keine Opferaltäre, wurde klar, dass man hier die Reste einer klassenlosen Gesellschaft ausgegraben hatte. Doch im Jahr 2003 verfolgte Mellards Kollege Ian Horder den Verlauf mehrerer mysteriöser, konsentrisch angelegter, langgestreckter Flächen in der Annahme an ihrem Treffpunkt endlich die bisher vermissten Tempel oder Repräsentationsbauten zu entdecken und fand stattdessen die zentrale Mülldeponie. Kapitel 23 Eigentum ist Diebstahl. Proudhon und die Anfänge des Anarchismus. Der Auseinandersetzung zwischen Marx und Bakunin war bereits 25 Jahre zuvor in einer symbolträchtigen Polemik zwischen Marx und Proudhon vorweggenommen worden. Als der deutsche Kommunist den französischen Anarchisten für die Mitarbeiter in seinem Projekt gewinnen wollte, antwortete Proudhon, machen wir uns nicht zu Führern einer neuen Intoleranz, posieren wir nicht als Apostel einer neuen Religion und sei es auch die Religion der Logik und der Vernunft. Lassen Sie uns, wenn Sie wollen, gemeinsam die Gesetze der Gesellschaft suchen, die Wege, auf denen sie verwirklicht werden und den Prozess, nachdem es uns gelingt, sie zu entdecken. Hüten wir uns jedoch um Himmels Willen, den Leuten nach der Zertrümmerung aller vorgefassten Dogmen unsererseits eine neue Doktrin einzuimpfen. Unter diesen Bedingungen trete ich mit Vergnügen in ihre Assoziation ein, andernfalls nicht. Mit gutem Gespür hatte Proudhon die Falle der marxistischen Dogmatik gewitwert und den Finger auf den wunden Punkt gelegt, die Gefahr einer kommunistischen Diktatur. Marx hatte ihm das nie verziehen. Auf Proudhons Buch, die Philosophie des Elends, konterte er geschickt mit der Polemik das Elend der Philosophie, in der Proudhon Unwissenschaftlichkeit vorwarf. Er ließ kein gutes Haar mehr an seinem ehemaligen Förderer und sprach ihm rund heraus seine Fähigkeit als Ökonom und Philosoph ab. Proudhon reagierte lakonisch. Der wirkliche Sinn dieses Werkes von Marx ist, dass er bedauert, dass ich überall gedacht habe wie er und es vor ihm gesagt habe. Kapitel 25 Empörung und Revolte Bakunin und der kollektivistische Anarchismus 1848 bekam Europa einen ausgewachsenen politischen Husten. Am 23. Februar ließt Paris, am 24. ist Frankreich eine Republik. Der Virus scheint ansteckend zu sein. Im Laufe des Jahres springen Aufstände und Proteste, Revolutionen und Revolutionchen kreuz und quer durch den alten Kontinent. In Wien fliegt der Kaiser, in Berlin der König. Metternich, der Architekt der monarchistischen Restauration, muss abdanken. Meetings und Barrikaden, Pulverdampf und Parlamente sind der Anfang vom Ende der alten Fürstenorden. Allenthalben wählt ein frischer Wind in den konservativen Mief, der seit Napoleons Ende wie unter einer Käseglocke auf Europa lastete. Kaum ein Landstrich Mitteleuropas, der nicht von diesem unschützerischen Fieber gepackt wird. Slaven mucken gegen Österreich und Russland auf. Franzosen wollen Freiheit, Deutschland, Parlament und Italiener eine demokratische Vereinigung. Es war, als wenn ein bodelnder Kessel Dampf ablassen musste. Zwar gelang es den alten Kräften in monatelangem Ringen, den Deckel wieder auf den Topf zu kriegen, aber es kostete sie viel Mühe und immer wieder hob sich der Deckel von neuem. In der Pfalz, im Badischen und in Sachsen, in Polen, Russland und in Italien. In Spanien und immer wieder in Paris, wo die Barrikade fast zu einer städtebaulichen Tradition avancierte. Die Opposition bezahlte mit vielen Toten, Verfolgung und Exil. Aber die Gesellschaft war nicht mehr die alte. Das enschieren Regime war erschüttert. Die Anhänger neuer Ideen hatten, trotz ihrer Niederlage, die eigenen Kräfte gespürt. Eine neue Ära war angebrochen, in der der Ruf nach Freiheit nicht mehr verstummte und an deren Ende das Verschwinden der monarchistischen Nationalstaaten stehen sollte. Unter dem Ruf nach Freiheit verstanden die verschiedenen Menschen freilich die verschiedensten Dinge. Vordergründig waren die 48er bürgerliche Revolutionen. Die sozialen Verhältnisse des Industriezeitalters hatten eine besitzende Klasse hervorgebracht, die zwar zunehmend wirtschaftliche Macht besaß, aber politisch nichts zu melden hatte. Sie strebte nach nationaler Einigung und einem parlamentarischen System, in dem sie ihre Interessen durchsetzen konnte. Möglichst noch mit einem netten Monarchen als Galionsfigur. Der Bourgeoisie hatte kein Interesse an radikaler Änderung und globaler Befreiung der Menschheit, sondern an einem angemessenen Beteiligung seiner Klasse, an der politischen Macht im Staat. Im besten Fall war er liberal gesinnt, in der Regel aber ging ihm eine Gesinnung völlig ab. Mit Freiheit hatte das nur begrenzt zu tun, mit sozialer Gerechtigkeit schon gar nichts. Und dennoch wurde durch diese Erhebung Kräfte entfesselt, die diesen engen Rahmen bürgerlicher Freisinnigkeit längst verlassen hatte. Denn auf den Barrikanen standen meist nicht die satten Bürger, die warteten lieber ab und versuchten, im Parlament die Ernte der Kämpfe einzubringen. Diejenigen, die auf die Straße gingen, waren ärmer an Geld, aber reicher an Fantasie. Und natürlich waren sie radikaler. Es waren freiheitstrumpende Studenten und zornige Fabrikarbeiter, philosophierende Weltverbesserer und abenteuerlustige Revoluzzer, hungrige Frauen und Kinder aus den Vorstädten, verarmte Handwerker, honorige Professoren und radikalisierte Wandergesellen. Und auch einige Aristokaten, die ihrer Klasse radikal den Rücken gekehrt und sich mit Haut und Haaren der freiheitlichen Revolte verschrieben hatten. Einer von ihnen hieß Michael Bakunin. Skizzen einer freien Gesellschaft. Andererseits war es auch Bakunin völlig klar, dass eine Revolution ohne Zielverstellung ebenso verbrecherisch wäre. Im Gegensatz zu seinem Image ist seine Philosophie nämlich stellenweise ausgesprochen konstruktiv. Der Unterschied zu anderen Theoretikern liegt vor allem darin, dass er bewusst vieles offen lässt und damit Spielraum für Möglichkeiten bietet, die heute noch gar nicht vorstellbar sind. Raum für Spontanität. Für Bakunins heißt das Ziel einer neuen Gesellschaft Freiheit. Die sollte absolut für alle mündigen Menschen gelten und frei von Dogmen sein. Jede Art sozialistischer Religion lehnte er ab. Für ihn ist es, im Gegensatz zu Proudhon übrigens schon selbstverständlich, dass die Frau, deren besondere Qualitäten er immer wieder hervorhebt, die gleichen Rechte haben müsse wie der Mann. Freiheit bedeutete das Recht auf autonomes Handeln. Verantwortlich sei das autonome Individuum dabei zunächst gegenüber sich selbst, das heißt seinem Gewissen und seiner Vernunft, und dann gegenüber der Gesellschaft, aber nur in dem Maße, wie es ihr freiwillig angehört. Geschickt verknüpft Bakunin individuelles Glück mit gesellschaftlicher Freiheit. Man könne nur dann wirklich frei sein, wenn auch die Menschen drumherum die gleiche Freiheit genießen könnten. Das soziale Umfeld wird hiermit zur Voraussetzung persönlicher Freiheiten, denn der einzelne Mensch alleine in der Natur sei alles andere als frei. Bakunins weistete nicht daran, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und in der Regel stets dazu tendiert, das Leben in Gesellschaft vorzuziehen. In der Anarchie allerdings hätte er zu einer wirklichen Wahl erstmals die Gelegenheit, denn hier gäbe es verschiedene Alternativen. Bakunin spricht von autonomen Gemeinden, die sich auf der Ebene der Provinzen in freiwilliger Föderation zusammenschließen können, aber nicht müssen. Jede Administration, Struktur und Entscheidungsfindung sollte dabei unbedingt von unten nach oben von der Peripherie zum Zentrum erfolgen. Freiheit aber bliebe ohne wirtschaftliche Kerechtigkeit ein leeres Wort. Daher will Bakunin Gleichheit, nicht der Menschen, sondern ihrer Chancen und Rechte. Klassen, Rangordnungen und Privilegien gehören abgeschafft. Ausgehend von Proudhon forderte er, dass der Boden Eigentum aller sein solle, aber im Besitz derjenigen bliebe, die ihn bearbeiteten. Bis hin zur Frage der Erziehung und dem richtigen Umgang mit Straftätern machte sich der angebliche Feind aller Pläne so seine Gedanken. Allerdings will er sie nur als Vorschläge verstanden wissen. Entscheidend wird, da machte er keine Abstriche, in jedem Fall das Volk. Die anarchistische Gesellschaft bakunischer Trägung beruht aber nicht nur auf der Gleichheit der Rechte, sondern auch der Pflichten. Obwohl das Individuum sich frei und lustfrei entfalten können soll, lässt Bakunin keinen Zweifel daran, dass für ihn die gesellschaftliche Gruppe die Basis des sozialen Lebens ist. Nur in der Gesellschaft werde der Mensch zum Menschen. Das Kollektiv ist Garant der Freiheiten und Rechte eines jeden, hat aber auch eigene Rechte. Also müsse auch jeder Mensch, der sich einer Gesellschaft anschließt, dieser seiner Gesellschaft dienen. Nur in dem Maße könne er von ihr eine Gegenleistung erwarten. Alle erwachsenen und gesunden Menschen sollten zur Arbeit angehalten werden und nur gemäß ihren Leistungen hätten sie Anspruch auf die Früchte der Arbeit. Das Recht, eine Gesellschaft durch Ausschluss vor Parasiten zu schützen, wird ausdrücklich erwähnt. All das erinnert stark an die sozialjuristische Rechtfertigung gewöhnlicher Staaten in ihrem Anspruch auf Loyalität. Das klingt etwas überspitzt interpretiert nach dem recht unanarchistischen Satz »Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen«. So ist es jedoch nicht zu verstehen. Denn bei einer Ähnlichkeit gibt es zwei entscheidende Unterschiede. Zum einen muss dieser Standpunkt als eine nur zuverständliche Reaktion auf die parasitäre Lebensweise des Adels und des Bürgertums verstanden werden, die ohne entsprechende Leistung auf Kosten der Ärmsten in ex-oberantem Überfluss lebten. Zum anderen stand dahinter die Überzeugung, dass eine Gesellschaft nur dann ausreichend Waren und Lebensmittel produzieren könne, wenn alle Menschen fleißig zupackten. Das Recht auf Faulheit wird nicht deshalb verwehrt, weil es unmoralisch wäre oder weil es vielleicht Herrn Bakuni nicht gefallen hätte, sondern weil der realistische Revolutionär nicht ganz zu Unrecht vermutet, dass sie die Gesellschaft seiner Zeit dieses Recht einfach nicht leisten könne. Eine Sichtweise, für die man bei dem niedrigen Produktivitätsgrad und der geringen technischen Entwicklung Mitte des 19. Jahrhunderts Verständnis aufbringen muss. Diese Sichtweise einer anarchistischen Gesellschaft wurde in den libertären Theorie-Debatten späterer Jahre als kollektivistischer Anarchismus bekannt. Und man stellte sie im Gegensatz zum kommunistischen Anarchismus, dessen Vertreter Peter Kopotkin war. Der allerdings konnte die Entwicklung der Produktivität schon viel optimistischer einschätzen. Denn er war einige Jahrzehnte jünger und glaubte als Wissenschaftler außerdem an den technischen Fortschritt. So proklamierte er guten Gewissens das Recht eines jeden Mitglieds der Gesellschaft auf ein menschenwürdiges Auskommen, unabhängig von seiner Leistung. Es darf bezweifelt werden, dass der Unterschied zwischen den Modellen dieser beiden Anarchisten so bedeutend war, wie er oft dargestellt wird. Vielleicht hat die anarchistische Scholastik hier ein wenig über die Stränge geschlagen und einen etwas künstlichen Gegensatz aufgebaut, der lange Zeit für vorfuchtlose Spitzfindigkeit sorgte. Jedenfalls kann man dem alten Bakunin kaum unterstellen, dass sein kollektivistischer Anarchismus die Vision einer Art Zwangsarbeiterkolonie war. Wenn man solch zeitlos humanistische Sätze wie die folgenden liest, die er 1865 am Golf von Neapel geschrieb, die Freiheit jedes mündigen Individuums, Mann oder Frau, muss absolut und vollständig sein. Freiheit, zu gehen und zu kommen, laut jede Meinung auszusprechen, faul oder fleißig, unmoralisch oder moralisch zu sein. Mit einem Wort, über die eigene Person und den eigenen Besitz nach Belieben zu verfügen, ohne jemandem Rechenschaft abzuleben. Freiheit, ehrlich zu leben durch eigene Arbeit oder durch schimpfliche Ausbeutung der Wohltätigkeit oder des privaten Vertrauens, sobald beide freiwillig sind und nur von Erwachsenen gespendet werden. Die Freiheit kann und soll sich nur durch die Freiheit verteidigen. Und es ist ein gefährlicher Widersinn, sie zu beeinträchtigen, unter dem durch den scheinblendenden Vorwand sie zu beschützen. Kapitel 27, Viva la Commune Wir sind jetzt direkt im Jahr 1871 und schauen bereits zurück auf die Pariser Commune, in der für 70 Tage die erste anarchistische Probe gemacht wurde. Die Kraft der Basis Das alles aber war nur die eine Seite der Medaille. Das, was die Pariser Commune schon kurz nach ihrer blutigen Niederschlagung zur Legende werden ließ, war nicht die Fraktionskämpfe der führenden Revolutionären. Es war jene andere Seite dieser 70 Tage, die je entfesselte, intuitive und heitere Suche nach Freiheit durch die einfachen Menschen aus den Pariser Quartiers. Ihre spontane Erhebung, ihre Solidarität, ihre naiv-euphorische Art. Mit der sie die neu errungene Freiheit sprangen, die trunkenen Taumel, mit der sie sie genossen und die gefasste Konsequenz, mit der sie bis zum Ende kämpften. All das macht den Mythos aus, der sich bis heute um die Pariser Commune rankt. Ein Bild, an dem auch bei genauer und nüchterner Betrachtung kaum Abstrich gemacht werden müssen. Der Masse der einfachen Kämpfer der Pariser Commune, die Frauen und Männer aus den Fabriken, die Confédéres, die Bewohner der Vorstädte, die hungernden Jugendlichen, die deklassierten. Sie alle kümmerten sich kaum um Politik. Das Schattenboxen in den Komitees, Räten und Ausschüssen interessierte sie nicht. Dort wurde Revolution im Kopf gemacht. Hier fand sie im Baucher statt. Gewiss, von ihren Führern hätten sie sich energische Lösungen erhofft. Dazu waren sie ja gewählt. Aber die kamen nicht. Trotzdem merkte man, war alles wie verwandelt. Das Leben, die Arbeit, die Straße. Die Luft schien Revolution zu atmen und die Revolution, das war klar, musste weitergehen. Für das Rost der Pariser Bevölkerung war der 18. März ein Tag der Entladung gewesen. Mehrere Monate hatte die Stadt eine Belagerung standgehalten, die die sozialen Gegensätze klar wie nie zuvor hatte erkennen lassen. Während die Arbeiter hungerten und verhungerten, während das Fleisch von Ratten zu festen Marktpreisen gehandelt wurde, konnte jedermann sehen, dass es den Barchoisis an nichts fehlte. Wer Geld hatte, der aß. Seine Interessen waren durch den Krieg nicht bedroht. Für ihn ging das Leben weiter wie gewohnt. Er machte Profit, ganz gleich ob im Namen des Kaisers, der Republik oder der Preußen. Wie hohen klangen die patriotischen Phrasen, mit denen man die jungen Arbeiter in den Krieg getrieben hatte, jetzt angesichts einer unfähigen und tumben Regierung. Die sich, als es brenzlig wurde, nach Bordeaux abgesetzt hatte. Die Regierung war in den Augen der einfachen Menschen nichts weiter als eine Bande schmarotzender Nichtsnutzen. Der Staat, darauf wurde in jeden Tagen gespuckt. Die Kommune, die war naheliegend, überschaubar und konkret. Dafür, dass diese Freiheit erhalten bliebe und sich entwickeln könne, dafür würde man kämpfen und für diesen Kampf notfalls auch den Preis bezahlen. Und der Preis, darüber gab es im Proletariat dieser Stadt keine Illusionen, wäre der Tod. Diese Menschen waren gewiss keine Anarchisten, ebenso wenig, wie sie Blankisten, Jakobiner, Kommunisten oder Republikaner waren. Obwohl es von all jenen auch überzeugte Anhänger unter ihnen gab. Die Pariser Kommune war keine ideologische Revolution, sondern eine Revolution der Gefühle. Ihre konkreten Errungenschaften, ja selbst ihre Proklamationen und Dekrete sind, gemessen an den politischen Idealen ihrer Protagonisten, mehr als mager. Man wird ihre Bedeutung nicht an ihren Ergebnissen messen können, sondern an dem Geiste der Menschen, die sie gemacht und genehmt haben. Und der war so überwältigend, spontan, anti-autoritär und staatsverachtend, dass es verwundert, wie sich schon einige Wochen später ein Karl Marx schreibend auf die Seite der Kommunats schlagen konnte. Es scheint, als habe er die Kröte wohl oder übel schlucken müssen. Das waren nicht die disziplinierten, zentral geleiteten deutsche Parteiproletarier, von denen er träumte, sondern Menschen, die sich nicht vereinnahmen ließen. Sie erklärten Paris nicht zur Hauptstadt eines neuen französischen Regierungen, sondern setzten auf die Freie Föderation autonomer Kommunen. Es waren Menschen, die die Siegessäule Napoleons niederrissen oder öffentlich eine Guillotine verbrannten und daraus ein Volksfest machten. Es waren Militionäre, die zwar revolutionäre Kämpfer, aber keine gehorsamen Soldaten sein wollten. Menschen, die ohne den Befehl aus irgendeiner zentralen Barrikaden bauten, rote und schwarze Fahnen schwenkten, miteinander sangen, aßen, kämpften und schließlich untergingen. Kapitel 28 Hoch das Dynamit Der Anarchismus und die Bombe Exkurs Anarchismus und Gewalt Einer der wichtigsten Grundsätze des Anarchismus fordert die Anwesenheit des Ziels in den Mitteln. Freiheit kann man nicht mit unfreien Mitteln erpressen, ein harmonisches Nebeneinander nicht mit Dynamit herbeibomben. Versucht man es doch, bürgt dies bereits den Keim zu neuer Gewalt in sich, der in der künftigen Gesellschaft üppig wuchern würde. Dieser Grundsatz ist das genaue Gegenteil solch weitverbreiteten Unsinns, dass man mit der Diktatur einer Partei zu einer freien Gesellschaft oder mit staatlichen Vorschriften zu einem mündigen Bürger gelangen könne. Für Anarchisten heiligt der Zweck also nicht die Mittel. Hat irgendjemand das Recht, einem anderen das Leben zu nehmen? Sicher nicht. Auch nicht die Anarchisten. Kann irgendjemand einer geschundenen Kreatur verbieten, sich zu wehren, sich zu rächen? Ja, aber es wäre lächerlich. Sprechen wir deshalb nicht von den spontanen Wutausbrüchen, von geplünderten Kirchen oder erschlagenen Folterern, von angezündeten Militärkasernen, verwüteten Justizarchiven oder gelöhnten Polizeispitzeln. Solche Eruptionen des angestauten Zornens gab es immer und wird es immer geben, solange Unterdrückung, Erniedrigung und Demütigung Instrumente der Herstatt sind. Mit Anarchismus haben sie nichts zu tun. Die alten Ostfriesen ließen gelegentlich einen fürstlichen Steuereintreiber im grünen Kohlkessel verschwinden. Ein drangsalierter Jude im Jahre Null hat schon mal einen Besatzer erschlagen, auch wurde hier und da ein Inquisitor gelöntgt. Und selbst Benito Mussolini hat man ohne Gerichtsurteil einfach erschossen. Solche Dinge mag man bedauern oder verurteilen. Man mag dabei schaudern oder sich klammheimlich darüber freuen. Es ändert nichts daran, dass die Opfer bisweilen den Spieß umdrehen. Denn der Inquisitor, Mussolini und der Römer haben eines gemeinsam, die lange Liste ihrer Opfer. Das soll keine Rechtfertigung von Gewalt werden. Solche Gewalt entzieht sich jeder Rechtfertigung, sowie auch jeder Verdammung. Sie wird immer wieder produziert von vorausgehender Gewalt. Sie ist für Täter und Opfer kein ethisches Problem und kennt keine Abwägung von Gut und Böse. Ja, um diese Art von Gewalt den Stab zu brechen, wäre pervers. Dann müsste man auch einer jüdischen Mutter, die nackt mit ihrem Kind auf dem Arm in Auschwitz in die Gaskammer getrieben wird, den Vorwurf der Körperverletzung machen, wenn sie in ihrer Erzweiflung auf die Idee käme, über den SS-Offizier herzufallen. Reden wir stattdessen von geplanter Gewalt, von Gewalt als Mittel zum Zweck und ihrem Verhältnis zum Anarchismus. Die Frage der Gewalt ist für den Anarchismus in keiner Weise prägend oder entscheidend. Hierin unterscheidet er sich nicht im geringsten von allen anderen politischen, religiösen oder weltanschaulichen Strömungen. Es gab immer Anarchisten, die Gewalt prinzipiell und kategorisch ablehnten, aber auch solche, die Gewalt zum Prinzip erhoben. Das ergibt es schon aus der Vielfalt, man könnte auch sagen, der Inkonsequenz dieser Bewegung. Pazifistische und gewaltbereite Anarchisten sind indes nur die Extrempositionen, zwischen denen sich die ganze Bandbreite einer Bewegung entfaltet, die auch in ihrem Verhältnis zur Gewalt keinen einheitlichen Standpunkt kennen. Das ist aber überall so und keinesfalls karakteristisch für Anarchisten. Liberale und Nationalisten, Christen und Patrioten, Mohamedaner und Demokraten, Rassisten und Republikaner, Kommunisten und Protestanten, Imperialisten und Sozialisten, Palästinenser und Israelis. Kapitalisten und Separatisten, Bourgeoisis und Proletarier, Föderalisten und Faschisten, Kaufleute, Forscher und Wissenschaftler, braune, rote, schwarze, grüne, bunte und schwarzrote. Kurz, die Menschen schlechthin. Haben zu allen Zeiten mehr oder weniger intensiv Gewalt für ihre Ziele angewendet. Alle mit Ausnahme wirklicher Pazifisten haben zu bestimmten Zeiten für bestimmte Ziele Waffen in die Hand genommen, Bomben gelegt, Menschen getötet, Geisern genommen, ohne dass es einem vernünftigen Menschen einfallen würde, auch nur eine der genannten Menschengruppen als Bombenwerfer zu definieren, wie es mit den Anarchisten geschah. Die meisten Morde in das Geschehen im Namen des Staates. Das ist offensichtlich. Der Staat baut, besitzt und benutzt die meisten Bomben. Er hat Milliarden von ihnen hergestellt und auch eingesetzt. Darin liegt das eigentliche Groteske am Gewaltverwurf gegen den Anarchismus. Durchführen betrachtet ist der Staat der berufsmäßige Terrorist, ein Profi unter lauter Stümpern. Er baut seine Bomben nicht in nächtlicher Schwarzarbeit wie Ballant, sondern als Serienprodukt in Fabriken. Er unterhält eine ganze Klasse von Menschen, die berufsmäßig zum Morden und Bombenwerfen ausgebildet werden. Oder ist ein Bomberpilot der Luftwaffe etwa etwas anderes als ein professioneller Bombenwerfer mit Pensionsanspruch? Im Vergleich zum Terrorpotenzial des Staates sind die anarchistischen Attentäter vielleicht zwei Dutzend an der Zahl, ein hoffnungsloses Häufland von Dilettanten. Der Staat mitsamt seinen Armeen, Polizisten, Agent-Provokateurs, Geheimdiensten, Folterspezialisten, Justizvollzugsbeamten, Richtern und Henkern, das sind die Profis der Gewalt. Ein Blick auf die täglichen Schlagsherren beweist, dass es Heuchelei sein muss, wenn sich ausgerechnet der Staat über Gewalt und Anarchismus empört. Sie sind täglich voll von staatlichem Terror und Gegenterror, staatlichen Kriegen und Vergeltungskriegen, staatlichen Schlagstockeinsätzen und Menschenhinrichtungen. Keine Hand kräht danach. Es ist die Normalität. Für den Staat war Gewalt nie eine Frage der Moral. Für ihn ist sie ein wichtiges Monopol. Er hat Angst, dass ihm jemand ins Handwerk pfuscht und seine eigenen Waffen gegen ihn kehren könnte. Ich sagte vorhin, niemand habe das Recht, einer anderen Menschen zu töten und das gelte auch für Anarchisten. Die Betonung liegt aber auf niemand. Weder der Mörder hat dieses Recht, noch sein Henker hat es. Weder Emil Henry, noch der Richter, der ihn zum Tode verurteilte, weder der Offizier, der auf Streikende schießt, noch der Anarchist, der die Streikenden recht. Nur, wer sich am allerwenigsten an diese Ethik hält, ist der Staat. Kapitel 29 Gegenseitige Hilfe Kopotkin und der kommunistische Anarchismus Eine Theorie der Solidarität Sein Thema ist die Natur des Menschen. Die Frage, ob er zu einer anarchischen Lebensform überhaupt taugt. Sein Ziel ist die Strukturen einer libertären Gesellschaft, die nicht auf Spekulation und Grundschenken, sondern auf nüchternen Tatsachen beruht. Technik, Soziologie, Statistik, Verhaltensforschung, Ethik, Biologie und Geschichte. All das sind Elemente, die Kopotkin als erster systematisch in den anarchistischen Diskurs einbringt. Schon zuvor hat er eine Reihe von Büchern veröffentlicht, von denen Worte eines Rebellen 1885 und die Eroberung des Brotes 1892 die populärsten wurden. In diesen Aufbereitungen seiner wichtigsten Artikel von der Revolté entwickelte Kopotkin seine bereits bekannte Vision des kommunistischen Anarchismus weiter. Zunächst greift er die übliche anarchistische Polemik gegen Staat, Kirche, Gesetz und die ökonomische Herrschaft des Bürgertums auf. Ganz im Sinne Bakunins wettert er gegen den autoritären Sozialismus als eine neue Tyrannei und unterstreicht das Recht auf Rebellion gegen das gesamte System kapitalistischer Unfreiheit. Aber schon bei der Betrachtung des Wesens der Gesetze zeigt sich, dass der Autor bedeutend subtiler vorgeht als der polternde Bakunin. Als Naturwissenschaftler differenziert Kopotkin akkurat zwischen sozialen Verhaltensweisen, Gebräuchen, Sitten, Konventionen und Gesetz. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass freiwillige Übereinkünfte in der Regel sozial, solidarisch und vernünftig waren und es zum Teil bis heute geblieben sind. Das Gesetz interpretierte er als ein verhältnismäßig modernes Produkt. Entstanden aus dem Interesse einer Minderheit, andere zu beherrschen und sich fremde Arbeit anzueignen. Im Verein mit religiöser Verklärung hätten es die Herrschenden verstanden, die hergebrachten notwendigen Gebräuche geschickt mit den Erfordernissen, ihre eigenen Interesse zu vermischen und in Gesetzesform zu bringen, für die von allen Menschen der gleiche Respekt eingefordert werde. Übergeordneter Sachwalter dieser Mehrheitsinteressen seien modernen Gesellschaften der Staat. Ganz Massenpsychologe untersucht Kopotkin so dann die Verinnerlichung dieser Gesetze, die von Kindesbeinen an durch Erziehung, Moral und Konventionen unser Verhalten bestimmten und dazu führten, dass der Mensch in allen Lebensbereichen kontrolliert werde oder sich selbst kontrolliere. Es entsteht eine Art Staat im Kopf, der den Impuls zu autonomem Handeln hämme. Das Ziel könnte daher nicht sein, ein Gesetz durch ein besseres zu ersetzen, sondern das geschriebene Gesetz abzuschaffen und einen Lernprozess in Gang zu setzen mit dem Ziel, das Solidaritäts- und Gerechtigkeitsempfinden der Menschen zu entwickeln. Für Kopotkin war es nur eine Frage der Zeit, bis eine soziale Revolution mit dem Unfug der herrschenden Gesellschaftsordnung Schluss machen würde. In Italien, Spanien oder Russland erwartete er ihren Ausbruch, wobei die Ausgestaltung in jedem Falle Sache des Volkswillens bleiben müsse. Revolutionäre seien in diesem Prozess lediglich Geburtshelfer. Ziel einer solchen Umwälzung müsse die Enteignung und die Umverteilung des Eigentums sein, allerdings in der gesamten Gesellschaft. Eine Enteignung im Kleinen, wie sie manche Ex-Propriateurs jener Tage pflegten, war in Kopotkins Augen nichts weiter als eine gewöhnliche Plünderung. Bislang hatten die Anarchisten gefordert, nach der Revolution weitgehend autonome Kollektive zu schaffen, die zu Besitzern des Produktivvermögens werden sollten. Die Mitglieder der Kollektive sollten entsprechend ihrer Leistung in Form von Gutschein bezahlt werden, für die sie in ihren eigenen Leben die Produkte des täglichen Bedarfs zum Selbstkostenpreis entstehen könnten. Haschek kannte Kopotkin die Beschränktheit dieses Ansatzes. Zum einen verkenne ein solches Modell den komplizierten Zusammenhang, der in einer modernen Gesellschaft zwischen Industrie, Landwirtschaft, Infrastruktur und sozialen Leben bestehen, in der jede Arbeit des Individuums das Resultat früherer und gegenwärtiger Arbeiter der gesamten Gesellschaft sei. Da die Wertschöpfung in der arbeitsteiligen Gesellschaft ein komplexer und vor allem kollektiver Akt sei, müssten die Werte auch allen Mitgliedern der Gesellschaft gehören. Zum anderen sei es unmöglich, Arbeitslassung exakt oder auch nur einigermaßen gerecht zu bemessen. Schon gar nicht durch die Arbeitszeit. Vor allem aber folge dieses System so Kopotkin im Grunde lediglich der Grundphilosophie des Kapitalismus, der zufolge der Einzelne kein Recht auf die notwendigen Dinge des Lebens habe, sofern er sich nicht ausbeuten lasse. Was wäre mit kranken, ungeschickten, tatenlosen, ja mit faulen? Auch sie müssten leben. Deshalb liebe nur eines, die Bedürfnisse über die Leistung zu stellen und zuerst das Recht auf das Leben anzuerkennen. Jeder sollte also bekommen, was er brauchte und geben, was er könnte. Diese Forderung wurde zum Grundproblem des anarchistischen Kommunismus, denn wo kein Zwang zur Arbeit besteht, müsste eine innere Einsicht vorhanden sein, ein starkes Solidaritätsgefühl, was eine große moralische Entwicklung der Menschheit voraussetze. Auf die eine oder andere Weise sollte das gesamte weitere Schaffen Kropotkins eine Suche nach den Bedingungen dieser Entwicklung werden. Er spekulierte über den Segen des technischen Fortschritts, beschäftigte sich mit Arbeitsethik, dem Abbau von Entfremdung, den Problemen unangenehmer Tätigkeiten, vor allem aber mit dem Wesen des Menschen, indem er den Schlüssel zu dieser Frage vermutete. Natürlich wurde solch ein Thema auch in der anarchistischen Bewegung kontrovers diskutiert. Es kam zu Reibereien und Disputen, bis am Ende die Frage immer spitzfieniger erörtert wurde. Es gehe nicht an, schrieb Malatesta 1889, die Bewegung wegen reiner Hypothesen zu spalten. Schließlich einigte man sich darauf, den kommunistischen Anarchismus als Ziel zu erklären, während der kollektivistische Anarchismus, der wenige Anforderungen an das Bewusstsein der Kollektiven mit widerstellte, als Übergangsform angesehen wurde. Im Übrigen sollten Kommunen aufgebaut werden, um als Modellversucher Aufschluss darüber zu geben, welche Schwierigkeiten sich bei der praktischen Umsetzung ergeben. So entstanden frühe anarchistische Experimente, die zu Vorläufern der modernen Kommunenbewegung und des Projektanarchismus wurden, deren begrenzte Erfahrungen aber nicht zu eindeutigen Rutschklüssen taugeten. Ohne ein soziales Experiment im großen Stil blieb es bei einer eher akademischen Streitfrage. 1899 erschien Kropotkins Buch Landwirtschaft, Industrie und Handwerk, in dem er die Frage aufwirft, ob das gegenwärtige System von Gewinnstreben und Arbeitsteilungen wirklich ökonomisch, das heißt arbeitserleichternd und arbeitssparend funktioniere. Mit einer Fülle von Zahlen und Beispielen kommt er zu einem vernichtenden Urteil. Gerade die großen Industriezentren führten zu einer verhängnisvollen Abhängigkeit, zu einer Trennung von Menschen und Natur, zu einer Ausblendung der Umwelt. Gewinnmaximierung und Arbeitsteilung hätten zur Folge, dass unsinnige Produkte an unsinnigen Orten hergestellt würden. Und der Mensch einer stumpfsinnigen Entfremdung zum Opfer fiel. Sein Gegenmodell, das er mit akribischer Plausibilität entwickelte, setzt auf eine völlig andere Struktur. Da die Zergliederung der Arbeit und die Zentralisierung der Produktion keinen sinnvollen Bedürfnissen entspräche, außer dem des Unternehmers möglichst viel Geld zu verdienen, sollte in einer Solidarkonomie eine freie Gesellschaft die verschiedenen Arbeitsbereiche stattdessen wieder zum möglichst geschlossenen Kreisläufer zusammengefügt und in dezentralen regionalen Netzen angesiedelt werden. In solchen Gemeinden werden industrielle Produktion, Landwirtschaft und Handwerk wieder miteinander verbunden. Die Menschen müssten nicht lebenslang die gleiche stumpfsinnige Arbeit verrichten. Es entstünde eine Synthese aus Arbeit und sozialem Leben. Das meiste für den regionalen Bedarf könne ohnehin regional produziert und verteilt werden. Nur für den verbleibenden Rest wäre noch ein überregionaler Austausch von Überschüssen und Fehlendem nötig. Dieses Modell einer teilweise Autarkie hätte zudem einige angenehme Nebeneffekte. Die Auslande als Quelle der Bereicherung würde verschwinden. Die absurden Transportwege werden reduziert. Monokulturen könnten größtenteils durch Mischkulturen ersetzt werden. Und die regionalen Gemeinden werden in vieler Hinsicht unabhängiger und weniger erpressbar. Das wiederum ist für Kropotkin eine Voraussetzung, um den Staat als zentrales Verwaltungs- und Herrschaftsgebilde zu überwinden. Dem Bewohnern würde es überwies alle Voraussetzungen zu einer umfassenden Bildung und einem vielseitig erfüllten Leben unter menschlichen Arbeitsbedingungen. Der alles entscheidende Frage, ob denn der Mensch zu ihrer hierarchiefreien Leben und solidarischen Wirtschaften überhaupt fähig sei, kriegt Kropotkin in seinem wohl berühmtesten Buch nach, der gegenseitigen Hilfe, das 1902 erscheint. Das Werk, dessen vollständige Titel »Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt«, »Ein Faktor der Evolution« lautet, war ursprünglich als eine Antwort auf jene Art von Darwinismus gedacht, wie ihn Thomas Huxley vertrat, ein Schüler des britischen Forschungsreisenden Charles Darwin. Letzterer hatte er 1859 in seinem aufsehenerregenden Buch »Von der Entstehung der Arten« die These aufgestellt, dass sich die Entwicklung aller Lebewesen von niederem zu höheren Form durch Mutationen und Auslese im Rahmen eines beständigen Konkurrenzkampfes vollziehe. Die Natur würde nur die fähigsten überleben, diejenigen, die sie an veränderte Bedingungen anpassten und sich in der immerwährenden Auseinandersetzung als die Stärkeren erwiesen. Diese Evolutionstheorie, als biologische Lehre zur genetischen Erklärung der Abstammungsgeschichte gedacht, wurde im Bürgertum des 19. Jahrhunderts begeistert aufgegriffen. Man reduzierte ihre Botschaft auf die Aussage, »Mutter des Fortschritts sei der Kampf ums Überleben«, eine Formulierung, die Darwin bildlich nicht wirklich verstanden wissen wollte. Und schon gar nicht als Rechtfertigung sozialer Zustände. Genau das aber hatten die Sozialdarwinisten im Sinn, wie eine treffliche wissenschaftliche Rechtfertigung für all das gefunden zu haben, glaubten, was ihnen wichtig war. Die Herrschaft des Mächtigen über die Sozialschwachen, den alltäglichen Konkurrenzkampf aller gegen alle, die wirtschaftliche Ausbeutung des Arbeiters, den Kolossianismus, ja selbst den Krieg. Kropotkin bezweifelte die Stichhaltigkeit der These, der Kampf jeder gegen jeden sei ein allgemeines gültiges Naturgesetz. Sie waren nicht nur unbewiesen, die Widersprachzeilen beobachten der Natur ebenso wie der menschlichen Sozialgeschichte. Schon während seiner sibirischen Forschungsreisen hat er immer wieder festgestellt, dass die natürliche Ausgläse der Arten weniger auf gegenseitigen Kampf als auf widrige Lebensumstände zurückzuführen war. Und dass sich alle möglichen Tierarten im Kampf gegen diese äußeren Bedrohungen zu Solidargemeinschaften zusammenschlössen. Innerhalb der Gattungen war gegenseitige Hilfe ist ebenso oft zu finden wie Konkurrenz und für das Überleben der Gruppe wahrscheinlich von größerer Bedeutung. Seine Beobachtung fand er in den Untersuchungen zahlreicher Biologen bestätigt. Kropotkin bestritt nicht, dass das Leben Kampf sei und dass in diesem Kampf die geeignetsten überlebten. Seine Frage war viel mehr. Wie wird dieser Kampf in der Natur geführt und wer hätte in ihm die besseren Chancen? Der starke Einzelne oder die eher schwachen vielen, die sie zusammenschließen? Soweit war das noch nichts Originelles. Viele Tierforscher, selbst Darwin, hatten vor Kropotkin den sozialen Charakter tierischer Populationen beobachtet. Neu aber war, dass er diese Beobachtung zu einer biologischen und anthropologischen These zusammenfasste, die daraus an sich richtige Aussage durch eine ebenso wichtige Tatsache ergänzte. Glücklicherweise ist Konkurrenz weder im Tierreich noch in der Menschheit die Regel. Sie beschränkt sich unter Tieren und auf Aufnahmezeiten und die natürliche Auslese findet bessere Gelegenheiten zu ihrer Wirksamkeit. Bessere Zustände werden geschaffen durch die Überwindung der Konkurrenz durch gegenseitige Hilfe. In dem großen Kampf ums Dasein für die möglichst große Fülle und Intensität des Lebens mit einem geringsten Aufwand an Kraft sucht die natürliche Auslese fortwährend ausdrücklich die Wege aus, auf denen sich die Konkurrenz möglichst vermeiden lässt. Erst aus dieser Wechselwirkung zwischen Konkurrenz und gegenseitiger Hilfe, zwischen Egoismus und Altruismus, ergab sich ein realistisches Bild dessen, was sich in der Natur und der Lebewesen abspielte. Spannend für den Anarchismus waren hierbei natürlich die Rückschlüsse, die daraus für das soziale Lebewesen Mensch gezogen werden konnten. Aus der Natur jedenfalls war die Rechtfertigung der Herrschaft des Menschen über den Menschen als wegen des Ordnungsprinzips nicht abzuleiten. Allerdings auch keine Notwendigkeit der Herrschaftsfreiheit. Klar war nur, dass Solidarität und gegenseitige Hilfe die Voraussetzung für eine libertäre Gesellschaft offenbar weder unnatürlich noch unvorteilhaft waren. Beide Optionen, Kampf und Solidarität, scheinen auch beim Menschen angelegt, sind aber kulturhistorisch unterschiedlich stark ausgeprägt. In vielen tausend Jahren staatlicher Konkurrenzethik mussten die Tugenden der gegenseitigen Hilfe verkümmern. Mit Fleiß und viel Detailwissen denkt Kropotkin diese verstütteten Tugenden in der Geschichte der Menschheit auf und zeigt, dass sie sich neben der offiziellen historischen Welt bis in die Gegenwart behaupten konnten. Kapitel 30 Hoffnung und Resignation Revolution in Russland Langsam aber sicher errichteten die Bolschewiki einen zentralistischen Staat, der sie sowjets zerstörte und die Revolution niederschlug. Ein Staat, der sich, was Bürokratie und Diskutismus anbelangt, heute mit jedem Großstaat der Welt vergleichen kann. Emma Goldman 1922 Die Grabrede bei Kropotkins Beerdigung hielt eine Anarchistin, die aus den USA nach Russland gekommen war, Emma Goldman. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Alexander Bergmann war die gefürchtete Agitatorin 1918 von der amerikanischen Regierung kurzerhand zwangs deportiert worden. Beide reisten mit sehr großen Hoffnungen in ihre alte Heimat, wo es endlich zu einer veritablen Revolution gekommen war. Erschienen, als hätten die einfachen Menschen ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen. Jetzt, wenige Jahre später, blieb ihnen nur noch Resignation. Tief enttäuscht, aber auch bestätigt in ihrer anarchistischen Kritik am Marxismus gingen sie in den Westen zurück. Früh genug, um dem Schicksal der meisten russischen Libertären zu entgehen, die bald dem neuen linken Terror zum Opfer fallen sollten. Ich bin felsenfest davon überzeugt, schrieb die Rote Emma, dass jede kommende Revolution zum Untergang verdammt ist, wenn das, was Lenin selbst den militärischen Kommunismus nannte, der Welt aufgezwungen werden sollte. Dies zu zeigen, fügt sie hinzu, schuldig der Revolution, die ans Kreuz des Bolschewismus geschlagen wurde. Eine libertäre Revolution. Dieser Satz klingt Menschen fremd, die daran gewöhnt sind, zu glauben, die russische Revolution sei von Lenin und den Bolschewiki gemacht worden. Tatsächlich hat die Bolschewistische Partei dafür gesorgt, dass die Revolution unterging und die Diktatur triumphierte. Der Februar 1917 brachte Russland nach drei Jahren Krieg einen Umsturz, der weit über einen politischen Kurswechsel hinausging. Zwar trat zunächst nur eine linksbürgerliche Regierung an die Stelle des entmachtigen Zahlen, aber entscheidend war, dass die so oft beschworenen Massen auf den Plan traten und die Initiative ergriffen. Russland war kriegsmüde, zahnmüde, herrschaftsmüde. Man wollte keine mildere Regierung, sondern das Ende der Despotie und den Beginn der Selbstbestimmung. Das war nicht die Losung irgendwelcher Revolutionären, sondern entsprach der allgemeinen Stimmung. Die politischen Parteien und Bewegungen Russlands wurden von der Revolution überrascht. Die leidenschaftliche Woge überrollte sie alle. Selbst Lenin musste zugeben, dass seine Partei sich von den Massen links überholt sah. Das, was die Menschen wollten, forderten und auch spontan umzusetzen begann, entsprach am ehesten libertären Idealen. Dies war allerdings kaum der Verdienst der wenigen und schlecht organisierten anarchistischen Gruppen, sondern Ausdruck eines allgemeinen Wunsches nach Befreiung und Selbstbestimmung. In dieser Tendenz mag sich bis zu einem gewissen Grade die jahrzehntelang anarchistische Propaganda widerspiegeln. Aber in erster Linie zeigte sie, dass solche Ideen einfach naheliegend und so populär waren, dass sie keiner Avantgarde bedurften. Genau das hatten Anarchisten ja immer gehofft. Die russische Linke war seit langer Zeit gespalten. Die Sozialdemokratie, deren führende Köpfe überwiegend im Exil lebten, hatte sich 1903 in London zerstritten. Die gemäßigten Sozialisten, die einen parlamentarischen Weg der Reform wollten und eigentlich weit in der Überzahl waren, unterlagen jedoch knapp bei der entscheidenden Abstimmung und wurden fortan nach dem russischen Wort für Minderheit, höhnisch Mensheviki, genannt. Die Mehrheitler, Bolsheviki, hingen einem revolutionären Marxismus an und wollten mit der Hilfe einer Partei von Berufsrevolutionären die Macht durch einen Umsturz erobern. Sie verstanden sich als Avantgarde. Ihr Ziel war die sogenannte Diktatur des Proletariats. Der Parteiführer Wladimir Ilyich-Uljanov, genannt Lenin, lebte in Zürich im Exil, verfügte aber in Russland über ein straff organisiertes Netz ihm ergebene Anhänger mit einem klaren Programm. Es ist dem deutschen Generalstab zu verdanken, dass er, ausgestattet mit Geld, plötzlich in St. Petersburg auftauchte und entscheidend in die Ereignisse eingriff. Man hatte in Deutschland gehofft, dass die Bolsheviki die Ereignisse in Russland so weit gestabilisieren würden, dass es an der Ostfront zu einem Separatfrieden kommen könnte. Denn Kaiser Wilhelm brauchte dringend Truppen für den Krieg im Westen. So durfte der gefürchtete Revolutionär in einem kaiserlichen Sonderzug quer durchs Deutsche Reich fahren, um die Front zu entlasten. Ein cleverer Schachzug des deutschen Geheimdienstes, der allerdings weitreichende Folgen haben sollte, als man sich das in Berlin jemals gewünscht hatte. Die Bewegung der Sozialrevolutionäre war ebenfalls in Linke, Rechte und andere Spittergruppen gespalten. Die sogenannten Kadetten befürworten eine gemäßigte demokratische Konstitution und die Genossenschaften, Berufsverbände und Gewerkschaften konnten sich zwischen all diesen Angeboten nicht recht entscheiden. Die Anarchisten schließlich, die jedes Engagement in Parteien ablehnten, waren besonders an der Basis sozialer Bewegungen präsent, nicht so sehr in Form von Organisationen, sondern in erster Linie durch den Einfluss, den sie in ihrem Umkreis durch persönliches Wirken ausübten. Sie waren in Gruppen organisiert, die zum Teil lose föderiert waren, außerdem konnten sie auf Vertrauensleute in den Betrieben und eigene Zeitungen zurückgreifen. Dieser ganze politische Klüngel jedoch hatte mit der eigentlichen Revolution herzlich wenig zu tun. Die Revolte, die unter den Soldaten an der Front, bei den Matosen, der Flotte, den Arbeitern in der Schwerindustrie, den hungernden Familien und den Bauern einzelner Distrikte ausbrach, kümmerte sich nämlich kaum um Parteien, Programme und Ideologien. Diese Revolution gehörte tatsächlich niemandem, außer dem Volk. Ihr Impuls wirkte von unten nach oben, folgte keine besonderen Strategien und entwickelte rasch Organe einer direkten Demokratie. Arbeiter bemächtigten sich spontan der Fabriken. Matrosen besetzten Schiffe und Häfen. Doch Bewohner oder Nachbarn schlossen sich zusammen, bildten Komitees und begannen zu handeln. Allenthalben entstanden Räte, die das Leben organisierten, sich miteinander verbanden und schon bald anfingen, die Zukunft zu planen. Mehr und mehr begannen diese Räte, sich nicht nur als eine Notlösung zu verstehen, sondern als die Struktur einer künftigen Ordnung, eine direkte Basisdemokratie, freiheitlich, dezentral, transparent, offen, gleich, unbürokratisch und ohne Dogma. Das war Punkt für Punkt die logische Antwort auf das, was man nicht mehr wollte, Despotie, Zentralismus, Unmündigkeit, Hierarchie, Privilegien, Bürokratie und Starrheit. Die Räte, auf Russisch Sowjets, wurden zum populärsten Ausdruck der neuen Verhältnisse. Sie waren das Synonym der Revolution, quick, lebendig und begeistert begrüßt, hatten sie nichts mit dem zu tun, was die Bolschewiki in nur wenigen Jahren aus ihnen machten und womit noch heute der Begriff Sowjetunion in so übler Verbindung steht, einem staatlichen Instrument im Dienst einer bürokratischen Partei zur Beherrschung der Menschen. Als 1917 die Räte begannen, das soziale Leben im libertären Geist zu gestalten, war Lenin noch gar nicht im Lande. Und nun noch zur Ausführung, wie Lenin die Sowjets als solche übernehmen konnte und damit überhaupt die erst freiheitlich begonnene Revolution dann tatsächlich zu einer marxistischen Diktatur umformen konnte. Gegen die geballte Organisationsstärke der Partei der Bolschewiki waren etwa die Anarchisten hoffnungslose Stümper. Was nützt es da, dass sie solche effektiven Strukturen aus Prinzip ablehnten? Und wer verstand schon ihre warnende Kritik vor dem unseligen Geist des autoritären Sozialismus? Das waren Dinge, mit denen sich Theoretiker beschäftigten, Menschen, die Bücher lasen. So wurde die Revolutionäre Bewegung von 1917 der es bei allem freiheitlichen Elan vor allem an revolutionärer Erfahrung und der Geschlossenheit einer eigenen positiven Idee fehlte relativ leicht übertäubelt. Und doch hätte all das nicht ausgereicht den libertären Geist dieser Revolution so einfach einzukassieren. Um denjenigen den Schneid abzukaufen, die in Russland ohne Lenins Erlaubnis die Revolution gemacht hatten, mussten die Bolschewiki erst einmal gehörig Kreide fressen. Das stinkt paradox, ist aber folgerichtig. Die Bolschewiki mussten zunächst einmal die besseren Anarchisten werden. Lenin, der Freiheit einstmals als bürgerliches Vorurteil bezeichnet hatte, erfasste nach seiner Ankunft sofort die Lage. Entgegen allen bolschewistischen Theorien schwenkte er umgehend auf libertären Kurs und verwirft offiziell all die Dogmen von der führenden Rolle der Partei Verstaatlichung und Diktatur. Stattdessen schreiben die Bolschewiki plötzlich die libertäre Losung und alle Macht den Räten auf ihren Farben. Das Ackerland wird nicht verstaatlicht, sondern an die landlosen Bauern verteilt, die es seit jeher bearbeitet haben. Und die Fabriken gehören selbstverständlich in die Hand der Arbeiter. Damit liegt die bolschewistische Partei wieder voll im Trend. Lenin, so schreibt Daniel Güring, tat seinen Leutnants Buchstäblich Geweihtern, indem er sie verpflichtete, eine libertäre Sprache zu reden. Das Ansehen der Räte war so groß, dass der Oktober Aufstand nur in ihrem Namen und auf ihrem Appell hin ausgelöst werden konnte. Mit dem Sturm auf das Winterpalais im Oktober 1917 macht die revolutionäre Bewegung Schluss mit der provisorischen Regierung Karijenski. Das scheint, als hätten jetzt die Werktätigen gemacht. Noch ziehen die einfachen Menschen, die Sovjets, Lenin und die Anarchisten an einem Strang. Unzweifelhaft kommt den Bolschewiki ein bedeutender Verdienst bei der Organisation der Militärischen Sieg in dieser Nacht zu. Dieses Ereignis bringt ihnen dann auch einen enormen Prestige Gewinn und bildet den Kunststoff zur Legende der siegreichen Oktoberrevolution, die indes nichts anderes war, als eine Revolution in der Revolution und Revolutionäre. Die Partei verzeichnet großen Zulauf, selbst bei den Anarchisten ist das Misstrauen gespunden. Scheint es doch, dass sich Lenin zum einem aufrechten Libertären geläutert hat. In der Tat operieren die Kommunisten mehr denn je mit knallharten Anarchiparolen. Nur so konnte Lenin hoffen, die nötige Begeisterung zu entfachen und alle Kräfte zu mobilisieren. Auf einem dritten Redekongress 18. Kongress beschließt die bolschewistische Partei ihren denkwürdigen April-Thesen. In Ligen ist die Rede von der Abschaffung der Berufsfunktionäre, der Polizei und der Armee, der Gleichheit von Löhnen und Gehältern, sowie der Gesellschaftung der Produktion, die in den Händen der Arbeiterorganisationen liegen müsse. Die Räte sollten an der Regierung teilnehmen. Ziel sei die völlige Aufhebung des Staates und der Geldwirtschaft. Eine Räterepublik à la Pariser Kommune müsse erreicht werden, in der eine Köchin in der Lage sei, das Land zu lenken. Kaum jemand traut den Bolschewiti zu, dass all das nur Taktik ist. Kaum jemand hegt Misstrauen, hat sich in der Folge immer mehr prominente Bolschewisten in den Räten etablieren. Denen wird Vorsitzender des Rates der Volkskommissar installiert, mit seinen Gefolgsleuten Schritt für Schritt eine Art neue Regierung, die das nach innen und außen vertritt. All das unter dem Etikett Aufbau der Sowjet Macht. In aller Welt fällt die Arbeiterschaft in einen Freudentau und feiert die große proletarische Revolution, in der die Werktätigen die Freiheit errungen haben. Es ist die Rede davon, nun das Paradies der Arbeiter aufzubauen. Wie später in China, Kuba, Nicaragua, glaubt die Linke nur allzu gerne an all die guten Nachrichten, die aus fernen Ländern kommen? Wer sollte auch angesichts des langersehenden Triumphs die Schattenseiten sehen? Selbst in Russland dauerte es ein, zwei Jahre, bis die kritischsten Geister den Wahnkarakter des Bolschewismus erkannten und das Scheitern der Revolution konstatieren mussten. Wie sollte es daher staunen, wenn im Ausland der Mythos der russischen Revolution sogar in den Köpfen der Libertären noch viele Jahre lang festsaß. Zunächst jedoch schweißt der Druck von außen die revolutionären Kräfte noch einmal zusammen und überdeckt alle Widersprüche. Die Bolschewiki schließen in Brest-Litov unter erdrückenden Bedingungen einen Separatfrieden mit dem Deutschen Reich. Inzwischen aber hat sich die Reaktion im Ausland formiert und beginnt eine gut organisierte Gegenrevolution. Von England und den USA unterstützte exilrussische Truppen greifen die junge Sowjetföderation von Westen, Süden und Osten an. Eine Blockade wird verhängt. Das Land fällt in einen Bürgerkrieg und durchlebt furchtbare Hungerperioden. Die Revolution ist oft äußerst bedroht. In diesem Chaos bieten sich die Bolschewiki als Ordnungsfaktor und Retter an. Ihre Position festigt sich weiter. Alle Unzulänglichkeiten und Grausamkeiten werden mit den besonderen Umständen des Krieges erklärt und als Kinderkrankheiten der Revolution dargestellt. Bedauerliche Fehler, die sich mit der Zeit schon legen würden. Gleichzeitig räumt die Geheimpolizei stückchenweise alle Konkurrenten aus dem Weg. Am Ende des Bürgerkriegs ist die Lenins Partei, die sich nun Kommunistische Partei der Sowjetunion nennt, unumschränkter Herrscher, über ein riesiges Reich. Es gibt keine Opposition mehr. Das Land ist militärisch organisiert und bürokratisch gleichgeschaltet. Das Volk hat nicht mehr zu sagen. Es regiert die Partei und das tut sie mit Befehlen Einschüchterung nach der Gewalt. Der Geist der Revolution ist tot. Bittere Lehren All dem standen die Anarchisten fassungslos und unvorbereitet gegenüber. Sie hatten kein Verhältnis zur Macht und waren dem Umgang mit Machtmenschen hilflos ausgeliefert. Der Durchschlagskraft einer straffen organisieren müsse, war bitter und wurde teuer bezahlt. Anarchisten hatten sich stets darauf verlassen, dass eine breite Entfesselung des allgemeinen Volksaufstandes ungeahnte Kräfte freisetzen würde, die sich nach dem Sieg der Revolution frei und schöpferisch entfalten könnte. Die russische Revolution hatte gezeigt, dass dies zwar möglich war, aber sie hat auch schonungslos die Lücken im anarchistischen Revolutionszenario freigelegt. Ein muss sich von Anwirk an gegen seine Gegner verteidigen. Der Gegner aber stand nicht nur jenseits der Barrikaden, sondern auch im Lager der Revolutionäre. Anarchisten verstanden es wohl, zu kämpfen, nicht aber gegen Intrigen. Vor allem aber verstanden sie es kaum zu organisieren. Zwischen der Idee und deren tatsächlichen Umsetzung klaffte eine riesige Lücke. Die Frage der alltäckigen Praxis und ihrer konkreten und wurde zur leichten Beute derer, die mit Gewalt und Entschlossenem Auftreten die scheinbar einfachste Lösung boten. Der alte Kropotkin hatte das klar erkannt, als er kurz vor seiner Tote Emma Goldman seine Lehre aus diesem Debakel anvertraute. Wir Anarchisten haben sehr viel von der sozialen Revolution gesprochen, aber wie wenige von uns haben sich die Mühe gemacht, die nötigen Vorbereitungen für die unmittelbare Arbeit, die während und nach der Revolution geleistet werden muss, zu treffen. Die russische Revolution hat uns die absolute Notwendigkeit solcher Vorbereitungen für praktische konstruktive Arbeit klar vor Augen geführt. Bevor diese Lehren von den Anarchisten in aller Welt verstanden und umgesetzt werden konnten, musste noch viel geschehen. In Russland jedoch standen die Zeichen der Zeit nicht auf kritischer Reflexion. Die meisten Anarchisten waren von der Tscheca verhaftet, viele von ihnen hingerichtet worden. Aber noch gab es Menschen im Lande, die die Freiheit nicht verloren gaben und sich gegen die neue Tyrannei genauso wehrten wie gegen die alte. Kapitel 31 Die Makhno Shetan Bauern-Gorilla in der Ukraine Sterben oder siegen, das ist es, was im gegenwärtigen historischen Augenblick den Bauern der Ukraine bevorsteht. Wir können aber nicht sterben. Unsere sind zu viele. Wir sind die Menschheit. Also werden wir siegen. Wir werden aber nicht siegen, um unser Schicksal einer neuen Regierung zu überantworten, sondern um es in unseren eigenen Händen zu halten, um unser Leben zu gestalten, wie wir es selbst wollen und wie wir es als wahr empfinden. Armee ukrainischer Insurgenten Vor fast einem Jahrhundert streichten verwegene Gestalten durch die Weite der drei Jahre ein Gebiet von 70.000 Quadratkilometern, in dem über sieben Millionen Menschen lebten. Die Bolschewiki nannten sie Banditen, Konterrevolutionäre und aufständische Kulaken. Die Borsche Wazie bestimmte sie als bolschewistische Horden. Die ukrainische Bauernschaft aber wusste es besser. Es waren die Makhnovitsi, anarchistische Partisalen, die in ihrer Heimat für eine libertäre Revolution kämpften. Es gelang ihnen tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte eine ganze Region von staatlicher Autorität zu befreien. So martialisch sie in ihrem waffenstrotzenden Aufzug und dem zusammengeklauten Uniform auch wirkten, sie waren fast ausschließlich Bauern, die Ärmsten der Armen, die mit Krieg nichts im Sinn hatten. Sie hätten viel lieber die Gewehre weggelegt, um in Ruhe ihre Felder zu bestellen und jeden Traum zu verwirklichen, für den die schwarze Bebauern hatten. Weiterhin, dass sie sich zusammenschlossen und gemeinsam zu wirtschaften. Das leuchtete unmittelbar ein und war an sich auch nichts Neues. Vor allem aber, dass es keinen Herrn mehr gab, die Kommandierten da reinredeten und den Ertrag fortnahmen. Das war jene schlichte Art von Anarchie, die aus dem Herzen kommt und nicht aus Büchern. Nicht erstaunlich bei einer Bewegung, die zum größten Teil aus landlosen Bauern bestand, die in ihrem Leben wieder lesen und schreiben gelernt hatten, noch Politik oder militärische Strategie. Dennoch waren sie, wenn es darauf ankam, hervorragende Soldaten. Nicht aus Neigung zum Militär, sondern weil sie eine Sache verteidigten, in der sie alles zu verlieren hatten. In der Armee ukrainischer Insurgenten, wie sich die Machnobici offiziell nannten, gab es weder militärischen Grill noch Rangabzeichen. Die Anführer der Kampfgruppen wurden von der ganzen Mannschaft aber es herrschte strenge Disziplin. Diese Freiwilligenarmee brauchte weder Nachschub noch Verwaltung oder Kasernen. Ihre Leute waren bei den Bauern der Region willkommen, konnten sich überall verfliegen, die Pferde wechseln oder untertauchen. Das hatten die Bewohner auf den großen Regionkongressen selbst so beschlossen und darauf konnten sich die Machnobici verlassen. In den wenigen friedlichen Perioden, die der Bewegung vergönnt waren, gingen die Partisanen nach Hause und wurden wieder zu Landwirten. Gute Reiter von Kindesbeiden an, entwickelten diese Menschen eine Taktik des mobilen Krieges, die ihre gut ausgerüsteten Gegner zum Wahnsinn trieb. Sie schlugen überraschend dort zu, wo sie am wenigsten vermutet wurden, zogen sich wieder zurück, blieben unerfindbar, um andernorts wieder anzugreifen. So zermürbten sie die deutsch-österreichische Besatzungsarmee, trieben die eroberungslustigen Truppen der zaharistischen Konterrevolution und zur Flucht und widerstanden lange Zeit der Roten Armee, die sich anstiegte, die aufrührerische Ukraine, ihrem Sowjetstaat, zu unterwerfen. Und so schufen sie die auch die Grundlage zur Befreiung eines Landstrichs von der Größe Irlands, indem sie sich, wann immer es ging, an den Aufbau einer libertären Gesellschaft machten. Kapitel 32 Die Kommune von Kronstadt Als Stolz und Ruhm der russischen Revolution hatte Trotzki die Matrose von Kronstadt bezeichnet. Das war im Jahr 1917. Im Jahr 1921 nannte sie gegen revolutionäre Meuterer und ließ sie in eine unmissverständliche Wahl anzukommen. Wir werden euch abknallen wie die Rebhüder. Wenige Tage später lagen Tausende von Toten im Schnee der Insel. Was war in diesen vier Jahren geschehen? Die Kronstädter Matrosen hatten an ihrer Forderung von 1917 alle Macht den Räten festgehalten. Leo Trotzki Die Zeiten hatten sich geändert. Das Ende. Am Morgen der 7. März begann die Bombardierung der Festung. Schwere Artillerie sollte die Rebellen von mehreren Forts des Festlandes aus Sturmreif schießen. Aber der erste Angriff über das Eis der Gefrorenen Bucht scheiterte. Überhaupt sollte es Trotzki schwer haben, seine Rebhühner zu erlegen. Ganze elf Tage hielten die Matrosen stand. Militärisch war ihre Lage ohne Hoffnung. Die Befressung Grundstaats war in Richtung See ausgelegt, der Rücken war ungedeckt und die Kriegsschiffe lagen im Eis fest. Außerdem gingen die Lebensmittel zur Neige. Aber inzwischen begann die Appelle der Matrosenwirkung zu zeigen. Obwohl zuvor die unzuverlässigen Truppen bereits verlegt wurden, weigerten sich viele Abteilungen der Roten Armee gegen ihre Klassenbrühe vorzugehen. Andere forderten Diskussionen mit dem Vorgesetzten. Selbst aus den kommunistischen Elitetrumpen der Korsanti liefen die Soldaten zu den Ausständischen über. Um die Disziplin wiederherzustellen, ließ Dukaschewski in einigen Regimenten an jeden dritten Soldaten vortreten und exekutieren. Eine besonders geniale Idee lieferte ein georgischer Politkommissar namens Josef Dschungashvili. Der Vorschlug, asiatische Verbände einzusetzen, da sie kein Russisch verstünden und somit gegen die Propaganda der Matrosen immun sein. So setzte auf Anraten dieses Mannes, der schon bald unter den Namen Stalin bekannt werden sollte, fließt baschirische und kirgisische Einheiten mit zum Sturm an. Die Sieger richteten in den Straßen der Stadt ein fürchterliches Blutbad an, deren Opfer nie gezählt wurden. Bis zuletzt wurde um einzelne Strafenzüge und Häuser gekämpft. Den Rest erledigte die Tschecker in den folgenden Tagen. Nur wenigen Matrosen gelang die gefährliche Flucht über das Eis bis nach Finnland. Am 18. März feierte die Kommunistische Partei der Sowjetunion mit großem Pomp den 15. Jahrestag der Kommune von Paris, die im But der französischen Arbeiter unterging. Am selben Tag feierte sie auch ihren Sieg über die Kommune von Kronstadt. Anarchisten hatten beim Aufstatt von Kronstadt keine entscheidende Rolle gespielt. Es gab zwar etliche erklärte Libertäre auf der Insel, einige waren auch in den revolutionären Komitees vertreten und ganz offensichtlich sympathisierten die Matrosen von Kronstadt zunehmend mit dem Anarchismus, aber nur deshalb, weil ihre eigene Kritik sich mit der deckte, die auch die Anarchisten vertraten. Der Aufstand war aber weder geplant noch organisiert, noch traten in ihm irgendwelche bekannten Persönlichkeiten auf. War im Grunde ein Beweis dafür, wie populär der libertäre Geist von 1905 und 1917 nach vier Jahren Leninismus noch immer war. Das Regime benutze den Sieg über die Rebellen zu einer Endabrechnung mit einer Bewegung, die es noch immer fürchtete. Erst wenige Wochen zuvor waren an die 100.000 Menschen Kropotkins Sarg gefolgt. Und auf den Schwarzen Faden stand zu lesen. Wo Autorität ist, da gibt es keine Freiheit. In der Ukraine war Machno noch immer nicht geschlagen. Ein Kronstadt konnte sich jeden Tag wiederholen. In den folgenden Monaten zerschlägt der Staat die letzten anarchistischen Gruppen und verhafte die wenigen noch verbliebenen Aktivisten. Unzählige Enden wie Fenni Baron und acht ihre Genossen, die in einem Keller der Moskauer Tschecker erschossen werden. Kronstadt war das letzte Aufbegehren des Volkes gegen die Diktatur der kommunistischen Partei und der erste große Auftritt jenes Mannes, der als Lenins Nachfolger diese Diktatur zum Gipfel der Perversion führte, Josef Stalin. Von denjenigen, die Kronstadt niederschlugen und die Machen Schinta liquidierten, hat keiner Stalins Terror überlebt. Kapitel 33 Anarchi Syndikalismus Geburtshelfer der Revolution Sozialpartnerschaft oder Revolution Unter Gewerkschaften versteht man gemeinhin die Interessenvertretung der Arbeiterschaft. In ihrem heutigen Selbstverständnis begreift sich eine moderne Gewerkschaft als Sozialpartner, deren Verhandlungen mit der Interessenvertretung der Arbeitgeber versucht, bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen. In der Praxis läuft das auf ein Dienstleistungsunternehmen mit Vereinskasse hinaus, das zu Löhnen der jeweiligen Inflation anpasst, angesiedelt irgendwo zwischen Behörde, Traditionsverband und Geselligkeitsverein. Ihre Philosophie besteht im Interessenausgleich. Ihr ganzer Stolz ist es, ein wichtiger Teil des Rechts, Sozial- und Politiksystems zu sein. Dafür haben Generationen von Gewerkschaftern gerungen, ganz besonders in Deutschland. Keine Frage, Gewerkschaften sind heute ein tragende Stütze im modernen Industrie- und Dienstleistungsstaat, die den Arbeitenden Menschen hin und wieder Gutes tun. Das war keineswegs schon immer so. Ursprünglich hatten die Gewerkschaften mit dem Staat nichts am Hut. Er spuckte auf sie und sie pfiffen auf ihn. Arbeiter hatten sich zusammengeschlossen und gemeinsam dagegen gekämpft, dass es ihnen so dreckig ging. Es gab damals kaum eine Gewerkschaft, die nicht als Endziel eine andere Gesellschaft angestrebt hätte. Alle wollten ein Leben ohne Kapitalisten, die meisten auch ohne Obrigkeit. Von Verschwinden des Staates zu träumen gehörte in der Gewerkschaftsbewegung, bevor sich die deutschen Sozialdemokraten ihre Annahmen, sozusagen zum guten Ton. Sich als Partner der Kapitalisten zu verstehen, hätte als unanständig gegolten. Teil des Staatssystems zu sein als lächerlich. Erst nachdem Theorien und Theoretiker in den Arbeitervereinen den Tonangaben wurden Gewerkschaften zum Objekt für Parteien und tagespolitische Interesse. Eine vielversprechende Spielwiese für karrierebewusste Funktionäre und profilierungsfreundige Politiker. Die Klügsten unter ihnen hatten in den Arbeitern längst die kommende soziale Kraft erkannt, ohne die politisch nichts mehr ginge. Die Cleveren hatten gerochen, dass man im Gewerkschaftsapparat aufsteigen und Geld machen konnte. Dazu aber war es nötig, dass die Gewerkschaften das System nicht mehr bedrohten, sie mussten ein Teil von ihm werden. So entstand die Philosophie der Sozialpartnerschaft. So wurde aus den Gewerkschaften ein Teil der Ausbeutungsmaschine. Für die Anarchisten sind Gewerkschaften stets das geblieben, was sie ursprünglich sein sollten. Eine Organisationsform zur Erreichung der freien und sozialen Gesellschaft. Mit der Herausbildung des Anarchosyndikalismus bekam dieser eher diffuse Wunsch, erstmals eine geschlossene Theorie für eine gangbare Praxis. Das syndikalistische Rezept. Hierzufolge sollten die Gewerkschaft Französisch Syndikat eine doppelte Funktion bekommen. Zum einen bleibt sie ein Werkzeug, um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen hier und heute konkret zu verbessern. Zum anderen ist sie eine Organisation, aus der sich Strukturen der Zukunft entwickeln sollen. Die Syndikate mussten demnach dazu taugen, das bestehende System zu zermürben, anzugreifen und zu kippen, gleichzeitig in ihrem Schoße aber die Alternative heranreifen zu lassen, die an die Stelle der alten Ordnung treten sollten. Dieses Konzept war destruktiv und konstruktiv zugleich. Damit bot es sich als Lösung für das alte Dilemma des Anarchismus an, der zwischen Negation und Utopie oft keine gangbare Brücke finden konnte. Dass der Kampf um alltägliche Verbesserungen nicht bittstellend und gewohnt geführt wurde, versteht sich bei Anarchisten fast von selbst. Ihr Syndikalismus verstand sich als selbstbewusst und kämpferisch und entwickelte einen ganzen Fächer verschiedener Methoden und Formen der Aktion. Angefangen von Betriebsversammlungen, Protesten und Demonstrationen über Streiks, Blockaden, Boykott und Sabotage reichte dieses Spektrum bis hin zu direkten Aktionen, Generalstreik, Arbeiterbewaffnung und Volksaufstand. Eine Horrorvision für jeden DGB-Funktionär unserer Tage, eine Hoffnungsvision für Millionen Arbeiter der Zwischenkriegszeit. Die libertären Gewerkschaften waren deswegen aber keine Verbrauchenhaufen, disziplinierte Arbeiterorganisationen, die durchweg auch das taten, was man seriöse Gewerkschaftsarbeit nennt. Da gab es Streiks um Arbeitsverbesserungen, Tarifabschlüsse, Sicherheit an Arbeitsplatz und soziale Absicherung, gerade so wie ein stetiges Engagement in sozialen Bereichen und allgemeinen gesellschaftlichen Fragen. Zwei Dinge aber waren grundlegend anders. Erstens behielten die Syndikalisten ein völlig anderes Ziel im Auge, die Überbindung dieser Gesellschaft. Deswegen blieben sie bei diesen Tageskämpfen um die Verbesserung der Lebensbedingungen nicht stehen, sondern verhielten sich latent subversiv. Wann immer die Gelegenheit günstig schien, griffen sie in den reichen Fundus ihre empfindlicheren Kampfformen. Sie waren ständig bereit, vom Lohnstreik zum Generalstreik und vom Generalstreik zum Aufstand zu schreiten. Kleine Schritte waren der Weg, nicht das Ziel. Zweitens verhandelten oder kämpften bei ihnen nicht die Gewerkschafter für die Arbeiter, sondern die Arbeiter bestimmten selbst und direkt. Sie waren die Gewerkschaft. Der Anarchosyndikalismus wollte keine Stellvertreterpolitik betreiben, er kannte keinen anonymen Apparat. Funktionäre, Bürokratie und Tarifmauschelein der verschlossenen Türen waren ihm fremd. Es entschieden ausschließlich die Betroffenen selbst, entweder als Vollversammlung der Belegschaft oder mittels gewerkschaftlicher Basisgruppe im Betrieb. Eine Organisationsform also, in der die Entscheidungsfindung von unten nach oben lief und dadurch die Gewerkschaft zu einer Art Volkshochschule für den libertären Alltag machte. Genau hier beginnt der konstruktive Teil des anarchosyndikalistischen Konzepts, das erst durch das Zusammenspiel beider Elemente zu einem anarchosyndikalistischen Projekt wird. Die libertären Syndikate verstanden sich als Keimzelle der neuen Gesellschaft, als ihr verkleinertes Abbild, dem sich schon in der Gegenwart ansatzweise die Lebensformen der Zukunft entwickeln sollten. Insofern waren sie weit mehr als Berufsorganisationen, ein konkreter Vorgriff auf das Ziel, ein Stück vorweggenommene Utopie. Das war natürlich nur begrenzt möglich, denn innerhalb der Unfreiheit ist die vollkommene Simulation von Freiheit nicht denkbar. Dennoch erfüllte der anarchosyndikalismus seine Funktion als soziales Laboratorium, indem er um die klassischen gewerkschaftlichen Aktivitäten herum eine eigene Welt entstehen ließ, die für viele Menschen zur sozialen Heimat wurde. Hier bildeten sich neue Formen des Zusammenlebens, der Kultur, der Wirtschaft und des sozialen Umgangs heraus, in der eine ganze Generation selbstbewusster Menschen lernte, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen. Vom Lohnkampf über Erziehung, Bildung und Kultur, Frauenorganisationen und Freizeitgestaltung bis hin zum täglichen Einkauf entstand hier eine Schule der Selbstverwaltung, in der auch die kniffligsten Fragen von Kommunikation und Organisation praktisch bewältigt wurden. In diesen Inseln der Freiheit wurden libertäre Grundtugenden zu alltäglichen Handlungsmustern. So entwickelte sich im realen Leben Schritt für Schritt das, was sich nach den Vorstellungen mancher Anarchisten am Tage der Revolution angeblich von selbst einstellen sollte. Libertäres Verhalten Weiter entfernt davon, sich von der Welt abzuschotten, wurde diese soziale Kultur zu einer Art virulenten Gegegengesellschaft, die die hierarchische Norm der Gesellschaft des Staates von innen her untergrub. Zugleich schuf sie in der Nachbarschaft, in Betrieben, Stadtteilen, Genossenschaften, in Kulturgruppen ein Klima des Vertrauens. Anarchisten galten nicht länger als anonyme Schwärme oder wilde Bästchen, sondern als Nachbarn und Kollegen, deren Wort etwas galt. Dies hat vermutlich mehr zum Verständnis und Verbreitung des Anarchismus beigetragen als Tonnen von Agitationsliteratur. In erster Linie aber bereitete sich die syndikalistische Arbeiterschaft auf die Übernahme der Gesellschaft vor, insbesondere der Betriebe. Und das tat sie mit System. Nach einem Umsturz, dem man nach Kräften zuarbeitete, sollte die in gewerkschaftlichen Umfeld gewachsenen Strukturen dazu dienen, die Selbstverwaltung einer ganzen Gesellschaft in Gang zu setzen. Dem kamen die Erfahrungen in der landesweiten Vernetzung einer großen Gewerkschaftsverbände ebenso zu, gute wie die internationale Kontakte, die sich zunehmend entwickelten. Vor allem aber war es nötig, exakte Kenntnisse über den Fluss von Waren, Werten und Rohstoffen zu erlangen. Produktionsablauf, Kalkulationen, Transportaustausch. Das ganze ABC der Betriebs- und Volkswirtschaft rückte ins Interesse der einfachen Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich vorgenommen hatten, die neue Gesellschaft zu errichten. Ohne den nötigen Durchblick durch die komplexen Zusammenhänge einer modernen Gesellschaft war es weder denkbar, freiheitliche Alternativen zu entwickeln, noch einen möglichst reibungslosen Übergang in eine solide lagerische Bedarfswirtschaft zu schaffen. So erklärte das anarcho-syndikalistische Konzept praktisch die vorrevolutionäre Phase zu einem Trainingslauf für die nachrevolutionäre Zeit. Während gleichzeitig soziale Verbesserungen erkämpft, die autoritäre Gesellschaft geschwächt und die notwendigen Erfahrungen gesammelt wurden, standen immer mehr fähige Menschen in den Staatslöchern, bereit, jene großen Umwälzungen zu vollziehen, die aus einer Revolte erst eine Revolution macht. Man brauchte dann eigentlich nur noch auf eine günstige Gelegenheit zu warten und die lieferte das System mit seinen tiefen Krisen in schöner Regelmäßigkeit. Das leuchtet einen, dass die politische Taktik der anarcho-syndikalisten darin bestand, diese Krisen tüchtig nachzuhelfen. Jede Situation eines staatlichen Machtwakuumes konnte so zum Ausgangspunkt der sozialen Revolution werden. Dieses Konzept war in sich schlüssig und genügte sich selbst. Die heilkömmliche Gewerkschaft war ein Hilfswerkzeug politischer Parteien gewesen. Nun wurde sie zu einem eigenständigen Faktor. Hieraus erklärt sich die strikte Abgrenzung der libertären Syndikate gegen die politische Ideologisierung, Parteien, Wahlen und Parlamente. Eine Haltung, die in etwas irreführender Weise apolitisch genannt wurde. Gemeint war damit zweierlei. Erstens wollten diese Gewerkschaften kein Instrument einer politischen Organisation sein, auch keine anarchistischen, sondern autonome Körperschaften der Werktätigen. Und zweitens verstand es sich von selbst, dass die Mitglieder in einer anarchistischen Gewerkschaft kein Glaubensbekenne zum Anarchismus voraussetzten. Die Syndikate vertraten den Standpunkt einer Klasse, keine Ideologie. Ihre Strukturen, Aktionsformen und Ziele waren libertär. Das genügte. So einfach war die Grundidee des anarcho-syndikalismes, das in Frankreich ausgeblutet und schon bald als anarcho-syndikalismo in Spanien verfeinert wurde. Zu einem veritablen anarcho-syndikalistischen Projekt. Kapitel 35. Der kurze Sommer der Anarchie, Revolution in Spanien. Die Anarchisten hatten ihre Hausaufgaben gemacht. Jetzt wollten sie nur noch auf einen günstigen Moment zu warten. Der 19. Juli 1936. Dieser Moment kündigte sich im Sommer 1936 an. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Volksfrontregierung das Vertrauen der unteren Schichten schon weitgehend verspielt. Seit geraumer Zeit schon, machte man sich über die parlamentarischen Spiegel lustig und begann ungefahrt mit längst überfälligen sozialen Neuerungen. Die Zeiten der Zeit standen vor dem Staatsstreich der Generäle auf soziale Revolution. Er lieferte nur noch den Anlass, das Machtvakuum auszunutzen und die Initiative an sich zu reißen. Am 19. Juli bricht im ganzen Land ein generalstaatmäßig geplanter Putsch Schloss, angezettelt von einer ultrarechten Koalition, in der sich konservative Militärs, reaktionäre, klerikale, verunsicherte Grundbesitzer, Königstreue und vor allem Vertreter der Falange wiederfinden, der spanischen Variante des Faschismus. Planungen und Ausführungen liegen bei hochrangigen Armeekommandeuren, die über große Teile des Heeres und Schwererwaffen verfügen. Als ihre Führer setzt sich schon bald der spanisch-marokko-stationierte Oberst Franzisco Franco-Bamonde durch. Angesichts des Militärputsches fahrt die Regierung in Ratlosigkeit und Untätigkeit, zaudert und hält die loyalen Truppen in den Kasernen. Innerhalb weniger Stunden aber stellt sich die organisierte Arbeiterschaft den Putschisten entgegen und ruft landesweit den Generalstreik aus. Als einzige ihrer Organisation verfügt die CNT über Waffen, Erfahrungen und einen Aktionsplan. Arbeiter aller politischen Richtung orientieren sich an ihren Beispielen. Wichtige Gebäude werden besetzt, Barrikaden errichtet, der Sturm auf die Kasernen beginnt. Die Kämpfe scheinen aussichtslos. Mit Flinten, Revolvern und alten Karabinern gehen anarchistische Stoßtrupps gegen die Festung der Putschisten vor. Ihre selbstgebastelten Handgranaten sind von so schlechter Qualität, dass sie von den Leuten Impartiales genannt werden. Die Unparteiischen, weil sie angeblich genauso auf dies als wie jenseits der Barrikaden explodieren. Dennoch, die generelle Wanken ziehen sich zurück und igeln sich ein. Die Arbeiter setzten zum Sturm an, erbeuten erste schwere Waffen. Soldaten laufen über. In diesen Stunden des Aufstandes stirbt die Blüte der jungen libertären Aktivisten im Feuer der Maschinengewehr. Besonders hoch ist der Blutzoll bei der Fein. Am folgenden Tag ist der Staatsstreich in den wichtigsten Regionen gestoppt und bricht auch in den meisten großen Städten innerhalb von zwei, drei Tagen zusammen. Franco behauptet sich nur in wenigen Provinzen. Staat und Regierung aber haben ihr Prestige verspielt und sind nur noch eine Karikatur ihrer selbst. In Katalonien liegt die Macht de facto in den Händen des Volkes und die Menschen wissen, was sie damit anzufangen haben. Niemand hört mehr auf die Generalitat de Katalonia. Das Komitee der antifaschistischen Milizen ergreift die politische Initiative. Dies ist der Beginn einer parallelen Entwicklung, einerseits des spanischen Bürgerkriegs, der drei Jahre dauern sollte und dank der Hilfe Hitlers und Mussolinis letztlich doch mit dem Sieg des Putsch- Generals Franco über die Spanische Republik endete. Er war der verzweifelte Versuch, den aufkommenden Faschismus noch vor Beginn des Zweiten Weltkrieges zu schlagen und wurde zu einem blutigen Massaker, dem die europäischen Demokratien tatlos zuschauten. Andererseits ist der 19. Juli 1936 die Geburtsstunde des bisher größten und erfolgreichsten Experiments allgemeiner Selbstverwaltung. Denn während der Krieg tobte, wurde im Hinterland jene soziale Revolution verwirklicht, die schon lange auf der anarchistischen Agenda stand. Sie schickte sich an, libertäre Utopien mit Millionen von Menschen in eine alltägliche Realität umzusetzen. Obgleich sie erstaunliche Erfolge und wertvolle Erfahrungen liefert, liegt dieses konstruktive Werk des spanischen Anarchismus bis heute weitgehend unbekannt. Es stand im Schatten des Krieges, der das Interesse der Weltöffentlichkeit weit mehr zu fesseln vermochte, als Selbstverwaltung in Industrie oder Landwirtschaft. Die Revolution. Nun zeigte sich die systematische Vorbereitung, die die CNT jahrzehntelang betrieben hatte, aus. Überall dort, wo die Anarchosynikalisten den Ton angaben, in Aragon, der Levante, Teile Kastiliens, des Baskenlandes, Andalusiens, Asturiens und der Estimadura, vor allem aber im hochindustrialisierten Katalonien, entstand binnen kürzester Frist eine funktionierende Selbstverwaltungswirtschaft, die die Grundlage für freiheitliche Strukturen auch in Verwaltung, Kultur und sozialem Zusammenleben bildete. Von der Kriegsführung bis zur Milchwirtschaft funktionierte plötzlich ein halbes Land nach anarchistischer Organisationsmodellen. Zum Erstaunen zahlloser Ökonomen und Theoretiker brach nicht das Chaos aus. Im Gegenteil. Die Selbstverwaltung erwies sich als funktionstüchtig und leistungsfähig. Mit Fantasie und Improvisationstalent wurden die massenhaft auftretenden Probleme angepackt, Mängel ausgeglichen, Rückschläge überwunden. Trotz der ungünstigen Konstellationen, nebenbei auch noch einen Krieg führen zu müssen, konnten durchweg die sozialen Bedingungen der Arbeiter verbessert und gleichzeitig die Produktion erhöht werden. Es fehlt hier der Platz, eine genaue Analyse dieses großen Experiments zu leisten. Wir können lediglich einige wichtige Charakteristika hervorheben. Im Gegensatz zum Modell der kommunistischen Staaten war die spanische Revolution nicht zentralistisch, weder befohlen noch erzwungen, sondern basisdemokratisch. In Betriebs- und Ortsfortsammlungen, den Minitines und Assembléas, bestimmten die betroffenen Selbstrichtlinien ihres Lebens. Gewählte Delegierte waren verpflichtet, diesen Volkswillen umzusetzen und wurden von der Basis kontrolliert. Mandatsträger unterlagen in der Regel eine Rotation. Regelmäßig fanden Kongressos der Bauern- und Industrie-Syndikate statt, auf denen die allgemeine Richtung festgelegt wurde. Sie schufen auch brauchbare Strukturen zur praktischen Durchführung des Vorhaben und sorgten für die nötige Koordinierung. Pro Industriezweig wurde ein Generalrat eingesetzt. Die Feinabstimmung erfolgte auf der Ebene von Orts, Kantonals und Regionalräten. Die auf der untersten Ebene gab es den Consejo des Dorfes oder des Stadtteils. Auf diese Weise wurde die Herausbildung eine Bürokratie vermieden und eine hohe Motivation und Effektivität erreicht. Selbst große Industriebetriebe wurden von einem Komitee geleitet, dem kaum mehr als 10 bis 15 Personen angehört. Die Struktur dieser horizontalen Gesellschaft funktionierte somit nach dem Prinzip einer Vernetzung, die sich auf die bestehende Einrichtung der Gewerkschaften stützen konnte. Sie geschah parallel nach wirtschaftlichen und geografischen Kriterien, wobei Verwaltung und Koordination lediglich dort eingerichtet wurden, wo sie nötig waren. Zum Beispiel im Verkehrswesen, im Export, bei Rohstoffen oder dem Solidarausgleich zwischen reichen und armen Kollektiven. In aller Regel war die Teilnahme an diesen Experimenten freiwillig. Wer zum Beispiel auf dem Lande dem Kollektiv nicht beitreten wollte, konnte auch als Individualista weiter wirtschaften, durfte aber nicht mehr Land besitzen, als er bestellen konnte. Ausbeutung sollte vermieden werden. Allerdings kam er auch nicht in den Genuss der weitreichenden Errungenschaften der Revolution. So waren Lebensmittel, Miete, Elektrizität, medizinische Versorgung, Rentenanspruch und Schulbildung kostenlos. Vor allem aber war die Revolution vielfältig. Verschiedenste Modelle existierten einträchtig nebeneinander. In einigen Gegenden wurde das Geld abgeschafft und jeder konnte nach seinen Bedürfnissen von dem, was es gab, nehmen. In anderen Gegenden wurde es beibehalten, teilweise wurden auch Tausch und Arbeitsbons eingeführt. In der Industrie existierten ebenfalls verschiedene Typen der Selbstverwaltung. Kollektivierung, Sozialisierung und Arbeiterkontrolle in den unterschiedlichsten Spielarten. Nur wenige Tage nach der Niederschlagung des Butches begann die Sozialisierung der Industrie. In Katalonien erfasste sie 70 Prozent aller Unternehmen. Wo die Firmenleitung sich kooperationsbereit zeigte, wurden Komitees der Arbeiterkontrolle eingesetzt. Ansonsten übernahm die Belegschaft den Betrieb. In manchen Industriezweigen war die Sozialisierung flächendeckend, so dass sie von der Gewerkschaft völlig umstrukturiert und neu geordnet werden konnte. Noch während die Barrikadenkämpfe tobten, kollektivierten am 21. Juli 1936 die katalanischen Eisenbahner die Bahn. Am 25. Juli folgten die städtischen Verkehrsbetriebe. Schließlich wurde das gesamte Kommunikationswesen, Schiene, Straßentransport, öffentlicher Verkehr, Taxis, Telefon, Rundfunk und Filme sowie Teile des Schiffs- und Luftverkehrs in Selbstverwaltung betrieben. Die größten Anstrengungen galten hierbei der Verteilung von Lebensmitteln und Konsumgütern sowie dem Transport von Industrie- und Kriegsmaterial. Auch die meisten der zahlreichen Dienstleistungsbetriebe und Kleingewerbe führten auf eigene Faust die Kollektivierung ein, spontan und mit fast kindlichem Elan. Vom Café bis zum Friseursalon betrieben die ehemaligen Angestellten ihren Betrieb nun in eigener Regie, wie beseelt vom Gefühl sozialer Verantwortung. Aus feinen Restaurants wurden öffentliche Volksküchen, kostenlose Kindergärten entstanden. Kellner und Taxifahrer gewiesen Trinkgelder als Beleidigung ihrer Würde zurück. Das mondäne Hotel Ritz bot ein ungewohntes Bild. Milizionärinnen, Arbeiter in blauen Overwalls, diskutierende Gewerkschafter nahmen hier inmitten einer Schar tollender Kinder ihr Abendessen ein. Handwerksbetriebe, Manufakturen und Unternehmen unter 100 Beschäftigten wurden, sofern sie nicht während der Revolution bereits beschlagnahmt worden waren, auf Antrag von Dreivierteln der Belegschaft sozialisiert. Dies geschah meist in Form von Genossenschaften oder angegliedert an die Industriesyndikate. Nach dem Selbstverwaltungskongress von Valencia im Dezember 1936 schufen die Gewerkschaften eine zentrale Ausgleichskasse zum Abbau von sozialen Gefällern und unnötiger Konkurrenz, sowie für die immer dringender werdende Kriegsproduktion. An die Einrichtung einer Kriegsindustrie war zuvor nicht gedacht worden. Als die Niederwerfung des Kutsches ins Stocken kam, bildeten sich Fronten und ein langwieriger Krieg begangen. Müchtige Rüstungsbetriebe lagen auf dem Gebiet der Nationalen, die zudem ausländische Waffenhilfe erhielten. Die Republikaner hingegen waren auf sich gestellt und mussten improvisieren. Viele Metallbetriebe widmeten sich notgedrungen der Kriegsindustrie und die Milizen an den Fronten meldeten steigenden Bedarf, von der Gewerbpatronin bis zu gepanzerten Fahrzeugen. Die sozialisierte Industrie musste so in einem Rüstungswettlauf mithalten, den sie kaum gewinnen konnte. Auf dem Lande wurde die ersehnte Revolution Libertaria meist positiv aufgenommen, bisweil mit überschwänglicher Begeisterung und hohen Erwartungen. Die meisten Latifundistas waren ebenso wie viele Fabrikanten rechtzeitig geflohen. In den befreiten Teilen des Landes schlossen sich 90 Prozent der Tagelöhner und Kleinbauern auf ehemaligen Latifundien in mehr als tausend freiwilligen Kollektiven zusammen. Die Agrarproduktion steigerte sich je nach Region um 30 bis 50 Prozent. Vielerorts trat man mit der kollektivierten Industrie in ein direktes Tauschverhältnis und konnte auf Zahlungsmittel, Tauschbonds oder Arbeitskarten ganz verzichten. In Dörfern, wo jeder jeden kannte, war ein Missbrauch dieser neuen Freiheit nicht zu befürchten. Und so manche Bäuerinnen bekamen zum ersten Mal in ihrem Leben ein paar richtige Schuhe. Zu den großen Leistungen der libertären Selbstverwaltung in Spanien gehörte die ausreichende Versorgung der Bevölkerung unter Kriegsbedingungen. Wie die gesamte Selbstverwaltungsökonomie, so hatte auch die Versorgungswirtschaft mit Engpässen und Problemen zu kämpfen. Einige davon waren auf typische Umstellungsprobleme zurückzuführen, die meisten allerdings waren kriegsbedingt. Sie trafen alle Regionen Spaniens auf beiden Seiten der Front und können daher nicht mit der Selbstverwaltungswirtschaft angelastet werden. Trotz Rohstoffknappheit und fehlender traditioneller Absatzmärkte, zeitigte sich unterm Strich gute Ergebnisse. Die berüchtigten Hungerjahre trafen Spanien erst nach Frankos Sieg 1939 und dauerten bis 1944 an. In vielen Dörfern bildeten sich während der Revolution sogenannte libertäre Gemeinden, in denen Handwerk, Dienstleistung, Landwirtschaft und lokale Industrie zusammengefasst waren. Komitees der Landarbeiter und der Transportsyndikats arbeiteten bei der Produktion und Verteilung der Nahrungsmittel Hand in Hand. In sogenannten Kollektivläden wurden die Güter des täglichen Bedarfs in der Regel kostenlos abgegeben. Ein erster Schritt in Richtung solidarische Bedarfswirtschaft. Auf dem Lande wurden die Läden und Lager häufig in der Kirche untergebracht, dem einzigen soliden Gebäude in vielen Dörfern. Trotz Krieg und radikaler Umwälzung der Wirtschaft erlebte das republikanische Spanien einen unerhörten Aufschwung der Kultur. Literatur, Presse, Ausstellung, Film und Theater drangen bis in die entlegensten Dörfer vor. Mit fortschreitender Alphabetisierung auch der Erwachsenen wurden zahllose Volksbibliotheken eingerichtet und Kurse angeboten. Die Regen Zulauf fanden. Sogar die meisten Schauspieler waren gewerkschaftlich organisiert. Viele Theater und fast die gesamte Filmindustrie funktionierten in freier Selbstverwaltung. Allein in Barcelona schuf der Rata Enxuela Nueva Unificada in den ersten fünf Monaten der Revolution über 100 neue Schulen, in denen 20.000 Kinder mehr unterrichtet wurden als zuvor. Auch die Landbevölkerung kam nun zum ersten Mal in den Genuss eines flächendeckenden Unterrichtssystems. Der streng katholische Schulmeister und die bigotten Nonnen verschwanden aus dem Schulwesen. Francisco Ferres libertäres Erziehungsmodell erlebte hier praktisch seinen ersten großen Feldversuch. Und einer seiner Schüler, Juan Puig-Elias, schuf in seiner Eigenschaft als Bildungssekretär für Katalonien sogar einen neuen libertären Schultyp mit stark ökologischer Ausrichtung. Die Eschuela Natura. In den Erinnerungen der Kinder jener Generation bekommen diese Eschuelas, Libres übrigens durchweg hervorragende Noten, ausgestellt. Es verwundert nicht, dass auch der anarchistische Jugendverband Federación Iberical de Juventud de Libertarias, FIJL, enorm Zulauf erhielt. Typisch für die spanische Revolution war, dass sich, im Gegensatz etwa zu Russland, die Angehörigen der sogenannten gehobenen Berufe wie Techniker, Ingenieure und Ärzte in großer Zeit der Bewegung anschlossen und sie unterstützten, obwohl sie durchaus wirtschaftliche Einbußen hinnehmen mussten. So konnte innerhalb kürzester Zeit das gesamte Gesundheitswesen neu gestaltet werden. Medizinische Betreuung war nicht länger ein Privileg der Reichen. Das Straßenbild der Millionenstadt Barcelona war völlig verwandelt. Die Metropole schien wie in einem Taumel zu leben. Das katalanische Sinfonie-Acosta gab auf Eiluftkonzerten die etwas pathetischen Anarcho-Hymnen zum Besten. Und zigtausende hörten zu. Frauen konnten sich plötzlich in der Öffentlichkeit frei bewegen und lebten ihre neue Freiheit selbstbewusst aus. Sie organisierten sich etwa in den Muies Libres und begannen im öffentlichen Leben eine zunehmend prägende Rolle zu spielen. Sogar in den Milizen waren sie vertreten. Die modebewussten Katalanen kürten den blauen Overall, die Kleidung der Milizionäre und Malocher zum Hitler-Saison, den sie mit derselben Eleganz zu tragen verstanden wie Zweireihe und Kostüm. Natürlich war auch Anpassung im Spiel, wesweil Tarnung und ein guter Mitläufertum. Es ist albern zu glauben, Millionen Menschen wären über Nacht zu Anarchisten geworden. Aber mehr als je zuvor begann sich für den Anarchismo zu interessieren und ihn zu begreifen. Bei den meisten war es ein heiteres Mitlaufen, nicht diese dumpfe Angst wie in Stadien Russland. Anarchie war zum Zeitgeist geworden. Die spanische Revolution war keine Zwangsbeglückung, keine Diktatur, sondern ein buntes, widersprüchliches, lebendiges Experimentierfeld. Wie jedes System hatte es Schwächen, Treibungsverluste, Konflikte und Unzulänglichkeiten. Es entwickelte aber erstaunliche Kraft, sich zu perfektionieren und Fehler auszugleichen. Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die generalisierte Selbstverwaltung in Spanien nicht zu einem funktionierenden wirtschaftlich-sozialen System eingespielt hätte. Eine gelebte Anarchie, wenn man ihr die Möglichkeit einer ungestörten Entwicklung gegeben hätte. Diese Chance war ihr nicht vergönnt. Krieg, Gewalt, Leidenschaft Man hat den Spanischen Bürgerkrieg als ein Friedhof der Ideale bezeichnet. Das locker libertäre Leben auf Barcelonas Ramblas, die ausgelassene Fiesta, die der Niederschlagung des Butches folgte, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass aus dem Volksfest ein Schlachtfest wurde. Die Generäle waren eben nicht überall besiegt. Sie rüsteten zur Rückerhöhung des Vaterlandes und sie machten einen Kreuzzug daraus. Franco hat das wirklich so genannt. Es wurde ein Kreuzzug gegen das eigene Volk und er wurde den Nationalisten sehr sauer. Was sie als einen triumphalen Spaziergang nach Madrid geplant hatten, zog sich drei Jahre lang als moderner Vernichtungskrieg hin. Hermann Göring hatte reichlich Gelegenheit, seine neue Luftwaffe für den kommenden Weltkrieg zu testen. Die Junkers 52 und Heikel 111 von Hitlers Legion Condor bombardierten die Metropolen und legten das baskische Provinzstädtchen Guernica in Schutt und Asche. Das erste Flächenbombardement der Geschichte und die westlichen Großmächte schauten diskret weg. Kapitel 36 Das hoffnungsvolle Stiefkind Anarchismus in Deutschland Die Deutschen sind ein Volk, das im hohen Maße von der Staatsidee durchdrungen ist. Michael Bakulin Deutschland war niemals ein Land, in dem libertäre Ideen eine wichtige Rolle gespielt haben und ohne Zweifel stimmt Grossomolo die Sichtweise von einem eher angepassten und staatstreuen Volk mit einem ausgeprägten Anlehnungsbedürfnis an die jeweils angesagten Autoritäten. Aber eben nur grob gesehen. Eine verfeinerte Optik offenbart Deutschland als ein Land, in dem es einige erstaunliche Entdeckungen zu machen gibt. Ein Land, das vor Stiefkind der libertären Bewegung blieb, aber allemal gut ist für die eine oder andere Überraschung. Wie zum Beispiel jene syndikalistischen Bergarbeiter aus Dortmund und Umgebung, die am 20. Januar 1919 als Welturaufführung den Sechs-Stunden-Tag einführen. Sie besetzen die Zeche Minister Achenbach, bilden einen Zechenrad, sozialisieren den Betrieb und fahren nur noch die Sechs-Stunden-Schicht. Ihr Beispiel funktioniert zur allgemeinen Zufriedenheit, außer der der Unternehmer und macht in kürzester Zeit Schule. 40 weitere Zechen schließen sich an und im Februar steht der größte Teil des Ruhrbergbaus unter der Kontrolle der Arbeiter. Andere Industriezweige verfahren nach dem gleichen Muster. Selbst handeln, direkt agieren, nur noch sechs Stunden arbeiten. Das Herz der Schwerindustrie in der Hand von Syndikalisten. Der Bergbohr als Experimentierfeld der direkten Aktion. Das erstaunt selbst Historiker und kaum jemand würde so etwas ausgerechnet in Deutschland vermuten, gelten doch deutsche Arbeiter bis heute als Lammfromm und fest im Griff der sozialdemokratischen Gewerkschaften. Eben diese aber hatten damals durch ihre Paktiererei mit der kaiserlichen Kriegswirtschaft viel an Glaubwürdigkeit verloren und waren bei den Kumpels unten durch. Auch die staatliche Autorität war durch den verlorenen Krieg und die November-Revolution bis in ihre Fundamente erschüttert. So blieb er nichts anderes übrig, als sich zurückzuhalten. Eine deutsche Revolution. Drei Monate zuvor war durch das Deutsche Reich eine Welle des Umsturzes gegangen, in der Arbeiter- und Soldatenräte dem alten Regime die Machtfrage gestellt haben. Kriegsmüde Matrosen und Lanzer, hungernde Frauen und Kinder. Die ausgemergelten Arbeiterinnen und Arbeiter der kriegswichtigen Industrien hatten die soziale Revolution auf die Tagesordnung gesetzt. Auslöser dieser November-Revolution waren Meutereien der kaiserlichen Matrosen in Wilhelmshaven und Kiel, deren Beispiel, gerade so wie ein Jahr zuvor, Russland wie ein Lauffeuer das ganze Land erfasste. Vielerorts übernahmen die A- und S-Räte faktisch die Macht. Räterepubliken entstanden von Ostfriesland bis nach München. Die Räte führten den Sturz des Kaisers dabei, verjagten die fürstlichen Dynastien in den einzelnen Ländern und begannen sofort mit der Organisation des sozialen Lebens. Ganz oben auf der Tagesordnung standen Probleme. Hunger, Kälte und die Kriegsfolgen. Politisches Naziel war das Ende von Preußen. Tum, Militarismus und Klassenstaat. Als Endziel spürte ihnen ein freies Deutschland vor. Sozialistisch in dem Sinne, dass die einfachen Leute jetzt das Sagen haben sollten. Der Adel müsste enteignet, die Industrie sozialisiert, der Obrechkeitsstaat durch einen Volksstaat ersetzt werden. Auf jeden Fall sollten die Räte zur Grundstruktur werden. Auf keinen Fall wollte man sich mit der bloßen Einführung einer parlamentarischen Demokratie zufrieden geben. Das Modell eines Räte-Deutschland sollte internationalistisch sein, in friedlichem Miteinander mit den anderen europäischen Völkern, von denen man ebenfalls eine proletarische Revolution erhoffte. Unterstützung fand diese Bewegung jenseits der noch unbedeutenden anarchistischen Zirkel, vor allen Dingen in Kreisen sozialdemokratischer Oppositioneller, die während des größten Völkermorgens zu Kriegsgegnern geworden waren. Damit nicht der unabhängigen sozialdemokratischen Partei Deutschlands und dem Spartakusbund. Inzwischen aber hatte das untergehende Kaiserreich loyale Sozialdemokraten vom alten Schlag in die Regierung gehievt und so einen Rettungsanker zurückgelassen, mit dessen Hilfe sich die konservativ-bürgerlichen Kräfte in Deutschland behaupten sollten. Hurra-Patrioten aus Kaiser Wilhelms Kriegskabinett wie Friedrich Ebert, Gustav Noske und Philipp Scheidemann bildeten 1918 eine neue SPD-geführte Regierung, die aber weiterhin im Leeren regierte. Große Teile der Arbeitermassen waren weit radikaler als ihre traditionellen Führer. Sie wollten mehr als einen sozialdemokratischen Kanzler, sie wollten das, was seit 50 Jahren angeblich das Ziel der SPD war, eine Revolution. So lief dann im Winter 1918, 1919 alles auf ein Ringen zwischen SPD und Rätebewegung hinaus, zwischen Restauration und Revolution, zugespitzt in der entscheidenden Frage, verfassungsgebende Nationalversammlung oder Rätedemokratie. In Berlin fielen zum Jahresbeginn die Entscheidungen und sie fielen nach klassischer Manier durch die Macht der Waffen. Sozialdemokratische Politiker scheuten sich nicht mit Artillerie- und Miedenwerfern gegen Arbeiterwirtsviertel vorzugehen. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die Führerfiguren des Spartakusbundes, wurden ermordet. Rechtsnationale Freikorps-Truppen stellten das wieder her, was Ebert unter Ordnung verstand. Die deutsche Revolution von 1918 blieb eine unvollendete Revolution. In ihr setzte das konservative Deutschland die schärfste Waffe ein, die sie noch in Händen hielt, die deutsche Sozialdemokratie. Sie war seit den Tagen der ersten Internationale beharrlich den Weg des Parlamentarismus gegangen und folgerichtig von einer revolutionären Bewegung zu einer staatstragenden, ja patriotischen Partei geworden. Aber noch konnte niemand so recht an diese Ungeheuerlichkeit glauben. Die Arbeiter am allerwenigsten. Als sie sahen, dass ihre Partei mit den alten Kräften des untergegangenen Reiches das gleiche Sache machte, wandten sich viele von ihr ab. So leicht wollten sie ihr Ziel einer sozialen Umwälzung nicht aufgeben und die Gelegenheit hierfür schien günstiger denn je. Die Regierung des frischgebackenen Reichskanzlers Ebert saß alles andere als fest im Sattel. Eine deutsche Kommune. In diesem Klima fanden jene Zechenbesetzungen im Ruhrgebiet statt, in denen der Sechsstunden-Tag erfunden wurde. Ein günstiges Klima für entschlossenes Handeln und direkte Aktionen, Wertekrise und Machtwaggen. Die Inganggesetze-Bewegung konnte sich recht unbeherrlicht entwickeln, der vorsichtigste Staat hielt sich raus und die Betriebsräte stellten die Grundbesitzer vor mehr oder weniger vollendete Tatsachen. Die SPD mauerte und bereitete sich ganz behutsam darauf vor, die Lage wieder in den Griff zu kriegen. Unterdessen übten sich die Kumpel in der schweden Kunst der Selbstverwaltung. Sie waren praktisch über Nacht in den Besitz der Bergwerke gekommen und betraten Neuland. Unter ihnen gab es nur wenige Fachleute oder Arbeiter mit entsprechender Vorbildung. So mussten sie sich ganz überwiegend darauf beschränken, Verwaltung, Wirtschaft und Bürokratie tatsächlich zu kontrollieren. Die generalisierte Selbstverwaltung die ihnen vorschwebte auch tatsächlich durchzuführen, darauf waren sie nicht vorbereitet. Wann hätten sie dies in den langen Kriegsjahren auch lernen sollen? Aber sie machten ernst mit ihrer Vision von der Sozialisierung. Zunächst erstellten sie einen Arbeitsplan und führten das neue Schichtsystem ein. Dadurch erreichten sie für die ausgehungerten Bergleute menschlich verkraftbare Arbeitszeiten, stellten die Förderung sicher und erhöhten sogar die Produktion. Dann zwangen sie die Verwaltung zur Einstellung neuer Arbeitskräfte, womit sie viele Arbeitslose und deren Familien satt machten. Sie schmissen besonders faste Schinder aus den Betrieben, organisierten den Vertrieb der Kohle, tauschten teilweise direkt mit Bauern aus der Umgebung und wachten über eine gerechte Verteilung der Güter. Sie setzten das um, was sie in ihrem selbst verfassten Manifest so ausgedrückt hatten. Die Bergarbeiter verschaffen sich selbst mehr eine Freiheit und ein einigermaßen erträgliches Dasein. Der andere Teil ihres Programms war weit schwieriger zu erreichen. Die Sozialisierung des Bergbaus im Sinne der Enteignung des privaten Kapitals, die Übernahme der Kohleschätze und der Produktionsmittel in den Besitz der Gesamtheit und die Verwaltung des Bergbaus durch die Bergarbeiter. Hierzu fehlte es an eine entscheidende Vorbedingung, die der Syndikalist später etwas pathetisch aber treffend formulierte. Der deutsche Arbeiter müsse erst körperlich und geistig reif für die soziale Revolution werden. Er war an vielen Orten dazu bereit, aber nicht vorbereitet. Die Dortmunder Syndikalisten wussten, was sie wollten, aber nicht genau wie. Eines jedoch war klar, die Bewegung konnte nur dann erfolgreich sein, wenn sie auf ganz Deutschland übergriff. Der öffentliche Druck musste stark genug sein, das Eingreifen des Staates zu verhindern, hinauszuzögern oder entscheidend zu schwächen. Die Bergbaus wussten, dass sie Vorreiter waren und den Menschen nicht davon galoppieren durften. Sie suchten Verbündete und fanden sie in Spartakus und USPD. Gemeinsam organisierte man riesige Demonstrationen und Massenkundgebungen, auf denen rüberkam, was in Ruhrpott Sache war. Man wollte soziale Verbesserungen. Man wollte Taten statt Worte und man wollte die Übernahme der Produktionsmittel durch die Gesamtheit. Das Wort Staat fiel nicht. Verstaatlichung war für die Arbeiter des Jahres 1919 kein Thema. Als Ende März in Witten Angehörige eines Freikorps in eine Demonstration schossen und mehrere Arbeiter töteten, kam es zu spontanen Arbeitsniederlegungen, die sich rasch zu einem Generalstreik ausweiteten. Weitreichende politische Forderungen wurden laut. Das war für die Reizregierung der willkommene Anlass durchzugreifen und den Belagerungszustand zu verhängen. Damit galt automatisch das Kriegsrecht. Die Macht lag nun in den Händen des Generalleutnants Freier von Watter, eines preußischen Bilderbuchmilitärs, und der machte ganze Arbeit. Die führenden Agitationen wanderten in Schutzhaft, Versammlungen und linke Publikationen, außer denen der SPD wurden verboten. Deren Gewerkschaften übernahmen taktisch geschickt die Forderungen nach dem 6-Stunden-Tag und verkündeten nach kurzen Verhandlungen stolz den errungenen Sieg. Siebeneinhalb Stunden. Und Schmalzstuhl für alle. Der erste große autonome Bergarbeiterkampf des Ruhrgebiets stand plötzlich ohne Kopf da. Dennoch hielt der Streik, nahm sogar in Intensität noch zu. In etlichen Betrieben verhinderten die Arbeiter nun auch sogenannte Notschichten, die die Anlagen vor größeren Schäden bewahren sollten. Bei Hösch ließ man einen Hochofen in aller Ruhe ausglühen und ruinierte ihn so für mindestens ein Jahr. Unternehmer und Sozialdemokraten waren entsetzt. Sowas hatten deutsche Arbeiter noch nie getan. 40 Tage hielt der Widerstand an. Erst dann begann die Steigfonds zu bröckeln. Die SPD propagierte Vernunft und stellte die Behandlung der Sozialisierungsfrage im Reichstags in Aussicht. Die erste Kraftprobe war verloren, aber die Arbeiter hatten viel gelernt. Von einigen Zechen ist belegt, dass sie noch ein volles Jahr lang den 6-Stunden-Tag beibehielten. Der Moment, aus diesen Lehren Konsequenzen zu ziehen, sollte schon bald kommen. Am 13. März 1920 butscht der rechtsradikale Politiker Wolfgang Kapp gegen die Reichsregierung in Berlin. Unterstützt wird er von dem Reichswehrgeneral von Lütwitz und der Marinebrigade Erhard, dem ersten Freikorps, das Hakenkreuz an den Stahlhelmen trägt. Die Regierung flieht aus Berlin, die faschisten Marschieren auf die Hauptstadt und aufs Ruhrgebiet. Die Reichswehr ist gespeichert, ein Teil schließt sich Kapp an, ein Teil zögert, weil sie Kapp nicht für voll nimmt und stellt sich später auf die Seite der Regierung. Wer nicht zögert, sind die Problemen. Im ganzen Reich wird der Generalstreik ausgerufen und fast vollständig befolgt. Am weitesten jedoch gehen die Kumpels an der Ruhr. Hier hat man nicht vergessen, was ein Jahr vorher geschehen war. Die Arbeiter bewaffnen sich, stellen eine Rote-Ruhr-Armee auf und begegnen dem Putsch auf eigene Faust. Es entsteht eine regelrechte Front quer durchs Ruhrgebiet bis ins Münsterland hinein. Der militärische Kampf war kurz. Nach nur fünf Tagen bricht der rechte Putsch zusammen. Kapp und seine Draziophien, Generalstreik, Reichswehr und Rote-Ruhr-Armee hatten den ersten faschistischen Spuk verjagt. Nach Meinung der Regierung war alles wieder normal. Den Arbeitern wurde artig gedankt und sie sollten auch, bitteschön, nun die Waffen abliefern und wieder arbeiten umgehen. Die aber sahen das anders. Sie hielten die Macht in Händen. Warum sollten sie diese Errungenschaft wieder aufgeben? Die Lehren des vergangenen Frühjahrs war noch frisch und die alten Forderungen keineswegs erfüllt. Viele sahen die Chance, den verpassten Umsturz jetzt zu vollenden. Die Rote-Ruhr-Armee blieb unter Waffen und so wurde am 17. März die Front der Arbeiter gegen Kapp zu einer Front der Reichswehr gegen die Arbeiter. 18 Tage dauerte der Widerstand gegen das Militär. 18 Tage, in denen im Hinterland viel geschah. Schon zu Beginn des Putsches hatte man die Gefängnisse gestirbt und die Genossen befreit. In jeder Stadt und Gemeinde bildeten sich sogenannte Vollzugsausschüsse, die sich der Organisation des täglichen Lebens annahm. Die staatlichen Organisationen hatten sich als unfähig anwiesen und wurden einfach ignoriert. Besonders im Dortmunder Raum versuchte man, mit der Selbstverwaltung ernst zu machen. In den Betrieben hielt man Wahlen ab und alles, was der Staat seit April 1919 schrittweise abgeschafft hatte, wurde nun wieder eingeführt. Diesmal ging man sogar noch weiter. Die Versorgung der Bevölkerung lagten in den Händen der Räte. Der Austausch mit den Bauern wurde organisiert, Preise wurden festgesetzt, Transport und Verteilung geregelt. Die wenigen erhaltenen Dokumente jener Tage zeigen, dass man sich auch mit dem Niederrung des Eifachs befasste. Etwa was die Regelung von Alkoholkonsum auf Festigkeiten, Beschlichtung von Streit zwischen Nachbarn und Kollegen oder die Entschädigung aufgebrachter Ladenbesitzer anging, bei denen man Wahlen für die Armee requeriert hatte. Auch die Empfehlung, freiwillig das Backen von Kuchen einzuschränken, weil dafür zu viel Eier und Zucker verwendet würden, zeigt durchaus ein Gespür für die Wichtigkeit von Details. Dabei ging es natürlich um Größeres. Die gleichen Forderungen, die schon die Resolution des Generalstreiks von vorher enthielt, kamen jetzt wieder auf den Tisch. Allgemeine Anerkennung des Rätesystems, Bildung einer revolutionären Arbeiterwehr, Freilassung der politischen Gefangenen, generelle Einführung des 6-Stunden-Tages, 25-prozentige Lohnerhebung, Entwaffnung der Polizei im Revier und Auflösung der Freikorps. Was immer möglich war, wurde nun versucht umzusetzen. Aber nur knapp drei Wochen dauerte das Machtvakuum, in dem die Syndikalisten die Geschicke einer großen Stadt, ja einer ganzen Region in Händen hielten. Zu wenig Zeit, um große Erfolge zu erzielen. 18 Tage nach Beginn des Aufstandes schließt das Groß der arg bedrängten Roten Ruhr-Armee mit der Reichswehr-Einsfriedensvertrag. Dieses Bielefelder Abkommen aber wird vom Militär kaum eingehalten. Die besten Kämpfer und die fähigsten Organisatoren sterben unter den Kugeln der vorrückenden Truppe. Der Traum von Selbstverwaltung und Rätedemokratie wird zerschlagen. Die generelle räumen auf. Im April 1920 stirbt im Ruhrgebiet der letzte Rest der deutschen Revolution vom November 1918. Man kann das, was sich in jenen Wochen in der deutschen Bergbaumetropole abspielt, ohne Übertreibung die Kommune von Dortmund nennen. Die Ähnlichkeit mit den Ereignissen von Paris, Kronstadt, Buenos Aires oder Barcelona fällt geradezu ins Auge. Niemand hatte je diesen Namen gegeben, aber dennoch hat sie existiert. Dass es diesen Namen nicht gibt, dass in Deutschland diese Ereignisse so gut wie unbekannt blieben, hat viel mit geschichtsstreibenden Parteilichkeit zu tun. Denn die Träger dieser Bewegung waren Anarchosyndikalisten. Und die passen so gar nicht ins Bild gängiger deutscher Geschichtsraster. Kapitel 40 Ratlosigkeit am Scheideweg Anarchismus heute. Fazit Nüchtern betrachtet stellt sich der weltanschauliche Anarchismus heute als ein Zwitter dar, der sich zwischen Sekte und Bewegung nicht recht entscheiden kann. Als Sekte wäre er, individuell gesehen, vielleicht die kuschelige Heimat für einige radikale Nonkonformisten und so zeige sie ihnen eine bedeutungslose Rande der Notiz in den Annalen einer Menschheit in Agonie. Als Bewegung hätte er vielleicht die Chance, die Agonie abzuwenden. Aber das ist eine reine Vermutung. Tatsache ist hingegen, dass die anarchistische Bewegung von heute folgende Funktionen erfüllt. Sie ist Bewahrerin einer libertären Tradition und Ideengeschichte. Sie ist eine gescheite, aber sterile Kritikerin der Gesellschaft mit einem Hang zur rechthaberischen Schmollen. Sie propagiert ihre Ideen mit großer Vitalität, entfaltet im begrenzten Rahmen eigene Initiativen und steht gelegentlich mit sozialen Bewegungen in wechselseitiger Beziehung. Sie ist nur in Ausnahmefällen sozial verankert, entwickelt jedoch pragmatische Projekte, die konstruktiv und subversiv zugleich sein sollen. Sie verfügt derzeit über keine zeitgemäße innovative Strategie, die allgemein akzeptiert wäre. Das ist wirklich nicht sehr viel. Das ist, etwas bissig ausgedrückt, die Feststellung, dass der Anarchismus unserer Tage eine in Dissens gefestigte Glaubensgemeinschaft ist, die sich um ihren Bestand im Augenblick keine Sorgen zu machen braucht. Ob sie insofern die Beziehung und Bewegung überhaupt verdient, ist selbst an der Anarchistin strittig. Partial scheint sie in diesem Jahrtausend noch nicht so richtig angekommen zu sein. Von außen getrachtet dürfte sie daher auf die meisten Menschen eher wie eine Überzeugungsgemeinschaft wirken, die vor lauter Prinzipienträume hartnäckig weigert, sich der modernen Welt zu stellen und sich der realen Probleme der Menschen im Hier und Heute anzunehmen. Die eigentliche wichtige Frage aber ist, ob die an sich anarchistische Bewegung und libertäre Tendenzen in der Gesellschaft zueinander oder auseinander entwickeln. Vielleicht ist ja eine weltanschauliche Bewegung wie der Anarchismus gar nicht der Weisheit letzter Schluss und schlicht und zeitgemäß geworden. Andererseits wäre ihr reicher Fundus an Erfahrung, wie wir ihn bisher kennengelernt haben, zu schade für den Müllschlucker. Dabei hätte der Anarchismus im 21. Jahrhundert alle Chancen, eine gesellschaftsverändernde Rolle in der Gesellschaft zu spielen, die seiner tatsächlichen Stärke entspricht. Dazu hält er eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Er bringt sie nur nicht ins Spiel. Das hierzu notwendige Gesamtkonzept ist eigentlich schon längst herangegreift und die Wege liegen klar auf der Hand. Wenn es gelänge, das enorme Potenzial der globalen Protestbewegung, des wiedererstarkenden Syndikalismus und des konstruktiven Projektanarchismus zu einer gemeinsamen und gangbaren Vision für die Zukunft zu bündeln, müsste die freie Gesellschaft keine Utopie bleiben. Aber nach wie vor stehen die Anarchisten recht ratlos am Scheideweg. Wohin wird die Reise gehen? In die künstliche Scheinwelt einer politischen Ghetto-Kultur oder ins reale Leben? Es hängt nicht zuletzt von Fantasie und Weisheit der Anarchas und Anarchos ab. Wie diese Frage beantwortet wird. Und hier waren schon immer für Überraschungen gut. Wenn die Menschheit eine Zukunft hat, dann wohl nur in einer anderen Art von Gesellschaft. Bei der Suche nach dieser Gesellschaft darf man von der anarchistischen Idee und ihren Strukturen einiges erwarten. Ob dazu die anarchistische Bewegung einen Beitrag leisten kann, ist fraglich. Falls sie sich darauf besinnt, in diesem Prozess eine Rolle zu spielen, muss sie sich wandeln und Modelle entwickeln, die für dieses Jahrtausend taugen. Dann bestünde auch eine realistische Möglichkeit, die anarchistischen Essentials in der grundlegenden Grammatik des sozialen Lebens zu verankern. Das und nichts anderes müsste zum Ziel der anarchistischen Bewegung werden, wenn sie nicht als Sekte verkümmern will. Soweit die Auszüge aus dem Teil 2 der geschichtlichen Betrachtung der anarchistischen und anarchischen Entwicklung, die nicht nur im letzten Jahrhundert, sondern auch ihre Vorläufe weiter vorgefunden hat. Angefangen von Proudhon, Bakunin, Kropotkin, über die Entwicklung in Russland, Deutschland, Paris, Spanien. Und nun zum Abschluss werde ich noch einige Stellen aus dem kurzen dritten Teil, was Horst Sturwasser selber sagt, oder welche Gedanken er selber über die Zukunft und über die möglichen weiteren Wege der anarchischen oder Anarchismus, je nachdem in welchem Umfang die Anarchie sozusagen in Zukunft auch gesellschaftlich eine Rolle spielt und welchen Platz sie dabei einnehmen kann. Teil 3. Die Zukunft. Kapitel 41. Ist der Anarchismus noch zu retten? Der Traum von perfekten Menschen. Zu den besonders tatnäckten Mythen gehört die Vorstellung, die libertäre Gesellschaft müsse eine Gemeinschaft gleichbesinnter sein, quasi ein Zusammenschluss von Überzeugungstätern. Nur wenn Menschen ein hohes Niveau gemeinsamer libertärer Standpunkte erreicht hätten, könnten sie auch mit libertären Strukturen zurechtkommen. Dieser Auffassung liegt eine sehr primitive Vision des Anarchismus zugrunde, nämlich die, dass es nur eine große, umfassende Gesellschaft gebe, mit einer für alle gleichen Ethik und Struktur. Demnach müssten sich alle Menschen auf eine verbindliche Norm einigen und dieser Standard kollektiv erreichen. Mit anderen Worten, sie müssten sich gleich machen. Dieser Ansicht unterscheidet sich strukturell in nichts von der staatlichen Doktrin, die in einem geografischen Raum ebenfalls nur einen Gesellschaftstyp zulässt und mit Zwang durchsetzt. Sollte dies aber freiwillig geschehen, müssten enorme moralische Anforderungen an die Mitglieder einer solchen Gesellschaft gestellt werden, setzt jedoch faktisch einen neuen, einen besseren Menschen voraus. Jeder Gesellschaftstyp aber, der nicht für den Menschen taugt, so wie er ist und zu seinem Funktionieren erst wie eine Neuschöpfung des Homo Sarkiens braucht, bleibt ein reines Gedankenspiel und ist daher praktisch untauglich. Es sei denn, der Mensch wird zwangsweise unerzogen. Das haben die kommunistischen Systeme einige Generationen lang versucht und sind mit daran gescheitert. Ein Scheitern, dessen tiefere Leere von vielen Anarchisten bis heute nicht verstanden worden ist. Selbstverständlich dürfen Menschen in einer anarchischen Gesellschaft aneinander hohe Ansprüche, Erwartungen und Forderungen stellen. Sie sollen es sogar. Moderne anarchistische Organisationstheorie zufolge, aber ist das Erreichen solcher Ansprüche ein Lernziel und nicht die Voraussetzung gesellschaftlichen Lebens. Sie betreffen zudem nur die Mitglieder eines jener kleinen, sozial vernetzten Gebilde, denen man sich anschließen kann oder auch nicht. In verschiedenen sozialen Gebilden können sie verschieden aussehen. Wenn aber in irgendeiner sozialen Gruppe bestimmte Ansprüche zur Voraussetzung gemacht würden, dann nur aufgrund der freien Vereinbarung der beteiligten Menschen und selbstverständlich nur für diese gültig. Wer Anarchie daher als eine ethische Glaubensgemeinschaft versteht, verwechselt ganz einfach die Mosaiksteinchen, aus denen sich eine anarchische Gesellschaft zusammensetzt mit dem gesamten Mosaik. In jedem Steinchen schließen sich Menschen nach ihren Neigungen und Bedürfnissen zusammen. Dabei dürfen sie so anspruchsvoll oder anspruchslos sein, wie ihnen beliebt. Die Saft- und kraftlose Zweckgruppe oder die hochmotivierte Glaubensgemeinschaft nicht rauchender, friedensbewegter, antipatriale und sitzpinkelter Veganerinnen. Alles ist denkbar. Die Interaktion zwischen den Mosaiksteinchen geschieht durch Beispiel, Erfahrung und Überzeugungskraft, nicht durch Zwang. Sobald aber rauchende und nicht rauchende, stehpinkelnde und sitzpinkelnde, fleischessende und pflanzenessende, schrille und fade, aggressiv und pazifistische, rationale und esoterische, laute und leise, epikurierische und asketische, individualistische und kollektivistische Menschen gegenseitig voneinander verlangen, so und nicht anders zu leben, weil es so und nicht anders richtig sei, kann eine anarchische Gesellschaft nicht funktionieren. Solche Menschen haben das Wesen der Anarchie nicht begriffen und selbstverständlich brauchen sie überhaupt keine libertäre Struktur. Zur Durchsetzung einer kollektiven Ethik sind Philosophie und Struktur des Staates viel besser geeignet. Anarchie als Gesellschaftsstruktur besteht im Grunde nur darin, dem Zusammenleben einer anderen Grammatik zu geben. Das setzt nicht voraus, dass die Menschen in ihr Anarchisten sind. Das setzt nur voraus, dass die geänderten Spielregeln allgemein akzeptiert werden. Der Grundkonsens einer libertären Gesellschaft besteht also nicht in Überzeugung, Anschauung, Lebensentwurf, persönlicher Konsequenz oder Ideologie, sondern in libertären Essentials. Und diese sagen nichts weiter aus, als dass die Menschen selbst entscheiden, sich horizontal vernetzen und dezentral organisieren. Eine anarchische Gesellschaft existiert von dem Moment an, wo Menschen beginnen, ihr Leben im großen Maßstab so zu organisieren. Es ist erschreckend, wie wenig verbreitet der moderne Anarchismusbegriff in der modernen anarchistischen Bewegung ist. Dort scheint noch immer die Meinung vorzuherrschen, Anarchie sei nur mit anarchistischen Menschen und einer perfekten Weltanschauung machbar. Das ist ein Grund dafür, weshalb sich diese Bewegung so schwer tut. Aktionsmodelle zu finden, in denen auch der unperfekte Menschentyp des Mitläufers einen Platz fände. Stattdessen entwickeln sie eine beharrliche Tendenz zum Edelgetto, in dem man auf der Suche nach seiner eigenen Veredelung leid sein ganzes Leben verbringen kann. Der Mensch ist aber weder edel noch heilig. Und wenn Anarchie ein Ding nach menschlichem Maß sein soll, sollten sie die Vervollkommung des Menschen zwar fördern, sich aber davor hüten, Vollkommenheit zur Voraussetzung zu machen. Worauf es bei der praktischen Verwirklichung ankommt, ist letztlich die Frage, ob es sich in einer libertären Struktur gut leben lässt. Das ist aber keine Frage eines Glaubensbekenntnisses. Wir leben heute in der Struktur der parlamentarischen Demokratie. Milliarden Menschen tun das, aber nur wenige verstehen sich als überzeugte Demokraten oder engagieren sich gerade in demokratischen Strukturen. Zweifellos aber ist hier die Beteiligung der Menschen größer als noch im Absolutismus. Und es ist gut möglich, dass sie in der Anarchie bedeutend höher wäre als in der Demokratie. Der springende Punkt bei all dem ist jedoch, dass in der Demokratie Menschen passabel leben können und dürfen, die keine Demokraten sind. Anarchisten sind überzeugt davon, dass ihre Struktur weit besser ist als die der Demokratie. Das wird sich aber erst dann zeigen, wenn die Menschen auch in solchen Strukturen leben wollen, ohne dass sie deshalb zuvor zu überzeugten Anarchisten werden müssten. Soll das heißen, dass Anarchisten sich nicht um persönliche Konsequenzen bemühen sollten? Immerhin wurde im dritten Kapitel das Gegenteil behauptet. Konsequenz als Fetisch. Selbstverständlich ist der Versuch, das, was man vertritt, auch selbst umzusetzen, die einzig glaubwürdige Nagelprobe der Ernsthaftigkeit. Wie weit die persönliche Konsequenz dabei geht, hängt vom Charakter des einzelnen Menschen ebenso ab, von den äußerlichen Bedingungen und dem Wesen dessen, worin man eigentlich konsequent sein möchte. Es kann zum Beispiel sein, dass Konsequenz einen Menschen überfordert. Auch kann das Objekt der Konsequenz zweifelhaft sein. Möglicherweise setzt konsequentes Handeln auch zu früh ein. Herrschaftsfreies Verhalten beispielsweise setzt ein tiefgreifendes Umdenken und lange Übungen voraus. Wer sich vornimmt, das sofort zu können, ohne es zunächst vielleicht einmal mit herrschaftsärmeren Verhalten zu versuchen, verzweifelt schnell. Die Meinung über solch alltägliche menschliche Regelungen, wie etwa Wut oder Eifersucht, gehen nicht nur bei Anarchisten weit auseinander. Denkbar wäre, dass der konsequente Versuch, immer freundlich zu sein oder keine Eifersucht zuzulassen, überhaupt nicht richtig ist und deshalb zu bloßer Gefühlsunterdrückung führt, die niemandem nützt. Und wenn diejenigen Anarchisten, die beispielsweise für die Abschubung der Geldwirtschaft eintreten, so konsequent wären, hier und heute ihr Geld auf einem Scheiteraufwand zu verbrennen, wäre das sicher ein hübscher symbolischer Akt, aber eine unsinnige Konsequenz zum falschen Zeitpunkt. Zwischen Ernsthaftigkeit, Konsequenz und Fanatismus bestehen fließende Grenzen. Jeder Mensch, der es mit dem libertären Essenz Schulz ernst nimmt, muss im eigenen Leben selbst seine Fähigkeiten ausloten und die Sinnhaftigkeit seines Handelns testen. Andernfalls wäre die Konsequenz leicht so lächerlicher Groteske. Eine Bewegung aber, die konsequentes Verhalten zur Voraussetzung ihrer sozialen Modelle macht, hat schon verloren. Bei den allermeisten Menschen gehen Veränderungen in kleinen Schritten vor sich und nur wenigen erhabenen Charakteren ist die Innere stärker eigen, sich zwischen Hirn und Bauch so erfolgreich kurz zu schließen, dass sich ihr Handeln makellos widerspruchsfrei an ihren Überzeugungen ausrichtet. Monokausale Fallgruben Das gemeinsame Muster dieser nicht nur bei Anarchisten weit verbreiteten Neigung ist immer die Suche nach einer Ursache, mit der alles erklärbar ist und lösbar wäre. Diese Suche nach dem allumfassenden Weltgesetz ist ein altes, tiefsitzendes Erbe. Es spiegelt sich im göttlichen Weltbild des Christentums ebenso wider wie in der naturwissenschaftlich geprägten Tradition der Aufklärung. In der Philosophie wird diese Art zu denken monokausal genannt. Manche Feministinnen haben übrigens dieses Denkmuster mit guten Argumenten als ein eher männliches Schema beschrieben. Anhand der Chaos-Theorie haben wir gesehen, dass monokausale Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung fast nur im Labor, das heißt in der Theorie existieren. Leben aber ist praktisch. Hier haben wir es stets mit komplexen Zusammenhängen zu tun, bei denen mannigfaltige Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Ursachen zum Tragen kommen. Monokausales Denken ist verlockend einfach und deshalb auf dem Markt sozialer Theorien eine Ware, die immer wieder gerne genommen wird. Das ist zwar verständlich, weil menschlich, aber nicht gerade hilfreich. Der frühe Rustikal-Anarchismus, bakunischer Prägung etwa, ist ein klassisches Beispiel monokausalen Denkens. Denn er sieht im Staat die Wurzel fast ein Übels und seine Beseitigung den Schlüssel zum Glück. Nicht ohne Grund wurde eingangs so viel Wert auf die Feststellung gelegt, dass der Staat an sich nicht das Grundübel der Menschheit sei und dass sich der Anarchismus keineswegs in seiner Abschaffung erschöpft. Wer monokausal denkt, neigt dazu, von mehreren Alternativen immer nur eine gelten zu lassen und alle anderen völlig auszuschließen. Das führt auch bei Anarchisten zu verhängnisvollen Fallgruben des Denkens, die immer wieder in Dogmen enden. Zum Beispiel das Dogma des Kollektivismus. Der Glaube, kollektives Arbeiten, kollektive Entscheidungen und kollektives Leben seien in jedem Falle gut und stünden für die libertäre Lebenseinstellung schlechthin, ist in der heutigen Anarchiebewegung hartnäckig verbreitet. All das ist natürlich höherer Blödsinn. Denn Kollektive gönnen ebenso gut schlechte Arbeit leisten, dumme Entscheidungen treffen oder das Leben zur Hölle machen. Die Tatsache, dass in unseren Gesellschaften das soziale Zusammenwirken von Menschen mittels Hierarchie und Vereinzelung denkbar schlecht organisiert ist, hat dazu geführt, dass der Anarchismus kollektive Modelle entwickelte, die möglicherweise besser sind. Das bedeutet aber nicht, dass auf einmal alles kollektiv zu geschehen habe. Praktische Kollektivmodelle können erforderliche Lösungen bieten, dogmatische Kollektivideologie aber ist das Ende von Freiheit und Vielfalt. Formalisiertes Kollektivhandeln führt gleich zum Tod individueller Kreativität und wirkt jeder Art persönlichen Genies ab. Heraus kommt das graue Einheitsmittelmaß. Wer aber hat denn gesagt, dass man sich entscheiden müsse zwischen dem entweder kollektiv oder individuell? Das kann nur der kleine, monokausale Virus im Hinterkopf gewesen sein. Ähnliche Überlegungen gelten auch für die große Glaubensfrage, die die Linke 150 Jahre lang in Atem hielt. Ob denn die Arbeiterbewegungen auf einen moralistischen oder idealistischen Philosophie aufbauen. Bestimmt nun das Sein das Bewusstsein oder umgekehrt das Bewusstsein das Sein? Ohne diese spannende Frage konnte nach 1968 überhaupt kein ernsthaftes Gespräch unter politisch bewegten Menschen begonnen werden. Es handelt sich hierbei zweifellos um ein sehr interessantes Thema und das sei ohne Ironie gesagt. Aber für die Frage, ob ein Mensch willens und in der Lage ist, ohne Hierarchie zu leben, ist es ohne Belang. Tatsächlich scheint beides zuzutreffen. Und der Anarchismus hat es praktisch auch nie anders gesehen. Es liegt ja auf der Hand, dass der Mensch durch seine soziale Umwelt geformt ist und so denkt, wie er geprägt wurde. Genauso eindeutig aber ist die Beobachtung, dass der Mensch auch Kraft des eigenen Willens diesen Zustand ändern kann. Ein typisches Beispiel also für Wechselwirkungen und ein seltenes Beispiel für die Überbindung monokausalen Denkens. Denn diese Frage scheint heute niemanden mehr sonderlich zu interessieren. Auch die überaus schwache Differenzierung, die in Anarchokreisen zwischen Begriffen wie Autorität, Herrschaft, Unterdrückung und Hierarchie gepflegt wird, ist Ausdruck monokausalen Denkens. Das führt dazu, dass man meint, Freiheit zu erreichen, indem man jede Überlegenheit eines Menschen weghobelt. Egal, ob es sich nur um Wissen, Talent, besondere Fähigkeit oder ausgefallene charakterliche Züge handelt. Alles steht im Verdacht, autoritär und hierarchisch zu sein. Wer ein Genosse kann etwas besser als ich? Das wäre ja eine ganz perfide Form von Herrschaft. Da wollen wir doch lieber Gleichheit und die erzielen wir, indem wir alle Menschen mit ihren vielfältigen Eigenschaften durch den Wolf drehen, bis sie sich auf einem gleichen Nenner wiederfinden. Das ist dann zumeist das niedrigste gemeinsame Niveau. In der Tat gibt es dann keine Hierarchie mehr, aber eben auch nichts Besseres. Es gibt keinen entlarvenen Ausdruck für diese schematische Manie, von allem, was wir als schlecht empfinden, immer ganz genau gerade das Gegenteil anzustreben, als das problematische Wörtchen anti-autoritär. Dieses Verhalten, die sogenannte antithetische Bindung, fesselt uns stets an eine einzige Option, die Gegenthese. Sie hat immer wieder zu Grotesken Unsinn geführt und ist mit Schuld daran, dass sich Anarchisten öfter durch die Hervorbringung irgendwelcher nervtötender Plattitüden hervorgetan haben, als durch die Entwicklung praktischer Modelle. Kirche oder Gemeinde? Genug geschimpft. Die Frage lautete, ob der Anarchismus noch zu retten sei. Ob sich also die anarchistische Bewegung, so wie sie sich heute darstellt, totläuft, oder einen hilfreichen Beitrag dazu leisten kann, dass sich die Menschheit anarchische Strukturen gibt. Hierzu war es leider nötig, Themen anzusprechen, die sich vielleicht nur politischen Insidern ganz erschließen. Deshalb möchte ich mit einer leicht nachvollziehbaren Analogie enden, die auch Außenstehenden klar machen dürfte, an welchem Punkt sich diese relativ junge Bewegung heute befindet. Vergleichen wir sie einmal ganz formal gesehen, versteht sich und keineswegs inhaltlich, mit dem Christentum. Eine Idee also, die zu einer Bewegung wurde. Diese Bewegung stand irgendwann an einem wichtigen Scheideweg. Sie musste sich der Frage stellen, Puritanismus oder Lebendigkeit? Hinter dieser Alternative standen verschiedene Denkweisen. Hier der Wunsch nach perfekter Vollendung, Hingabe, Konsequenz. Dort der Wunsch nach praktischer Umsetzung einer Lebenseinstellung im freien Experiment. Hier zählten feste Glaubensgrundsätze, starke Strukturen, effektiver Apparat. Dort zählten zwischenmenschlicher Austausch, Alltagsstrukturen und Spontanität. Hier die klösterliche Abgeschiedenheit mit ihren heiligen Mönchen und das ketische Einsiedler. Dort die Bewegung mit ihrer Gemeinschaft suchender Menschen mitten im Leben. All das lässt sich zusammenfassen in der historischen Entscheidung, die das Christentum zwischen Kirche und Gemeinde zu treffen hatte und bekanntlich zugunsten der Kirche getroffen hat. Es war der Triumph des Puritanismus und der Tod der Lebendigkeit. Die Geburt eines Apparates und das Ende einer Idee. Meines Erachtens steht der Anarchismus heute an einem vergleichbaren Punkt. Perfektioniert er die Idee der Freiheit in immer sophistischer Theorien? In der Weiterentwicklung sowohl Scheriten und immer konsequenterer Verhaltensmuster? Schafft er eine anarchistische Elite, die sich in der Auslegung der Klassiker übt, über die Reinhaltung der Lehre wacht und die Menschheit ermahnen, zum Ziele führen will? Bringt er eine Avantgarde hervor, die für den Triumph der Ideale kämpft? Schafft er sich die dazu notwendigen Organisationen, eine eigene Sprache und die passende Dienstzeitung? Und pflegt er all dies in der sterilen Abgeschiedenheit geschlossener Kreise? Dann wäre dies das anarchistische Kloster mit den Straight Edgern als Jesuiten, den Theoretikern als erleuchteten Eremiten und einem jeden Anarchisten in seinem entsprechenden Glaubensorten mit eigener Liturgie. Meiner Meinung nach könnten aus dieser klösterlichen Anarchikultur durchaus klösterliche Anregungen an den menschlichen Geist entspringen. So wie dies bei den christlichen Abteien ja auch der Fall war. Zur Durchsetzung des christlichen Geistes unter den Menschen aber haben es alle Sistercienser, Dominikaner, Carmeliter, Kapuziner und Jesuiten nicht gebracht. Die Durchsetzung des libertären Geistes unter den Menschen wird vermutlich auch all jene geschlossenen Zirkeln nicht gelingen, die langsam aber stetig in einer libertär-klösterlichen Kultur abdriften. Noch aber ist die Entscheidung nicht gefallen. Die Anarchisten stehen seit Jahren unverändert vor dem Scheideweg. Solange es Libertäre gibt, die Stadt dem Prinzip Kloster und das Prinzip Gemeinde vorantreiben, bleibt Hoffnung. Kapitel 42 Von der Demokratie zur Akratie Wandlung ist möglich Politische Herrschaft ist nicht Ausdruck des Bösen, sondern eine Form von Verwaltung. Diese Verwaltung kann besser oder schlechter organisiert sein. Was dabei gut oder schlecht ist, hängt von der Perspektive ab. Das heißt, von der Frage, für wen gut oder schlecht. Untersuchen wir die Frage vom Stand und derer, die man allgemein das Volken ent, also unserem. Wie stark kommen wir in der Verwaltung vor? Früher herrschte ein Einzelner im Namen einer Idee, die sich auf einen Einzelnen berief. Der einzige Herrscher, der Monarch, betrieb als Vasalle, Herzog oder König zu einem Verwaltungsgeschäft im Namen des einzigen Gottes. Die uneingeschränkte Herrschaft eines Einzelnen nennen wir Autokratie. Sie brachte Fremdverwaltung hervor. Heute herrschen viele im Namen einer Idee, die sich auf das ganze Volk beruft. Die vielen Herrscher, Polyarchen, betreiben als Abgeordnete Minister, Regierungschefs ihr Verwaltungsgeschäft im Namen der Gesamtheit der mündigen Wahlbürger. Die eingeschränkte Herrschaft vieler im Namen aller nennen wir Demokratie. Sie bringt eine Stellvertreterverwaltung hervor. Gemäß der anarchistischen Idee, die heute noch im Rang einer Utopie steht, herrscht morgen jeder über sich selbst oder, was dasselbe ist, niemand mehr über andere. Die Gesamtheit nicht herrschender Menschen, Panarchen, betreiben als autonome Individuen ihr Verwaltungsgeschäfte in dezentralen Strukturen im Namen ihres Selbst. Herrschaft wird durch Selbstorganisation ersetzt. Ein Zustand, den wir Akratie nennen. Sie würde Selbstverwaltung hervorbringen. Somit wäre ein gesellschaftlicher Zustand der Akratie mit der Organisationsstruktur Selbstverwaltung der für die Partizipation aller Menschen am weitesten fortgeschrittene Entwicklungszustand. Es ist verlockend, in solchen Entwicklungssträngen zu denken. Demzufolge gäbe es eine stetige gesellschaftliche Veränderung, wie sich im theoretischen Denkbild von der Autokratie über die Demokratie zur Akratie entwickelte. Das entspricht in der politischen Form einer Umwandlung von der Monarchie über die Polyarchie zur Anarchie. Gesellschaftliche Strukturen wechselten von der Fremdverwaltung über Stellvertreterverwaltung zur Selbstverwaltung. Aber das sind nur Theorien. Modellverstellungen, die zur Orientierung dienen können. Wir wissen, dass es kaum jemals eine reine Monarchie gab und dass auch unserer Demokratie ihrer eigenen Ideen von Volkswirtschaft nicht gerecht wird. Solche Denkmodelle können die Perspektive erweitern und unser Hirn auflockern. Deshalb sind sie aber noch lange nicht Realität. Und sie entwickeln sich auch nicht in irgendeiner Weise automatisch. Kein okkultes Weltgesetz, weder ein göttliches, ein aufklärerisches, marxistisches oder ein ökologisches, lenkt die Schritte der Menschheit automatisch einem höheren Endziel zu. Und natürlich auch kein anarchistisches. Der Entwicklungsstrang Autokratie, Demokratie, Akratie ist eine Möglichkeit, die sich aufzeigt. Damit Möglichkeiten zu Wirklichkeiten werden, braucht es ein Ziel. Einen allgemeinen Wunsch, das Ziel zu erreichen und schließlich das Handeln von Menschen, um sich diesem Ziel zu nähern. Alles, was wir aus der Tatsache folgern dürfen, dass das Groß der Menschheit sich von der Autokratie zur Demokratie bewegt hat, ist, dass Wandeln möglich ist. Wie absurd die Zielvorstellungen solch einer Wandlung von den Zeitgenossen wahrgenommen werden, ist unerheblich. Weil sich auch die politischen, moralischen und gesellschaftlichen Ansichten wandeln können. Nichts ist unbeständiger als der Zeitgeist. Für überzeugte Libertäre bedeutet dies, sofern sie in solchen Prozessen überhaupt noch eine Rolle spielen wollen, zweierlei. Sie dürfen erstens nicht nur auf das Einzelstand, sondern müssen die Krisen der heutigen Herrschaftsform als Strukturprobleme an der verfehlten Verwaltungsphilosophie verstehen. Zweitens dürfen sie nicht nur die automatische Erfüllung solcher Entwicklungsstränge hoffen. Sie müssen etwas dafür tun. Das heißt, nach Wegen, Ansätzen und Chancen zu suchen, sich mit besseren Strukturen dort einzubringen, wo die schlechteren Strukturen versagen. Ein Rauchspüren von Krisen also, das jedoch nur dann Sinn macht, wenn die Libertären außer Kritik auch Alternative im Gepäck haben. Mit einem Wort, die Libertären müssten lernen, strategisch zu denken. Mehrheit, Minderheit, Freiheit. Eines dieser Strukturprobleme hat der alte Goethe in seinem launischen Eingangszitat angesprochen. Den Fetisch der Mehrheit in der Organisationsform Demokratie führt zu einer endlosen Kette von Funktionsstörungen, die auf der falschen Verwaltungsphilosophie beruhen. Verwaltung mit Herrschaft gleichzusetzen. Diese Gleichsetzung ergibt sich aus der Vorgabe, dass an einem Ort nur eine Gesellschaft bestehen dürfe und dass diese Gesellschaft möglichst groß sein sollte. Eine solche Gesellschaft muss dann folgerichtig für Souveränität, Zentralisierung, Entscheidungshierarchie, Autorität und Nivellierung des großen Ganzen sorgen. Dieses große Ganze nennen wir Staat. Und der Staat kann da nicht anders sein, als er ist. Kleinheit und Vielfalt sind für jeden Staat eine Bedrohung. Am besten funktioniert er in Größe und Einfall. Da er über alles für alle gleich bestimmen soll, muss er tendenziell alle Menschen gleich machen. Gleiche Macherei aber scheint irgendwie nicht der Natur des Menschen zu entsprechen. Jedenfalls hat er sich schon immer dagegen aufgelegt. Das hat Veränderungen bewirkt. Diese Veränderungen trugen die Verschiebung der Macht vom König auf das Parlament Rechnung, betraf aber nur die formalen Rahmenbedingungen. Sie waren sozusagen eine Lockerung der Strukturen, hinter der nach wie vor dieselbe Idee stand, die Idee großer Einheiten. Wenn aber diese Idee großer Einheiten Grundlage der sozialen Organisation ist, dann ist es nur konsequent, sich die dazu passenden Strukturen zu geben. Demokratie wäre dazu eher ungeeignet. Eine wohlwollende Monarchie, eine Diktatur oder Tyrannei mit guten Absichten wäre er dann eigentlich vorzuziehen. Gegen die aber haben sich die Menschen immer wieder aufgelehnt. Offenbar werden Vereinheitlichung, Zentralismus, Kontrolle, Befehl und Unterdrückung als unangenehm empfunden. Es stellt sich also die entscheidende Frage, ob jene merkwürdige Idee großer Einheiten überhaupt eine den Menschen angemessene Idee ist. Ist der moderne Nationalstaat nicht ein Anachronismus und die Herausbildung von Supermächten vielleicht seine schwachsinnigste Krönung? Im Grunde sind moderne Demokratien verkorkste Zwitter. In ihr stimmen Idee und Struktur nicht überein. Entweder ist die große Einheit, das dem Menschen gemäß ihr Ideal, dann ist der parlamentarische Pyramismus nicht mehr die richtige Form, weil er zu frei ist. Oder aber die Vielfalt kleinerer Einheiten entspricht den Bedürfnissen des Menschen, dann ist die heutige Demokratie noch nicht die richtige Form, weil sie zu unfrei ist. Sie steht in ihrer Philosophie zwischen Beformung und Autonomie, in ihrer Struktur zwischen Zentralismus und Föderation, in ihrer Verwaltung zwischen Befehl und Selbstorganisation. Anarchisten gehen anders vor. Sie setzen Verwaltung nicht mit Herrschaft gleich und vermuten, dass eine Selbstverwaltung ohne Fremdbestimmung motivierend wirkt. Dem Problem der Konsensfindung in der Vielfalt begegnen sie mit einem Entflechten der Gesellschaft. Einen möglichen Effektivitätsverlust beim Wegfall von Hierarchie wollen sie durch eine leistungsfähige horizontale Vernetzung ausgleichen, die auf freiwilliger Autorität beruht. Die meisten sozialen Steuerungsprobleme halten sie für hausgemacht, weil staatliche Gesellschaften angesichts ihrer Größe und ihres Anspruchs nicht auf die Mechanismen einer Selbststeuerung vom System vertrauen dürfen. Deshalb ist der gesamte anarchistische Gesellschaftsentwurf darauf ausgerichtet, diese Selbststeuerung möglich zu machen, indem sie Größe und Strukturen der Gesellschaft verändert. Gewiss ist das alles Spekulation. Es handelt sich bei diesem Szenario weder um die Geburtsstunde einer Klassentheorie der Juppies, noch um eine jener zweischneidigen Katastrophentheorie. Seine Aussage ist viel bescheidener. Unsere Gesellschaft wird nicht so bleiben, wie sie ist. Sie wird Erschütterungen erleben, unser Wohlstand ist hohl, unsere Sicherheit in jeder Hinsicht erlogen und unser Sozialsystem auf Schulden gegründet. Das Pendel wird zurückschwingen und es gibt dutzende mögliche Konstellationen, die eintreten können, um einen solchen Prozess auszulösen und zu beschleunigen. Was aber würde dann passieren? Es ist bekannt, dass das System flexibel und klug auf Krisen zu reagieren versteht und ungeahnte Integrationskräfte freisetzen kann. Aber je tiefer die Krise, desto schwieriger eine Gegensteuerung, desto größer die Chance, Alternativen durchzusetzen. Viele Libertäre glauben jedoch, dass eine solche Krise quasi automatisch zu emanzipatorischen Modellen führen würde. Das ist nicht anzunehmen. Ebenso gut kann sie in Resignation oder einen Krieg münden. Zu einer neuen Religion werden, zu isoterischem Tralala, zu einer vermarktbaren Mode oder zu einer zeitgemäßen Spieler des Faschismus. Dafür, dass sie im libertären Sinne befreit würde, müsste vorher eine Menge passieren. Automatisch geschieht das nicht. In dem Moment aber, wo sich die schweigende Mehrheit verunsichert nach Alternativen umschaut, müssen auch welche da sein. Nicht in Köpfen oder Büchern, sondern im realen Leben. Alternativen, die nicht erst in diesem Moment aus dem Hut gezaubert werden, sondern schon lange existieren und sich bewährt haben. Sie müssten den Menschen geläufig sein und ein gewisses Vertrauen genießen. Nur dann bestünde die Chance, dass sich Millionen von Menschen und nicht nur die Minderheiten in den Nischen plötzlich solchen Alternativen zuwenden und sich ihnen anschließen. Und sei es auch ohne glühende Überzeugung als Mitläufer oder aus purer Verzweiflung. Das wäre die große Stunde von Strukturen, wie wir sie im klassischen Anarchosyndikalismus und dem modernen Projekt Anarchismus kennengelernt haben. Der Augenblick, wo sich seine Wurzelwerke zu bewähren hätten und sich auch aktiv handelnd als revolutionierende Kraft einbringen könnten. Es könnte also gut sein, dass die Libertären nicht die Fossilien von vorgestern sind, sondern Vorreiter des Trends von übermorgen. Aber halt! Das war ein Szenario, keine Realität. Stimmen die Libertären in ihrem heutigen Zustand einer solchen Gesellschaftskrise gegenüber, wären sie vermutlich genauso hilflos wie 1989 beim Bankrott der DDR. Der war nämlich eine jener unvorhergesehenen, plötzlichen und großen Möglichkeiten, zu deren Nutzung aber weder ein Konzept, noch Strukturen, noch irgendwelche nennenswerte Alternativen zur Hand waren. Alles, was die Libertären damals bieten konnten, waren ein paar launische Kommentare in ihrer Presse, die außer ihnen sowieso kaum jemand liest. Wie gesagt, es gibt Gelegenheiten, den Hebel anzusetzen, man müsste nur einen Hebel haben. Im Grunde steht der Anarchismus heute wieder da, wo er zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon einmal stand. Während sich das Groß der Bewegung in perspektivlose Abwehrkämpfe verheddert, entwickelt sich zaghaft eine konstruktiv-subversive Alternative, die aber noch keineswegs akzeptiert, vermutlich noch nicht einmal gänzlich verstanden wurde. Ohne solche Alternativmodelle jedoch ist ein Übergang von der Demokratie zur Akratie kaum vorstellbar. Kapitel 43 – Ist die Zukunft anarchisch? Der eine fragt, was kommt danach, der andere fragt nur, ist es recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht, Theodor Sturm. Nehmen Sie einmal Ihren Globus zur Hand und legen Sie ein Blatt Papier darauf. Jetzt wissen Sie, wie dick die Luftschicht ist, in der Menschen atmen können. Schauen Sie sich nun an, auf welchen Teilen der Erdoberfläche menschliches Leben möglich ist. Wenn Sie alle Meere, Wüsten, Polarregionen, Karst, Steppen, Urwälder und Hochlandgebirgschaften schwarz einfärben würden, blieben nur mehr lächerliche, schmale Randgebiete in Grunen und Braun übrig. Stellen Sie sich als nächstes vor, dass sich auf diesem bisschen Platz ein Lebewesen namens Mensch derzügig vermehrt, dass es alle paar Generationen seinen Bestand verdoppelt. Es frisst den Pflanzenbewuchs- und den Tierbestand, reißt den Boden auf, verbrennt alles, was brennbar ist und erzeugt aber enorme Mengen giftiger Gase. Schon jetzt bekommt es Schwierigkeiten beim Luftholen. Dieses Lebewesen hat die Gabe zu denken. Aber es denkt falsch. Seine wichtigste Philosophie scheint in einem Wort zu bestehen. Wachstum. Es ist dabei, sich auf dieselbe Art und Weise zu verdichten, wie eine wildwuchernde Bakterienkultur in der Nährlesung eines abgeschlossenen Glastiegels. Denken Sie nun einen Bleistift auf Ihren Globus. Jeder fernse Satellit, der um diese Weltkugel kreist, müsste in den Stift hineinrasen. Nun haben Sie einen Besuch von der Dimension, die der Mensch als Vorstoß in den Weltraum bezeichnet. Vielleicht besitzen Sie einen Leuchtglobus. Betrachten Sie ihn einmal in der Nacht aus so großer Entfernung, dass Sie ihn nur noch als kleinen leuchtenden Punkt wahrnehmen. Nehmen Sie sich ruhig Zeit und schauen Sie genau hin. Nach all diesen Übungen haben Sie vielleicht die richtige Perspektive, um über die wichtigen Dinge des Lebens nachzudenken. Eine Frage der Perspektive. Macht es aus dieser Perspektive eigentlich noch Sinn, sich mit den Fragen zu beschäftigen, wie diese 6 Milliarden vermehrungssüchtigen Kreaturen ihr soziales Leben organisieren? Ob sie sich nun gegenseitig beherrschen oder nicht? Was macht das für einen Unterschied? Ob horizontal und dezentral vernetzt oder hierarchisch autoritär unterjochen? Ist es nicht egal? Die Antwort auf beide Fragen lautet, doch, es macht einen Sinn, sich mit der Frage der sozialen Organisation zu beschäftigen. Und es macht einen Unterschied, wie diese Organisation aussieht. Denn die Ursache der katastrophalen Wirkungen jenes Lebewesen liegen in seinem Sozialverhalten. Und man weiß, dass es in der Lage ist, sein Sozialverhalten zu verändern. All das ist eine Frage der Perspektive. Wir betrachten schließlich keine Bakterienkultur im Glas, sondern uns selbst. Auf dem real existierenden Globus, dem einzigen, den wir haben. Wir gehören zu dieser Spezies und wir würden gerne weiterleben, als Individuum und als Gattung. Diese Perspektive der unentrinnbaren Betroffenen sollte Grund genug sein, der Frage nachzugehen, ob ein anderes Sozialverhalten die Möglichkeit böte, dem kollektiven Selbstmord zu entgehen. Samtes Chaos, brutales Chaos. Das Überleben der Menschheit hängt gewiss nicht davon ab, wie weit sie einer politischen Bewegung Gehör schenkt, die die soziale Tradition des Anarchismus vertritt. Es geht um Wichtigeres, nämlich um die Grundregeln sozialen Verhaltens und die Steuermechanismen, nach denen komplexe Zusammenhänge funktionieren. Deshalb lautet unsere Ausgangsfrage, ob die Zukunft anarchisch sei, nicht anarchistisch. Ohne in die Gefahr, in die logische Argumentation zu geraten, darf wohl gesagt werden, dass in der Natur überall Mechanismen der Selbststeuerung am Werk sind. In ihr erscheint sich alles, man möchte fast sagen, von alleine zu regeln. Diese etwas hilflose Art, uns auszudrücken, zeigt, dass wir nicht genau wissen, wie sich diese Natur selbst reguliert. Es fällt uns nicht ins Auge, weil wir keinen Blick dafür haben. Unser Blick ist geschärft fürs Große, Augenfällige, erkennt simple Strukturen, die uns geläufig sind. Auffällige Zentren etwa, eindeutig hierarchische Beziehungen wie Ursache und Wirkung, Befehle und Gehorsam. Natur aber scheint so simpel nicht aufgebaut zu sein. Wenn hier von Natur die Rede ist, dann gilt das für die Gesamtheit des Planeten ebenso, wie für die Interaktion zwischen verschiedenen Arten. Innerhalb einer Art zwischen einzelnen Populationen und innerhalb einer jeden Population. Also auch für das soziale Zusammenleben in Gruppen. Seit den aufsehenerregenden Erkenntnissen des Biosphärenforschers James Lovelock oder der Mikrobiologin Lynn Magoulis sind wir um die überaus interessante Gaia-Hypothese bereichert, die das Zusammenwirken interaktiver Netzwerke selbst zwischen organischer und anorganischer Natur erforscht. Das sind Zusammenhänge, die wir noch viel weniger verstehen. Was immer der Mensch nicht recht versteht, nennt er Chaos. Relativ leicht zu verstehen, aber ist diese simple Tatsache, nirgendwo in der Natur gibt es einen Zentralismus großer Einheiten. Kein Tier und keine Gattung wirkt über den Kreis hinaus, in dem er lebt. Selbst die Hierarchien im Tierreich sind räumlich eingegrenzt und erworben. Durch tatsächlich anerkannte Autorität, das heißt anderen überlegene Fähigkeiten und Kräfte. Kein Tier herrscht, weil es von edler Geburt ist, rein oder gestützt durch Lobbys, Medien, Rhetorik oder Polizei. Kein Tier besitzt Autorität außerhalb seiner eigenen überschaubaren sozialen Welt. Weder ein Tier, noch eine Tiergruppe, noch eine biologische Art ist angetreten, um zu herrschen. Kein Lebewesen greift störend in den Gesamtmechanismus der Natur ein, konzentriert Macht, zentralisiert Strukturen oder strebt eine wie auch immer geartete Gesamtautorität über alles andere an, ausgenommen der Mensch. Die Natur kennt all das, Kooperation und Konkurrenz, Tausch, Diebstahl und Geschenk. Verdrängungskampf und gegenseitige Hilfe, Hierarchie, Solidarität und Freiräume. Und all das steht miteinander in irgendwelchen für uns schwer verständlichen Wechselbeziehungen. Natur ist dabei nicht zentralistisch, sondern dezentral. Natur ist nicht durch Hierarchien verbunden, sondern interaktiv vernetzt. Sie gehört keinem Weltgesetz, sie regelt sich selbst und soll mit großem Erfolg. Sie funktioniert trotz ihrer Größe, Vielfalt und organischer Abhängigkeit hervorragend. Eine Unordnung, die so komplex ist, dass wir sie nicht verstehen, aber dennoch gut funktioniert, hatten wir sanftes Chaos getauft. Die soziale Organisation, die sich der Mensch gegeben hat, ist, wie wir wissen, anders strukturiert. In ihr sind zwar auch alle widerstreitenden Kräfte von Hierarchie und Anarchie angelegt, aber bisher haben sich meistens die Erster und durchgesetzt. Das Lebewesen Mensch hat sich gesellschaftlich völlig anders organisiert als die Natur. Seine Strukturen streben nach Vereinheitlichung, Konzentration, Zentralisierung, Souveränität, Hierarchie und Macht. Alles wird tendenziell einem Prinzip untergeordnet oder biblischer ausgedrückt, der Mensch macht sich die Erde untertan. Dabei macht er sie kaputt. Hierarchisch-zentralistische Organisationsstrukturen sind zerstörerisch. Ihr patriarchal geprägtes Interaktionsprinzip zwischen Individuen und Gruppen ist Kampf und Unterwerfung, im Extremfall Tötung. Ihre Ideologie ist Expansion, ihre Ziel Gesamtherrschaft. Bitte, es geht ja nicht um den Wumpfkampf zweier Hirsche oder den Kampf um Nahrung zwischen zwei rudeln Wölfe. Das entspricht ja dem Degenduell zweier eifersüchtiger Männer oder der hungere Beute andalusischer Tagelöhner von 1840. Es geht um das Prinzip, das der menschliche Organisation und seinem Sozialfalt zugrunde liegt. Und hierbei hat sich unterm Strich beim Menschen recht ungebremst das Herrschaftsprinzip durchgesetzt. Dieses herrschaftsgeprägte, hierarchisch organisierte Sozialverhalten macht sich mit all seinen Auswirkungen massiv auf der Erde bemerkbar. Es dringt in die Kreislauf der Natur ein, zerstört die unverstandenen Mechanismen der Selbstregulierung und versagt mit schrecklichen Folgen auch innerhalb der eigenen Gattung. Weder ist der Mensch unter seines Zeichen mit sich selbst zufrieden, noch könnte die Natur, wäre sie ein denkendes Wesen, zufrieden mit dem Menschen sein. Das System, nach dem die Menschheit lebt, funktioniert einfach nicht gut. Eine Unordnung, die Fehlfunktionen und Katastrophen erzeugt, also schlecht funktioniert, hatten wir als brutales Chaos bezeichnet. Diese Überlegungen stützen die Annahme, dass die Idee der Herrschaft über die Natur und die Idee der Herrschaft über den Menschen gleiche Wurzeln haben. Irgendwo sind ja die Weichen falsch gestellt worden. Aber vergleichen wir da nicht Äpfel mit Birnen, Natur und menschliche Gesellschaft sind doch nicht dasselbe. Das stimmt. Deshalb wäre es erstens falsch zu sagen, Menschen müssten sich benehmen wie die Piranhas oder organisieren wie die Ameisen. Schließlich kann der Mensch ja denken, reflektieren, handeln und sich ändern. Viel weniger als ein Tier ist er Sklave seiner Instinkte und Triebe. Übrigens ist vielleicht gerade das sein Problem, dass er mit dieser Freiheit noch nicht umgehen kann. Deshalb kann zweitens Natur sehr wohl anarchisch sein, nicht aber anarchistisch. Denn das ist eine Lebensphilosophie aus den Köpfen von Menschen. Dennoch haben menschliche Gesellschaft und Natur etwas miteinander zu tun. Gesellschaft findet in der Natur statt, sie ist Teil von ihr. Beide bedingen sich gegenseitig. Wenn aber Natur gut funktioniert und menschliche Gesellschaft schlecht funktioniert, kann es nicht falsch sein, Vergleiche anzustellen und ihre Schlüsse zu ziehen. Der naheliegendste Schluss wäre, dass der Mensch sich endlich bemühen sollte, die Funktionsweise des gesamten Chaos zu verstehen und von dessen Strukturen so viel zu lernen, dass sie auf soziale Systeme anwendbar würden. Hierarchisch gesteuerte Systeme müssen durch anarchisch gesteuerte Systeme ersetzt werden. Sonst steht zu vermuten, dass das Gesamtsystem zusammenbricht. Mit anderen Worten, der Mensch ist dazu verurteilt, im Einklang mit der Natur ihr Leben zu lernen, andernfalls wird er nicht überleben. Das ist kein Umweltschutz, sondern eine Revolution des Denkens. Welche Auswirkungen hätte das aber auf das gesellschaftliche und politische Leben des Menschen? Vom System Natur zum System Gesellschaft. Natur und Gesellschaft sind nicht gleichzusetzen. Der Mensch braucht die Natur auch nicht zu romantisieren oder beten, vor ihr niederzuknien. Es wäre schon genug, wenn er versuchte, ganz nüchtern und sachlich von den Strukturen der Natur zu profitieren. Was nun die gesellschaftspolitischen Systeme angeht, zu denen ja auch der Anarchismus zählt, so gibt es in diesem Zusammenhang eine erstaunliche Beobachtung zu machen. Freiheitliche Bewegungen sind ja nicht aus dem Konflikt Mensch-Natur entstanden, sondern aus dem Konflikt Mensch-Mensch. Anarchismus kam nicht als Ökophilosophie auf die Welt, sondern als Schrei nach sozialer Gerechtigkeit und Befreiung. Es ging um Brot, Arbeit und weniger Prügel. Am Anfang war der Zorn. Ziel und Triefkraft aber wurde die Suche nach Freiheit. Sie und nicht Natur ist der anarchistische Zentralbegriff. Auf der Suche nach konkreten Formen der Freiheit hat der Anarchismus in 150 Jahren Modelle entwickelt, die diesem Ziel gerecht werden sollen. Gewisse Strukturen wurden dabei als untauglich verworfen, andere haben sich als tauglich erwiesen. Wenn man sich nun diese freiheitstauglichen Strukturen genauer ansieht und benennt, ergibt sich eine frappierende Übereinstimmung mit jenen, die die moderne Wissenschaft und Philosophie heute als naturtauglich erkannt hat. Diese Analogie ist uns schon wiederholt begegnet. Dezentralität, Vernetzung, Interaktion, Horizontalität, Selbstregulierung, kleine Einheiten, gegenseitige Hilfe, natürliche Autorität, Kollektivität. All das sind Strukturbegriffe und Organisationsformen, die sowohl auf die Natur als auch auf die von Anarchisten favorisierte soziale Organisation anwendbar sind. Das bedeutet nicht, Anarchie und Natur seien identisch. Man ist lediglich mit zwei verschiedenen Arbeitshypothesen zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Wenn sich solche Strukturen aber auf dieser Erde im System Natur bekanntermaßen als wirksam, leistungsfähig und anpassungsaktiv erwiesen haben, so dürfen diese Erwartungen auch an analoge Strukturen im System Gesellschaft gestellt werden. Allein deswegen ist Anarchie aber noch nicht ökologisch. Ohne Frage könnte man auch in hierarchiefreier Selbstverwaltung die Natur zerstören. Erst wenn diese Strukturen konkret umgesetzt wären, ergebe sich eine Gesellschaftsform die ökologischen Notwendigkeiten weit mehr entspräche als die gegenwärtigen. Zum Tragen käme sie aber erst, wenn sie mit einer entsprechenden Ethik ausgestandet global wirken könnten. Anarchie ist demnach nicht Ökologie, sondern schafft günstige Voraussetzungen zu deren Anwendung. Anarchie – mehr als überleben Der Zustand der Menschheit auf diesem Planeten ist so bedrohlich geworden, dass jede Panikmache falsch wäre. Panik wird dem Ernst der Situation nicht gerecht, besonders handeln schon eher. Für die Menschheit geht es ums Überleben. Dafür braucht sie ganz offensichtlich andere Strukturen. Weder Umweltschutz noch seine Extremformen Ökodiktatur sind auf Dauer mit der Natur kompatibel, weil sie deren Form nicht begriffen haben und ihr nicht entsprechen. Der Anarchismus aber will mehr als das große Überleben. Er hat sich nie mit der Sicherung der physischen Existenz des Menschen zufrieden gegeben, deshalb ist er ja entstanden. Er wollte stets ein besseres Leben – frei, erfüllt, autonom, selbstbestimmt, lustvoll und menschenwürdig. Diese beiden Interessen könnten angesichts der ökologischen und ökonomischen Sackgassen, in denen wir uns befinden, zusammenkommen. Die Menschheit braucht praktikable Überlebensstrategien. Ein anderer Art des Wirtschaftens, der Arbeitsteilung und der Arbeitsethik. Eine andere gesellschaftliche Organisationsstruktur, ein anderes Sozialverhalten und vor allem eine andere Ethik. Aber kaum jemand hat über radikal andere Modelle nachgedacht. Zum Beispiel wie in einer Vollgeschäftigungsgesellschaft weniger statt mehr gearbeitet werden könnte oder wie eine Wirtschaft eigentlich aussehen müsste, die Strumpfen statt Wachstum anstrebt und die Natur am Leben lässt. Die anarchistische Gesellschaftstheorie wäre in der Lage, hierfür Modelle anzubieten. Ihr überaus reicher Fundus an Ideen und Experimenten und Erfahrungen ist eigentlich zu schade, um fruchtlos zu verstauben. Eine Wiederentdeckung dieses vielfältigen Wissens um die Form der Freiheit müsste indes nicht aus purer Liebe zum Anarchismus geschehen. Sollte es eine anarchistische Renaissance geben, dann wohl kaum, weil diese Ideen so perfekt, ihre Vertreter so toll und ihre Bewegung so faszinierend wären. Schon eher, weil seine Inhalte aus purer Not gebraucht würden. Zu entdecken wäre ein wertvoller Beitrag, der beim Überleben und beim Verbessern helfen könnte. Möglich, dass die Menschheit auch ohne den Anarchismus auf ähnliche Strukturen kommt. Aber je länger das dauert, desto eher wird es zu spät sein. Möglich auch, dass zwar die Strukturen entdeckt werden, nicht aber die dazu passende Ethik. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Freiheitstauglichen Strukturen und der Freiheit aber sichern vielleicht das nackte Überleben, bringt jedoch keine bessere Lebensqualität. Wer wollte das schon? Anarchisten jedenfalls nicht. Ob nun die Zukunft anarchisch sein wird? Gewiss, denn die Natur wird weiter bestehen. Die Frage ist, ob der Mensch dann noch dabei ist. Falls ja, dann hat er die Chance aus der anarchischen Struktur eine anarchistische Gesellschaft zu machen. Das wäre ihm sehr zu wünschen. Denn er ist ein Lebewesen, das durchaus in der Lage ist, Freiheit zu genießen. PS. Vergessen Sie nicht, das Licht in Ihrem Globus auszuknipsen. Soweit das, was ich aus dem Buch für das Video ausgewählt habe. Ich hoffe, ich konnte damit einige Anregungen, Impulse und Ideen geben, die von Horst Storwasser in diesem Buch niedergeschrieben wurden. Und viel Spaß beim eigenen Entdecken, Informieren und Auseinandersetzen mit dem Thema Anarchie. Und bis zum nächsten Buch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.